Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um eine dieser klassischen Unmöglichkeitsfragen. Also gibt es das Jenseits, was war vor dem Big Bang und was kommt nach der Zeit und was ist die Zeit und was soll das alles und so weiter und so weiter. Eine dieser Unsterblichkeitsfragen. Sie wissen ja, Millionen Menschen wollen unsterblich sein, wissen aber nicht, was sie an einem verregneten Sonntagnachmittag mit sich anfangen sollen. Also so ein bisschen so kommt mir die Frage vor, wo war der Big Bang? Es gibt offenbar bei etlichen Zuschauern ein Riesenproblem. Die glauben immer, wir würden quasi wie so ein Förster, der in seinem Hochstand steht und die Wildschweine beobachtet mit dem Fernglas, so könnten wir von der Erde aus sehen, wie damals das Universum entstanden ist. Also fangen wir nochmal von vorne an. Wo war denn der Big Bang? Das ist die Frage heute. Wo war der Big Bang? Und Sie werden lachen. Der Big Bang, also der Urknall, der Tag ohne gestern, den Knall, den keiner gehört hat, der Big Bang war überall. Also hier und da und dort und überall. Der Big Bang ist nämlich der Anfang von allem. Der Big Bang, der Urknall, die Schöpfung von Materie und Raum und Zeit ist der Beginn von allem. Ja, nochmal, von allem. Wir gucken nicht von außen auf den Big Bang und sehen, ach, also quasi wie man so eine Bombenexplosion sieht, jetzt fliegt es auseinander. Wir gehören zu dieser Explosion. Wir, die Materie der Erde, die Materie der Sonne, die Materie, die in uns steckt, entstand erst kurz nachdem das Universum entstanden ist und expandierte. Das ist der Big Bang. Ist das jetzt klar? Ja, nochmal. Was wir von Big Bang sehen, was wir sehen können überhaupt nur, das ist das, was jeder sieht, der in einer Explosion sich befindet. Also jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Nur für Spaß. Nur für Spaß. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Splitterbombe mit vielen tausenden Milliarden von Splittern, die auseinanderstreben und wir wären einer dieser Splitter. Wir würden um uns rum gucken und würden lauter Splitter sehen, die sich von uns entfernen. Ein paar würden natürlich von hinten kommen, aber im Grunde genommen, das ist genau das, was wir sehen, wenn wir ins Universum schauen. Wir gucken um uns rum und sehen, alles fliegt von uns weg. Das Einzige, was wir in so einer Bombenexplosion machen können, ist aus der Geschwindigkeitsrichtung der expandierenden Splitter vielleicht auszurechnen, wo wir selber mal gewesen sind, beziehungsweise wo vielleicht mal diese Explosion gewesen sein könnte. Aber die Explosion, von der ich hier rede, die war ja schon im Raum. Also da ist ja schon eine Bombe im Raum explodiert. Beim Big Bang handelt es sich um etwas ganz anderes. Der Big Bang ist die Entstehung von Raum und Zeit und dadurch, dass sich eben die Zeit langsam mitentwickelt. Langsam, naja, also die Zeit vergeht einfach. Dass es also auseinanderläuft und Sekunde nach Sekunde vergeht, sich also das ganze Ding abkühlt nach außen, Materie entsteht, ist der Big Bang überall um uns rum. Das heißt, 360 Grad um uns herum sehen wir etwas von dem Big Bang, nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung. Sie ist das Echo des Big Bangs. Und wenn wir das zusammenzögen auf einen Punkt, dann würden wir uns mit zusammenziehen. Deswegen ist die Antwort, wo war der Big Bang? Der Big Bang ist überall. Das, was da ist, ist der Big Bang. Dann haben wir ja, ich habe ja nicht umsonst mit dieser Hintergrundstrahlung angefangen, diese Hintergrundstrahlung ist überall um uns herum, sie ist überall da. Auch hier, zum Beispiel im Studio, gibt es Hintergrundphotonen, 300 Stück pro Kubikzentimeter, sind Photon, Lichtgewandten der Hintergrundstrahlung da. Und diese Hintergrundstrahlung, das ist für uns der Vorhang. Tiefer können wir nicht ins Universum hinaus gucken, in der Zeit und im Raum. Warum? Also, die Hintergrundstrahlung ist für uns der Teppich, hinter den wir nicht gucken können. Ist der Vorhang, hinter den wir nicht gucken können. Warum? Naja, weil die Lichtquanten zu dieser Zeit, und da war das Universum so grob 300.000 Jahre alt, die Lichtteilchen, die Lichtquanten, die Photonen, stießen so oft mit Elektronen zusammen, dass die Richtung, aus der sie gekommen sind, für uns für immer unsichtbar bleiben wird. Man sieht einfach nur noch so einen Lichtvorhang, sonst nichts. Und das sind 300.000 Jahre vor dem Big Bang. Der Big Bang ist hinter diesem Vorhang, dahinter. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es vielleicht nicht doch Möglichkeiten, näher ranzukommen, wenn man ihn schon nicht sehen kann, denn offenbar ist der Big Bang, ist ja umgeben von Energie. Wenn es stimmt, was wir denken, dass nämlich der Big Bang eine sehr heiße Geburt war, also wirklich heiß, 10 hoch 32 Kelvin, das ist eine Eins mit 32 Nullen, das ist wirklich viel. Sehr heiß. Und dass der sich danach ausbreitete, und 300.000 Jahre danach war er eben so abgekühlt, auf 4000 Grad, dass die Lichtquanten, die Photonen, unabhängig wurden und sich auf einmal überall im Universum ausbreiten können. Die Hintergrundstrahlung kommt aus einem Teil des Universums, da war das Universum tausendmal kleiner, als es heute ist. Ist klar. Es expandiert ja, und damals war es tausendmal kleiner. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, können wir vielleicht Informationen bekommen aus einer Zeit, als das Universum noch viel kleiner war? Na ja, also mit Licht nicht. Ein schöner Satz. Licht nicht. Was für Möglichkeiten haben wir denn? Neutrinos. Ich werfe jetzt einfach mal das Wort so hier in die Runde. Kleine Bemerkung an die Redaktion, wir müssen mal eine Spezialsendung über Neutrinos machen, denn das wird jetzt in dieser Sendung ein bisschen kurz werden. Die Neutrinos sind quasi fast nichts. Ja doch, also die Neutrinos, die sind von einem theoretischen Physiker erfunden worden, Wolfgang Pauli, weil er hatte ein Problem mit der Energie. Bei einer Kernreaktion, da fehlte ihm Energie, und er sagte, das muss in Form eines Teilchens weggetragen worden sein. Und dieses Teilchen nannte er Neutrino. Das ist ein neutrales Teilchen, das hat fast keine Masse, ist wahnsinnig klein. Und jetzt hier, wo ich hier stehe, wird also durch meinen Kopf werden Aber und Abermilliarden von Neutrinos fliegen da durch. Ich merke jetzt nichts davon, Sie wahrscheinlich zu Hause auch nicht, denn auch Ihr Kopf wird zur Zeit von Abermilliarden von Neutrinos bombardiert. Wo kommen die her? Von der Sonne. Denn Neutrinos entstehen in Kernreaktionen. Das sind also Teilchen, die machen quasi nichts. Quasi überhaupt nichts. Kernreaktionstemperaturen gab es im frühen Universum eine Sekunde nach dem Big Bang. Also, Sie erinnern sich? 300.000 Jahre nach dem Big Bang war diese Schranke, durch die wir von außen mit unseren Teleskopen nicht kommen werden. So, wenn wir Neutrinos messen könnten, das scheint ja sehr schwer zu sein, denn wenn schon Abermilliarden mit unserem Gehirnschmalz oder was weiß ich, wenn Sie also nichts verursachen bei uns, dann machen die ja so gut wie keine Wechselwirkung mit Materie. Die machen auch so gut wie keine. Aber wenn es uns gelänge, den Neutrino-Fluss vom ganz frühen Universum zu messen, dann hätten wir ein Bild des Hintergrundes, des kosmischen Hintergrundes, aus einer Zeit eine Sekunde nach dem Big Bang. Immerhin, nicht? Also im Prinzip geht das. Denn wir können heute Neutrinos messen. Und zwar die Neutrinos, die von der Sonne kommen. Die sogenannten Sonnenneutrinos. Das sind noch ein paar zu wenige, will ich aber an der Stelle gar nicht bemerken, sondern worum es mir jetzt geht, ist das Prinzip zu erklären. Neutrinos wechselwirken so gut wie gar nicht. Sie sind wirklich fast nichts. Also wie schaffe ich es überhaupt festzustellen, ob es Neutrinos gibt? Ich muss möglichst viele Atome zusammenbringen, muss diese Atome möglichst von der ganzen kosmischen Strahlung, die sonst so von der Atmosphäre, durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche dringend, abschirmen, damit die Neutrinos die einzigen Teilchen sind, die durch den Erdkörper laufen und, Sie merken schon, muss dann möglichst viele Detektoren um diese Riesenmenge von Atomen herumstellen und muss hoffen, dass es irgendwo mal funkt. Genauso macht man das. Das heißt, man geht in eine Berghöhle, tief, tief, unten im Berg. Da bringt man viel, viel Wasser hin, also in richtig großes Millionen von Litern. Und um dieses Wasserbasin herum baut man lauter Detektoren und wartet nun, also man braucht nicht zu warten, weil die Sonne scheint ja ständig, entweder scheint sie von der einen Seite oder von der anderen auf der Erde, das ist egal, denn die Neutrinos gehen durch den Erdkörper einfach so durch. Wir haben ja so gut wie keine Wechselwirkung, ab und zu aber doch. Und so kann man die Sonnenneutrinos zum Beispiel mit Hilfe von solchen riesengroßen Wasserbasins tatsächlich nachweisen. Neutrino-Astronomie wäre also sehr feucht. Im Gegensatz zur optischen Astronomie, wo man das Fernrohr guckt, müsste man bei Neutrino-Astronomie also immer gucken, wo kommen die Funken her, aus welcher Richtung im Universum kommen die Funken. Und wir sind noch weit davon entfernt, jetzt mit Neutrinoteleskopen, wenn man sie mal so nennen darf, also diesen riesengroßen Wasserbecken, die es da zum Beispiel in den Alpen gibt, oder die Japaner haben sehr große Detektoren aufgebaut. Diese Technologie ist heutzutage noch in den Kinderschuhen. Wir sind noch weit davon entfernt, die Neutrino-Hintergrund des Universums zu messen. Aber wenn es uns gelänge, dann wären wir sozusagen einen wesentlichen Schritt näher am Big Bang und könnten damit auch unsere physikalischen Theorien überprüfen. Denn wir gehen ja davon aus, denn ich habe Ihnen ja noch gar nicht gesagt, wo die Neutrinos eigentlich herkommen sollen, wir gehen ja davon aus, dass im Urzustand, also quasi direkt am Big Bang, sich die großen vier Kräfte in einer einzigen Urkraft vereinigt waren. Und danach froren die vier Kräfte, Schwerkraft, Elektrodynamik, Kernkräfte, froren diese Kräfte praktisch wie Kristalle aus. Je kühler das Universum wurde, umso mehr Materie entstand. Es entstanden erst die Quarks und die Antiquarks, aus denen sind die Nukleonen zusammengebaut, also Protonen und Neutronen, und zu guter Letzt entstanden die Elektronen. Und das dauerte alles eine Weile. Und als das Universum eine Sekunde alt war, waren die Temperaturen ungefähr 10 Millionen Grad heiß, gerade so groß, dass die Neutrinos sich entkoppeln konnten. Normalerweise werden Neutrinos ausgetauscht zwischen Protonen und Neutronen, je nachdem wie die zerfallen. Aber bei 10 hoch 10 Kelvin, also 10 Milliarden Grad, war die Dichte des Universums so stark abgesackt, dass die Neutrinos sich ähnlich, sie erinnern sich wie bei den Photonen, 300.000 Jahre später werden die Photonen frei laufen, weil die Gasdichte des Universums sich so weit verringert hat, dass die Photonen nicht mehr gestreut werden, sondern direkt zum Beobachter können. Und so war das bei den Neutrinos eine Sekunde nach dem Big Bang. Die Dichte war so abgefallen, dass diese Neutrinos sich frei bewegen konnten. Und wir könnten auf diese Art und Weise also quasi unsere Physik überprüfen. Nämlich die Physik, die zur Kernentstehung führt. Nämlich zu den ersten Kernen im Weltall. Wasserstoff und Helium. Mein lieber Mann, also jetzt wissen wir zwar nicht, wo der Big Bang war, weil der Big Bang war ja überall, aber wir könnten mit Hilfe dieser Möglichkeiten, könnten wir ganz nah an die Big Bang herankommen. Der wirkliche Hammer wäre natürlich die Entdeckung von Gravitationswellen, Hintergrund. Also stellen Sie sich mal vor, also Gravitationswellen entstehen ja, wenn schwere Massen sich auf einmal massiv bewegen. Schwarze Löcher entstehen, Supernova-Explosionen und so weiter. Dann wird die Raumzeit durchschüttelt und es kommen Wellenphänomene. Und diese Wellen breiten sich durchs ganze Universum aus. Wenn es stimmt, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass nämlich der Big Bang der Anfang von allem war, nämlich auch der Anfang der Materie, dann muss es ja am Anfang eine unglaubliche Produktion von Gravitationswellen gegeben haben. Also es muss einen Gravitationswellen-Hintergrund gegeben haben. Der stammt nun aus einer Zeit, und jetzt am besten Sie holen sich was zu schreiben, der stammt nun aus einer Zeit, das ist quasi fast der Big Bang. Das ist quasi direkt dran, also näher kann man gar nicht dran kommen. Haben Sie was? Aus einer Zeit 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Akt der Schöpfung. Also 1 geteilt durch 10 hoch 32. Näher kann man nicht mehr an den Big Bang herankommen. Gravitationswellen sind nun leider Gottes so mickrig, also so schwach, eine Gravitationswelle von einer Supernova-Explosion, die würde zwischen der Sonne und dem nächsten Stern Alpha Centauri, also immerhin vier Lichtjahre, gerade mal die Raumzeit um die Dicke eines menschlichen Haares erheben und wieder senken. Also da werden wir bestimmt noch ein paar Jahrhunderte warten müssen, bis wir Gravitationswellendetektoren haben. Aber im Prinzip ist es in der Tat möglich, so nah an den Big Bang heranzukommen. Aber letztlich muss man einfach sagen, da sind wir noch weit, weit, weit davon entfernt, auch nur eine Idee zu bekommen, wie man sowas technologisch umsetzt. Aber Sie sehen, wir Physiker sind auch hinter diesen sogenannten Unsterblichkeitsfragen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass das Leben, wie Christian Morgenstern gesagt hat, das Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas. Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Heute machen wir mal eine ganz kühle Sendung. Heute reden wir über Eis. Wir reden über Eiszeiten und wir wollen die Frage stellen, wie kommt es zu Eiszeiten? Wie kommt es überhaupt dazu, dass auf unserem Planeten immer mal wieder größere Teile der Erdoberfläche von Eis bedeckt sind? Also ist die Frage heute, wie kommt es zu Eiszeiten? Und natürlich höre ich schon einige, die sagen, es kommt ja mir mit Eiszeiten. Eiszeiten. Wir sind doch im Bereich, in der Zeit des Global Warming, alle reden davon, dass es wärmer wird, es kommt ja mir mit Eiszeiten. Nee, 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 nee. Ich meine, am Ende der Sendung werden wir schon noch mal da hinkommen. Aber wenn man versteht, wie Eiszeiten entstehen, das ist ja ein globales Phänomen, denn offenbar sind ja früher zumindest große Teile des Planeten von Eis belegt worden. Wenn man versteht, wie dieses globale Phänomen entsteht, dann versteht man mehr über das Wetter. Und wenn man mehr über das globale Wetter versteht, dann versteht man vielleicht auch, wie es zum Global Warming kommt, ob wir Menschen einen erheblichen Einfluss darauf haben oder ob es sich um rein natürliche finden. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will hier niemandem das Wort reden, jetzt in Zukunft weiterhin Treibhausgase und so weiter in die Atmosphäre zu blasen. Aber man muss erst mal wissen, wovon man spricht, bevor man anfängt vorzuschlagen, was können wir mit dem Wetter in Zukunft tun beziehungsweise worüber müssen wir uns schützen. Also wir reden über Eiszeiten. Wir gehen zurück und zurück und zurück. Wieso eigentlich? Wir leben in einer Eiszeit. Meine Damen und Herren, jetzt ist Eiszeit. Warum? Weil auf unserem Planeten Eis existiert. Das war nicht immer so. Sie werden lachen. 80 Prozent der Erdgeschichte waren völlig eisfrei. Da gab es überhaupt kein Eis. Nichts. Gar nichts. Erst seit rund drei Millionen Jahren gibt es auf unserem Planeten wieder jede Menge Eis. Naja, jede Menge kann man nicht sagen. Es sind ein paar Prozent. Zehn Prozent der Erdoberfläche sind von Eis bedeckt. Also Sie wissen das natürlich. Antarktis, der Südpol unten, da gibt es unter dem Eis Land. Das ist eine wichtige Sache. Merken Sie sich das, wenn wir gleich noch dazukommen. Am Nordpol ist das Eis auf Wasser. Da ist also Meer vereist. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben das in der Antarktis. Ist das Eis vier Kilometer dick? Fast fünf Kilometer an einigen Stellen. Das Grönland-Eis ist immerhin 3,7 Kilometer dick. Das sind also schon massive Eisflächen. Wenn man das alles schmölze, da achten Sie den Konjunktiv, wenn man das alles schmölze, dann würde der Meeresspiegel sich ungefähr um 80 Meter erhöhen. Also wir leben zurzeit in einer Eiszeit, weil erhebliche Mengen der Erdoberfläche mit Eis bedeckt sind. War das schon immer so oder woher weiß man das überhaupt, ob es früher schon mal Eiszeiten gegeben hat? Naja, wie entsteht Eis? Fangen wir mal damit an. Na, wie entsteht Eis? Ja, nicht mit dem Kühlschrank. Nein. Eis entsteht auf Land genau dann, wenn es mehr schneit, als Schnee verdunstet oder schmilzt. Ist ja klar. Wenn nämlich kein Schnee übrig bliebe, könnte der natürlich nicht zu Eis zusammengepresst werden. Wenn das aber so ist, wenn also Schnee übrig bleibt und immer mehr und mehr Schnee aufeinander drückt, dann entsteht Eis. Wenn Eis nun zunehmend unter seinem eigenen Gewicht anfängt, sogar an seiner Unterseite, nämlich da, wo das Eis, Sie denken, worauf ich hinaus will, an die Gletscher, wenn also das Eis richtig zusammengepresst wird, dann wird es sogar flüssig. Dann wird es wieder unten, an der unteren Kante dieser Eisflächen, fängt es an, sich zu bewegen, weil das wie ein Gummifluss auf der Oberfläche läuft. Und diese Eisfelder hobeln praktisch die gesamte Oberfläche ab. Da wird also weggehobelt und wo gehobelt wird, da fallen ja bekanntlich Späne. Immer dann nämlich, wenn diese Eismassen sich zurückgebildet haben, dann blieben die Späne übrig. Was man also sieht von Eiszeiten, sind große, flache Gebiete und hinter diesen Gebieten aufgeschüttete, ja, sogenannte Entmoränen. Klassischer Fall hier in Bayern, das Alpenvorland. Da kamen die Gletscher von den Alpen und die haben also das alles zusammengeschoben und das Alpenvorland ist übrig geblieben von Eis. Es gibt aber noch riesengroße Bereiche in Kanada, in Südafrika und in Indien, die alle davon berichten, dass es früher gewaltige Eiszeiten gegeben haben muss. Hat es gegeben, aber der größte Teil der Erdgeschichte war völlig eisfrei. Die Eiszeit, an der wir jetzt teilhaben, das ist eine, die, sagen wir mal, so vor grob drei, vier Millionen Jahren angefangen hat. Und, hm, das kann ich Ihnen sagen, das waren hochinteressante Vorgänge, die sich damals abgespielt haben und die dafür möglicherweise zuständig sind, dass es überhaupt zu Eiszeiten kommt. Also 3,4 Millionen. Vor 250 Millionen Jahren gab es die letzte Eiszeit davor. Also es sind 250 Millionen Jahre vergangen. Vor dieser Eiszeit sind aber also Ewigkeiten an Jahren vergangen, bis da eine Eiszeit war. Das weiß man eben von diesen Erscheinungen, die man an der Erdoberfläche messen kann, beziehungsweise erst mal beobachten kann, macht man eine Altersbestimmung und dann stellt man fest, Donnerwetter, die erste Eiszeit, von der wir wissen, die war vor 2,3 Milliarden Jahren. Und dann war eine Milliarde Jahre nichts. Gar nichts. Es kam nicht zu regelmäßigen Vereisungen, wo man zum Beispiel denken könnte, ach, eine Eiszeit, das hat was damit zu tun, dass die Sonne sich irgendwie durch was durchbewegt, regelmäßig bei ihrem Weg um das Zentrum der Milchstraße oder dass die Erde sich mit irgendwelchen astronomischen Gründen dafür verantwortlich sein können, die regelmäßig kommen. Nichts, nichts. Eine Milliarde Jahre. Und jetzt hier zum Beispiel, die letzten 250 Millionen Jahre, da ist der Dinosaurier gekommen und wieder verschwunden. Das konnte der natürlich auch, weil es war so warm, der hatte überhaupt keine Probleme, was zu finden. Also die Vegetation war sehr angenehm, Temperaturen waren im Wasser zum Beispiel 20 Grad mehr als heute. 20 Grad mehr, das müssen wir mal überlegen. Also wenn Sie ans Mittelmeer fahren und haben da 22 Grad, das Wasser fängt ja fast an zu... Also es war sehr, sehr warm, es war sehr, sehr schwül, das Wasser ist sehr verdampft. Naja, das sind alles Prozesse, die man zu dem größten Teil der Erdgeschichte ansammeln kann. Also warme, angenehmes, stabiles Klima. Und dann passiert so was wie die Eiszeit. Was passiert da? Was ist da los? Also, schauen wir uns das mal genauer an. Fragen wir erst mal, woher wissen die denn das überhaupt? Wie das Klima gewesen sein kann oder gewesen sein soll vor 250 Millionen Jahren? Müssen wir im Moment zurückgehen in die Kernphysik. Isotope. Ein Isotop ist ein Atomkern. Also Atomkern war ja die Sache mit Protonen und Neutronen. Also jeder ordentliche Atomkern hat genauso viele Protonen, positiv, wie Neutronen, die sind neutral. Um den Atomkern herum fliegen die Elektronen, damit das Ganze atomneutral ist. So weit, so gut. Ein Isotop hat nun entweder mehr oder weniger Neutronen. Also nicht die Ladung verändert sich im Kern, sondern die Anzahl der Neutronen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass ein Isotop, was mehr Neutronen hat, das Isotop ist schwerer. Ja, ist klar. Der normale Atomkern hat normale Anzahl an Neutronen und ein Isotop zum Beispiel von Sauerstoff, es gibt von Sauerstoff das O16, das sind also 8 Neutronen im Kern und dann gibt es ein O18, das sind 10 Neutronen im Kern. 2 Neutronen mehr, aber das macht den Unterschied aus. Denn, was sehen wir? Die Isotope, die schwerer sind, die werden schwerer verdunsten. Die kommen schwerer raus aus dem Meerwasser. Dafür fallen sie aber auch schneller wieder runter. So, aufgemerkt. Meerwasser verdunstet mit einem bestimmten Anteil von leichten und schweren Anteilen eines Stoffes, wie zum Beispiel Sauerstoff. Regnet sich über dem Meer wieder ab, teilweise, was fällt da weg? O18. Fällt nämlich zuerst mal wieder ins Wasser runter. Der leichtere Anteil bleibt aber in der Luft, in der wassergeschwängerten Luft und kommt dann irgendwann am Pol als Regen runter, beziehungsweise als Schnee. Was also passiert, wenn zunehmend das Klima sich verändert ist, dass das Verhältnis der Isotope sich verändert. Die schweren werden früher abgeregnet, und deswegen ist das Eis angereichert mit leichten Atomkernen. Haben Sie es verstanden? Die schweren fallen früher runter, deswegen ist der Regen, beziehungsweise der Schnee, der dann auf den Polen runterkommt, ist angereichert mit leichten Atomkernen. Und aus dem Verhältnis der schweren zu den leichten Atomkernen lässt sich nun unglaublich genau die Temperatur, das ist praktisch wie ein Thermometer. Ja, und auf diese Art und Weise stellt man also fest, wie sich das Klima auf der Welt verändert hat. Da sind Sprünge dabei. In den letzten drei, vier Millionen Jahren hat es zum Beispiel immer mal wieder Sprünge gegeben. Innerhalb von zehn Jahren sprang die Temperatur um 14 Grad. Also das wäre jetzt, in unserer heutigen Zeit, wäre das gewaltig. Wir würden das sehr, sehr merken, wenn jetzt die Temperaturen auf einmal schlagartig innerhalb von zehn Jahren, die Durchschnittstemperatur, um 14 Grad fallen würde. Das wäre eine Katastrophe für die Weltwirtschaft. Wir würden viel mehr Erdöl verbrauchen, weil wir natürlich viel mehr heizen müssten im Winter. Das wäre ein sehr, sehr lange Winter. Möglicherweise wird es zu einer ziemlich starken Vereisung der Alpen kommen und so weiter. Aber diese Sprünge kennt man. Also das Wetter scheint in den Eiszeiten wesentlich instabiler zu sein, als in den Warmzeiten. In den Warmzeiten, wie sie so sanft ruhen, die Toten. Über Jahrmillionen, zig von Jahrmillionen, ist die Temperatur praktisch völlig konstant. Und nur in einer solchen konstanten Treibhauswärme konnten sich solche Viecher wie die Dinosaurier eigentlich erst richtig entwickeln, weil die mussten ja fressen, die Hülle und die Fülle. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau. Wie kommt es zu Eiszeiten? Also halten wir nochmal fest. Es gibt keine Regelmäßigkeiten bei den Eiszeiten, aber früher, zum Beispiel vor 18.000 Jahren, gab es die letzte Kaltzeit. Wir sind zwar jetzt in einer Eiszeit, aber wir sind in einer Warmzeit einer Eiszeit. Ne? Also nochmal. Eine Eiszeit besteht aus Kaltzeiten und Warmzeiten. Im Gegensatz zu einer Nicht-Eiszeit, die besteht nur aus Warmzeiten. Wir sind in einer Warmzeit, weil zur Zeit ist es wärmer als vor 18.000 Jahren, da war es nämlich eine Kaltzeit. Vor 18.000 Jahren zum Beispiel musste sich der Franzose keine Gedanken machen, wie er nach Großbritannien kommt. Da gab es nämlich keinen Kanal. Warum? Weil Europa war völlig vereist, also große Teile von Europa waren vereist. Die Gletscher gingen runter bis nach Dänemark. Also vom Norden runter bis nach Dänemark. Vom Süden von den Alpen zum Beispiel bis weit in den mittleren Bereich Deutschlands. Und dadurch, dass so viel Wasser in Eis gespeichert war, sank der Meeresboden. Also die Meeresboden sank nicht, sondern die Meeresoberfläche sank. Also die Wasseroberfläche sank runter. Und zwar um 120 Meter. Das heißt also, Bereiche wie zum Beispiel hier die deutsche Nordsee, war alles Land. Die ganze deutsche Bucht, großer Teil der deutschen Bucht, war alles Land. Und wie gesagt, der Franzose hatte kein Problem, mal eben nach Großbritannien zu gehen und dort ein lauwarmes Evisia zu trinken. Quatsch. Also vor 18.000 Jahren hatten wir eine ganz massive Eiszeit in Europa und es war deutlich kälter als heute. Und diese Eiszeit, diese Kaltzeit vor 18.000 Jahren ist ein Teil dieser Quartärenaltzeit, die vor drei, vier Millionen Jahren begann. Warum ist die so? Das hat damit zu tun, dass Nordamerika und Südamerika zusammengestoßen sind. Also die Plattentektonik spielt eine ganz wichtige Rolle. Denn dadurch sind die äquatorialen Meeresströmungen gestoppt worden. Das Wasser konnte nicht mehr am Panama-Konal vorbei, sondern musste in Richtung Norden wegfließen. Es hat damit zu tun, dass Indien gegen Asien sich schiebt und Tibet hochgehoben hat. Und es hat damit zu tun, dass ein großer Landkontinent seit ungefähr 40 Millionen Jahren ganz langsam über den Südpol gelaufen ist. Das sind die wesentlichen geophysikalischen Gründe dafür, dass ein Planet vereist. Das ist der wesentliche Punkt. Land über den Polen, also in dem Fall am Südpol. Die Veränderung der Meeresströmung ist ganz, ganz wichtig. Und die Veränderung von Luftströmung ist ganz, ganz wichtig. Also Indien, also Sie wissen das ja vielleicht, ich gucke hier auf meine Fingernägel, ich habe mir das so gemerkt. Die Kontinente, die Kontinentalplatten bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der Fingernägel wachsen. Also sind ja immer nur so ein paar Zentimeter im Jahr. Aber das reicht natürlich über die Jahrmillionen Jahre aus, um ganz gewaltige Veränderungen auf diesem Planeten hervorzurufen. Nicht nur in der Landverteilung, nicht nur in der Wasserströmung, sondern natürlich auch im Klima. Das sind so die groben, die ganz groben Gründe dafür, dass es auf unserem Planeten zu Eiszeiten kommt. Es mag einen astronomischen Anteil geben, nämlich die Lage der Erddrehachse, aber die lässt sich kaum nachweisen, denn die Eiszeiten sind sehr unregelmäßig. Und sie zeigen vor allen Dingen eins, das Wetter ist eine unglaublich instabile Angelegenheit. Gerade diese Sprünge, die innerhalb von zehn Jahren solche Temperaturänderungen von bis zu 14, 15 Grad bedeuten, das wäre eine absolute Katastrophe, wenn uns das heute passieren würde. Und wir müssen sagen, um wieder auf das Global Warming vom Anfang zurückzukommen, wir müssen aufpassen. Oder um es so zu sagen, der Homo sapiens erkennt das Richtige, tut aber manchmal das Falsche. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. An einem Sommerabend im Jahre 1610 blickte zum ersten Mal ein menschliches Auge durch ein Fernrohr. Ein italienisches Auge. Genau genommen das Auge des Galileo Galilei. Und er sah Dinge, um es mal so zu sagen, er sah Dinge, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Klar, er war der Erste, der durch ein Fernrohr blickte. Einige Monate danach forderte er einige Kardinäle auf, doch auch mal einen Blick durch das Fernrohr zu werfen. Und die guckten nur und meinten, nein, sie wollten da nicht durchschauen, denn da würde man Dinge sehen, die hätten mehr mit dem Teufel zu tun als mit Gott. Nun ja, das war der Beginn der modernen Astronomie. Das war sozusagen der Beginn des Kreuzzugs der Wissenschaften gegen... Nee, eigentlich war es kein Kreuzzug. Es war ein Siegeszug. Es war der Siegeszug der Naturwissenschaften gegen Dogmatik. Gegen jede Art von Dogmatik, nämlich nach dem Motto, man kann nur das wirklich glauben, was man auch gesehen hat. Es hilft also nichts, solche Dinge einfach zu verweigern, sich das anzuschauen, sondern man muss hingucken und muss erkennen können. Das war der Beginn der modernen Naturwissenschaften. Dieser Blick durch dieses Fernrohr war der Beginn der modernen Naturwissenschaft. Also ich habe ja nicht umsonst jetzt solche Dinge benutzt wie Auge, Sehen, Blicken, Gucken, ja. Astronomie, die Benennung der Dinge am Himmel, war eine schauende Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die was mit unseren Augen zu tun hat, die was mit sichtbarem Licht zu tun hat. Und seitdem Galileo zum ersten Mal durchs Fernrohr geblickt hat, ist die Astronomie für 300 Jahre eine schauende Wissenschaft gewesen. Es war immer jemand da, der unter dem Teleskop lag. In den ersten 200, 250 Jahren musste der Beobachter noch selber durchs Teleskop gucken. Später gab es dann Fotoplatten, Filme. Heute gibt es CCD-Kameras, wir haben ja wahrscheinlich selber eine zu Hause, eine Digitalkamera, mit der die optischen Photonen des Himmels aufgenommen werden. Und manche meinen, Astronomie hätte nur was mit dem sichtbaren Licht zu tun, mit den Augen zu tun. Deswegen heute die Frage, gibt es Astronomie ohne Fernrohr? Kann man Astronomie betreiben ohne Fernrohr? Ja, man kann. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Astronomie ohne Fernrohr ist die Astronomie des 20. und natürlich des 21. Jahrhunderts. Astronomie ohne Fernrohr ist Astrophysik. Also, ist klar, das was wir mit unseren Augen empfangen können, denn wir sind ja schließlich das Resultat einer Entwicklung auf einem Planeten, der biologischen Entwicklung auf einem Planeten, der sich um einen Stern herum bewegt. Dieser Stern hat ein gewisses Maximum, da wo er das meiste Licht produziert, das ist nämlich so im grün-gelben Bereich. Wir sind deswegen empfindlich für dieses Licht, sonst wären wir nicht so erfolgreich auf diesem Planeten gewesen. Deswegen war es natürlich nur zu natürlich, dass das allererste Instrument, mit dem wir den Himmel angeschaut haben, eine Verlängerung unseres Auges war. Eigentlich eine Verbesserung unseres Auges, dass wir die Dinge vergrößern konnten und zum ersten Mal am Himmel Dinge sahen, die unserem normalen Auge einfach völlig unzugänglich sind. Wir haben überhaupt keine Chance, die Dinge mit unserem bloßen Auge zu sehen, die man mit dem Fernrohr sehen kann. Und Sie kennen alle die Bilder, die es inzwischen gibt vom Hubble Space Teleskop, einem Fernrohr, was außerhalb der Erde ist, das noch tiefer ins Weltall schauen kann als die Teleskope, wenigstens bis vor einigen Jahren, als die Teleskope, die hier auf der Erde waren. Inzwischen gibt es auf der Erde riesengroße Spiegel, die teilweise über zehn Meter groß sind und die sind sozusagen nochmal vergrößerte Augen. Aber sie empfangen immer nur sichtbares Licht, also das Licht, was wirklich sichtbar ist. Ja, aber dann, naja, so nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, entstand eine neue Art von Astronomie. Das war das allererste Mal, dass man sich nicht mehr auf seine Augen verlassen konnte, also dass es nicht mehr etwas mit sichtbarem Licht zu tun hat, also nicht mehr optischer Astronomie war, die Benennung von Dingen da oben, sondern man musste ein Modell dazwischen schalten, mit großen Radioteleskopen, riesengroßen Teilen, zum Beispiel in Deutschland steht in der Eifel eines, 100 Meter groß, das Radioteleskop von Effelsberg. Mit dieser Art von Teleskopen schaut man auf ein völlig anderes Universum, ein ganz anderes Universum als das, was wir normalerweise mit unseren Augen, beziehungsweise mit optischen Teleskopen sehen können, nämlich das Radio, das Radiouniversum. Das Radiouniversum sieht ganz anders aus, da kann man völlig andere Dinge sehen, ja, was sieht man denn? Nun, kommen wir nochmal zurück. Bei dem optischen Teleskop ist klar, was man da sieht, sind vor allen Dingen Sterne. Sehr viele Sterne, ganz klar. Sie bauen sich nur mal an einem schönen Sommerabend, wenn es richtig dunkel ist, hinzustellen, auch im Winter natürlich, das ist noch dunkler, man sieht aber nicht so viel, und Sie sehen lauter Sterne. Sterne, 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 ab und zu mal ein kleiner Nebel, das ist, wenn Sie Glück haben, Andromeda, wenn es sehr, sehr gut ist. Aber das optische Licht ist etwas für Sterne. Das kann man gut verstehen, ne? Sterne strahlen, man hat sichtbares Licht, fein. Beim Radio, bei einer Radiobeobachtung nimmt man nun elektronische Daten auf, mithilfe dieser riesengroßen Schüsseln. Die Radiowellen kommen in das Radioteleskop und müssen aber nun, damit man sie verstehen kann, damit man überhaupt was damit anfangen kann, muss man ein theoretisches Modell setzen zwischen sich und den Daten. Man muss nämlich eine Interpretation vornehmen, was bedeuten die Radiowellen, welcher Prozess erzeugt die Radiowellen. Beim sichtbaren Licht weiß ich das, ne? Gucke ich auf die Sonne, weiß ich, jeder Stern macht sichtbares Licht, geschenkt. Bei den Radiostrahlungen ist es was ganz anderes. Radiostrahlung kommt zustande durch kaltes Gas. Kalte Wasserstoffwolken, durch relativistische Elektronen, die um Magnetfelder herumgyrieren. Also Radioemission, die Strahlung, die man mit den großen Teleskopen aufnimmt, die zeigen uns ein völlig anderes Bild des Universums, nämlich Gaswolken. Sie zeigen uns das Bild von dem Universum zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien. Das heißt also, Astronomie ohne Fernrohr ist bei der Radioastronomie sofort eine Astronomie, die erfordert, dass man Physik mit hineinbringt. Es nutzt nicht mehr nur das einfache Schauen, sondern man muss Physik mit reinbringen. Also radioastronomische Beobachtungen zeigen uns relativistische Elektronen eigentlich sind. Ach so, das habe ich ganz vergessen. Also relativistisch hat ja immer was mit Lichtgeschwindigkeit zu tun. Ein normales Teilchen, jetzt hier zum Beispiel hier im Studio, wir haben hier eine mittlere Temperatur von, naja, sagen wir mal grob 30 Grad. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Das heißt, die Teilchen hier drin bewegen sich mit Geschwindigkeiten, die der Temperatur von grob 300 Kelvin entsprechen. 30 Grad Celsius und grob 300 Kelvin. Das heißt, die Teilchen, die hier drin sind, bewegen sich mit Geschwindigkeiten von einigen Metern pro Sekunde. Ziemlich schnell, ganz ordentlich. Aber sie sind noch nicht relativistisch. Relativistisch wird die Welt erst dann, wenn die Teilchen sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und relativistische Elektronen, die sind also richtig schnell, sie haben fast Lichtgeschwindigkeit, wenn die sich um Magnetfelder herum bewegen, dann emittieren die Radiostrahlung. Naja, Radiostrahlung kommt offenbar bis zum Erdboden durch. Eine andere Strahlung kommt auch noch bis zum Erdboden durch. Infrarotstrahlung. Infrarotstrahlung am Universum. Wo kommt ihr her? Von kalten Wolken, sehr kalten Wolken, teilweise nur einige wenige Grad Kelvin. Also das heißt so minus 250, minus 260 Grad kaltes Gas. Daher kommt die Infrarotstrahlung. Und die kann man bis zu einem gewissen Bereich noch auf der Erde beobachten. Allerdings nicht alles. Woran liegt das? Naja, das liegt am Wasser, in der Atmosphäre. Das Wasser in der Atmosphäre absorbiert einen Teil der Infrarotstrahlung, die aus dem Universum kommt. Deswegen muss man, um wirklich gute Infrarotastronomie machen zu können, muss man mit dem Teleskop ins Weltall raus. ISO zum Beispiel war ein Satellit, der draußen das Universum zum ersten Mal im Infraroten sozusagen abgescannt hat, also eine große Kartierung vorgenommen hat. Was sagt uns die Infrarotstrahlung? Kalte Wolken. Kalte Wolken sind übrigens ganz wichtig für die Entstehung von Sternen. Also damit ein Stern entsteht, muss die Gaswolke möglichst kalt sein, damit sie in sich zusammenfallen kann. Staub. Infrarotastronomie erzählt uns was über Staub. Meine Güte, also jede Menge Staub gibt es da draußen. Alles Dinge, die man mit einem normalen optischen Teleskop gar nicht finden kann. Also Radioastronomie zeigt uns ein anderes Bild vom Universum. Infrarotastronomie zeigt uns ein anderes Bild vom Universum als das, was wir mit den Teleskopen und mit unseren Augen sehen können. Was haben wir noch? Nun, Infrarot hatten wir schon, Ultraviolettstrahlung. Ja, das ist ja nun so ein Fall. Wir leben ja auf einem Planeten, der, wie soll ich sagen, Gott sei Dank vor Ultraviolettstrahlung geschützt ist. Das kommt ja durch diese Ozonschicht. Wir arbeiten ja gerade an einem großen Terraforming-Experiment auf unserem Planeten, Leben ohne Ozonschicht. Wir werden mal sehen, wie in ein paar hundert Jahren das hier aussieht. Aber bis heute haben wir eine relativ stabile Ozonschicht, die uns vor Ultraviolettstrahlung der Sonne schützt. Nun, die Ultraviolettstrahlung, die entsteht nicht nur auf der Sonne, sondern auch bei vielen anderen sehr, sehr viel heißeren Sternen. Die kommt aber nicht bis zum Erdboden durch, sondern auch da müssen wir raus, wohin? Ins Weltall. Also Astronomie ist heute hauptsächlich und zu großen Teilen Weltraumastronomie. Was haben wir noch? Ich habe was vergessen. Infrarot, habe ich ganz vergessen. Ach, Mensch, das darf ich nicht vergessen. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Infrarotastronomie ist die Hintergrundstrahlung des Kosmos. Das Echo des Urknalls hätte man mit dem optischen Teleskop nie finden können. Nie. Also kosmologische Beobachtungen sind auch nur möglich, wenn man also das elektromagnetische Spektrum deutlich erweitert und viel, viel weiter greift als nur das sichtbare Licht. Okay, also gehen wir wieder zur Ultraviolettstrahlung. Ultraviolettstrahlung hat was mit heißen Sternen zu tun. Sehr, sehr heißen Sternen, die teilweise 40.000, 50.000 Grad heiß sind. Und Ultraviolettastronomie hat was damit zu tun, wie sich gewisse Elemente im Universum zeigen. Elemente heißt die chemischen Elemente, deren Linien in Ultravioletten sagen uns etwas darüber aus, wie heiß ein Gas ist. Und heiß, hohe Temperaturen sind auch wichtig bei der Röntgenastronomie. Auch da sind wir ja froh, dass die Strahlung, eben die Röntgenstrahlung, zum Beispiel von der Sonne, nicht bis auf den Erdboden durchfällt. Sondern von der Erdatmosphäre absorbiert wird. Und auch da braucht man praktisch wieder einen Satelliten. Man kann in diesen Wellenlängenbereichen oberhalb des optischen Lichtes praktisch überhaupt nicht mehr ohne die weltraumgestützte Astronomie auskommen. Und jedes Mal, also Sie merken das schon, jedes Mal brauchen Sie einen Satelliten, dann brauchen Sie einen Computer. Bis zum Gehtnichtmehr. Dann müssen die Computer schon mal eine Vorauswahl vornehmen von den Daten, die da kommen. Denn das Universum ist ja im Großen und Ganzen ein sehr, sehr starker Strahler. Da gibt es ja einen Röntgenhintergrund. Und es gibt also Hintergrundquellen noch und nöcher. Dann brauchen Sie jemanden, der diese Daten analysiert. Der die Daten schon mal vorauswertet. Und noch einer weiteren Vorauswertung unterwirft. Und, und, und. Und am Ende kommt dann unter Umständen mal ein Bild raus. Röntgenhintergrundquellen ist aber nicht das Ende. Also ganz schlimm wird es bei Gamma-Astronomie. Ist klar, dass Gamma-Strahlen nicht durchkommt, prima. Wir können ja wirklich froh sein. Da, das kann man praktisch auch nur noch im Weltall machen. Aber jedes Mal, wenn man also einen neuen elektromagnetischen Wellenbereich aufmacht, stellt man fest, also für mich jetzt als Theoretiker, ich kann das ja mal hier so sagen, wir sind ja unter uns, die Romantik verschwindet zusehends aus der Astronomie. Also bei der optischen Astronomie, früher zum Beispiel, hat er einen Assistent, der durfte nicht heiraten, weil er ja sonst unter Umständen seine Nächte, na. Klar, bei den Infrarot-Astronomen, bei den Radio-Astronomen, bei den Röntgen-Astronomen, die können den ganzen Tag beobachten. Also bei denen gibt es da keine Einschränkung. Aber die Romantik, nämlich einen direkten Blick zum Himmel zu werfen und vielleicht sogar das Objekt der eigenen Begierde, also in dem Fall das Objekt der wissenschaftlichen Untersuchung selbst zu betrachten und selbst mit den eigenen Augen zu sehen, das verschwindet zusehends. Heutzutage ist in der Astronomie eine Sache angesagt, die heißt Robotik-Teleskop. Dass man also, bei den Satelliten ist klar, ist ja kein Astronom mehr dabei, aber selbst die Teleskope auf der Welt werden automatisch inzwischen betrieben und der Beobachter fährt gar nicht mehr hin, schaut sich das gar nicht mehr an. Ich kann Ihnen eigentlich nur eins sagen, Astronomie ohne Fernrohr, jawohl, das gibt es. Aber sagen wir mal, die richtige menschliche, auch auf das menschliche Maß bezogene Astronomie ist immer noch diejenige, die was mit dem Fernrohr oder mit dem Fernglas zu tun hat, dass man mal an einem Abend da sitzt, sich den Himmel anschaut, vielleicht die ganze Milchstraße sieht, sogar die Staubstreifen an der Milchstraße sieht und einfach auch vor dem gestirnten Himmel erschauert. Und dann bleibt mir oft nur der schottische Philosoph David Hume, der mal gesagt hat, die Welt ist ein unerklärliches Rätsel. Skepsis, Zweifel sind das einzige Urteil, was uns bleibt, selbst wenn wir das Universum noch sorgfältiger und noch genauer untersuchen werden. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, es gibt Sendungen, da bin ich, sagen wir mal, einigermaßen sprachlos. Vor etlichen Wochen hat mir jemand eine E-Mail geschickt und hat mich gefragt, ja, wie ist denn das nun mit den Naturgesetzen? Man würde immer lesen, die Naturgesetze sind konstant, die Naturkonstanten sind konstant, sonst wären sie ja keine Naturkonstanten. Ist denn das tatsächlich so? Und woher kommen die Naturgesetze? Und wie sind sie entstanden? Und, 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 und. Also, als ich mich für diese Sendung jetzt vorbereitet habe, da ist mir ein Spruch von Wittgenstein untergekommen, den muss ich Ihnen unbedingt vorlesen, weil da werden wir nämlich hinkommen. Wittgenstein schrieb, um dem Denken eine Grenze zu setzen, müsste man beide Seiten dieser Grenze denken können. Wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt. So, und jetzt sind Sie dran. Also, Naturgesetze. Was ist ein Naturgesetz? Ein Naturgesetz ist zum Beispiel, wenn die Stewardess Kaffee ausgeschenkt hat, dass der Pilot unmittelbar Turbulenzen meldet. Begründung für das Naturgesetz? Kaffee ist der Grund für die Turbulenzen. Physikalische Naturgesetze lassen sich nun nicht begründen. Und wir müssen aber trotzdem mal der Frage nachgehen, vielleicht können wir irgendwas Intelligentes dazu sagen, sind Naturgesetze, sind die Naturgesetze zufällig? Tja. Brrrr. Also, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sagen. Oder andersrum gesagt, häufig entwickelt sich ja der Zufall, oder das, was wir zufällig nennen, ist ja oft nur unsere Unwissenheit. Also, wenn wir über die Naturgesetze reden, wissen wir denn überhaupt, worüber wir reden? Oder ist der Zufall nichts anderes als nur immer wieder eine Verschiebung unseres Wissenshorizontes? Irgendwann ist etwas nicht mehr zufällig, weil dann weiß man endlich, wie es zustande kommt, wie das mit dem Kaffee ist. Also, wie viele Naturgesetze haben wir denn? Vier. Genau vier. Also, Gravitation, Schwerkraft mit anderen Worten, Elektrodynamik, also das ist die Sache mit den positiven und negativen Ladungen, dann haben wir eine Kernkraft, das ist die starke Kernkraft, die hält die Kerne zusammen, dann haben wir eine schwache Kernkraft, die ist dafür zuständig, dass manche Kerne auch wieder zerfallen, radioaktiver Zerfall. Wir haben also genau vier Kräfte im Universum, und diese vier, diese großen vier, sind nun dafür zuständig, wie die Welt funktioniert, sagen die Physiker. Vier Kräfte werden durch vier Maßzahlen beschrieben. Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Diese Maßzahlen, die beschreiben in gewisser Weise die relative Stärke zueinander. Also, fangen wir mal mit der starken Kraft an. Nehmen wir mal an, die starke Kraft hätte die Stärke 1. 1. Ist klar. Dann hat die elektrodynamische Wechselwirkung, also die Anziehung zwischen zwei geladenen Teilchen, die Stärke ungefähr 1 zu 100, so grob. Grob. Die schwache Kraft hat eine Stärke von 1 zu, lassen Sie mich nicht lügen, 100 Milliarden. Also, ziemlich schwach, merken Sie es. Aber es wird noch viel schlimmer. Die Gravitation, also die Schwerkraft, hat im Vergleich zur starken Kernkraft eine Stärke von 1 zu 10 hoch 40. Das ist also eine Null mit 39 Nullen und dann kommt erst die 1. Also, die Kraft, die gibt es quasi gar nicht, im Vergleich zur starken Kraft, wie sie in den Kernen wirkt. Tja, also wir haben vier Kräfte und vier Maßzahlen. Das wird, also ich sage es Ihnen gleich, das wird nicht einfach, die Sendung. Diese Maßzahlen setzen sich nun zusammen aus Naturkonstanten. Da gibt es zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit. Dann gibt es die Masse des Protons, die Masse des Elektrons und, was brauchen wir noch, eine Konstante und das Planck'sche Wirkungsquantum. Naturkonstanten. Sind Naturkonstanten konstant? Kann man das irgendwie messen, dass eine Naturkonstante schon seit Ewigkeiten quasi konstant ist? Kann man. Wie? Nun ja, man muss natürlich tief in die Zeit zurückgucken. Man guckt einfach sehr, sehr, sehr weit ins Universum zurück und schaut sich an, ob zum Beispiel die Strahlung von Objekten, die sehr weit von uns entfernt sind, ob sich diese Strahlung in irgendwas von der Strahlung unterscheidet, die wir von den Objekten bekommen, die sehr nah an uns dran sind. Ein tiefer Blick ins Universum ist ja ein tiefer Blick zurück in die Zeit. Ist ja klar, wegen der Lichtgeschwindigkeit. Zum Beispiel ein Quasar. Quasare sind sehr, sehr, sehr helle Objekte, ganz am Anfang des Universums. Da war das Universum so grob 500 Millionen Jahre alt, vielleicht auch eine Milliarde Jahre. Das Licht bewegt sich also schon eine ganze Weile zu uns, also ist eine ganze Weile unterwegs, so 13, 14 Milliarden Jahre, kommt aber aus dieser Urzeit des Universums. Und was stellen wir fest? Das Licht, namentlich die Spektrallinien, die man in den Quasaren misst, die sind von nichts zu unterscheiden, sind in nichts zu unterscheiden von den Spektralien, die wir hier von unseren Unmittelbaren, von der Sonne, von anderen nahen Sternen oder sowas bekommen. Das heißt also, die Quasare sagen uns schon mal, alle Prozesse, die für die Entstehung der elektromagnetischen Strahlung verantwortlich sind, die scheinen seit, sagen wir mal grob, 14 Milliarden Jahren immer dieselben zu sein. Also die Naturkonstante, die da eine Rolle spielen, das ist nämlich die Lichtgeschwindigkeit und die elektrische Ladung und H, also das Planck'sche Wirkungsquantum, die sind konstant. Also mit einer ganz, ganz, ganz minimalen Abweichung, die können wir aber quasi vergessen. Man kann das aber auch hier auf der Erde messen. Wie? Na, man schaut sich einen physikalischen Prozess an, der Milliarden Jahre dauert. Welcher wäre das? Radioaktiver Zerfall von Uran. Das zieht sich ein paar Milliarden Jahre hin. Wenn die Halbwertszeit, also bis irgendwie zum Beispiel ein Kilogramm Uran auf die Hälfte zerfallen ist, in welcher Reaktionskette auch immer, das dauert grob, sagen wir mal ganz grob, zwei Milliarden Jahre. Das heißt, man kann nun aus dem radioaktiven Zerfall eines solchen Elementes, radioaktiver Zerfall heißt ja, da zerfallen Kerne, zerfallen in andere Kerne, kann man etwas darüber lernen über die Prozesse, die in den Kernen sich seit Milliarden Jahren abspielen. Die Maßzahl, die diese Kernkraft beschreibt, das sind nämlich zwei, nämlich die starke Kraft und die schwache Kernkraft, die scheinen sich auch nicht zu ändern. Also was immer wir aus den astronomischen Beobachtungen und den physikalischen Experimenten auf der Welt lernen, die Naturgesetze sind offenbar konstant, die Naturkonstanten sind konstant, alles ist konstant. Tja, und dann gibt es so komische Zufälle, ganz komische Zufälle. Erst zum Beispiel, wenn man mal ausrechnet, die Masse eines Menschen. Die Masse eines Menschen, sagen wir mal, so wie ich, so knapp 100 Kilo, kann man auch ausrechnen aus dem Produkt der Masse eines Planeten mal der Masse eines Protons und die Wurzel draus. Das ist die Masse eines Menschen. Ja, es ist so, ist so. Die Länge eines Planeten, also die typische Ausdehnung von einem Planeten, sagen wir mal so grob, 7.000, 8.000 Kilometer, ist so was wie die Länge eines Atoms mal die Länge des Universums. Ja, setzt sich so zusammen. Ich kann es nicht ändern. Was hat das zu sagen? Nun, zunächst einmal sagt es uns nichts. Eigentlich sagt es uns, es kann ja Zufall sein, deswegen ja auch die Frage, sind die nun zufällig oder nicht. Man könnte also jetzt mal die Frage stellen, nehmen wir doch mal an, diese vier Wechselwirkungen, also Schwerkraft, Elektrotechnik, Kernkraft, wären ein bisschen anders. Haben wir die Möglichkeit, uns ein anderes Universum zu erdenken? Denken Sie an Wittgenstein, können wir das Undenkbare denken, denken wir es einfach mal, denken wir mal nach. Ja, machen wir doch mal. Treiben wir die Schwerkraft ein bisschen rauf, schon kriegen wir ein Problem an den Hals. Es gäbe uns nicht, denn die Sterne würden schneller ihren Kernbrennstoff verbrennen. Warum? Nun, der Druck auf die innere Maschine wäre viel zu hoch, die Sterne würden sehr, sehr schnell ausgehen. Aber die Sterne würden auch viel kleiner werden, nur ein paar tausend Kilometer. Die Erde würde zum Beispiel nur 13 Kilometer groß werden, wenn diese Gravitation ein bisschen stärker wäre. Die Erde wäre also kein Planet mehr, die wäre nur noch ein Felsenbrocken. Die Erde würde in unmittelbarer Nähe um die Sonne herumrasen. Und, 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 und. Drehen wir ein bisschen an der elektromagnetischen Wechselwirkung rum. Was glauben Sie, was passiert, wenn man an der elektromagnetischen Wechselwirkung ein bisschen was macht? Tja, dann haben Sie ein Problem. Die chemischen Bindungen zwischen Atomen in den Molekülen, aus denen ja auch Sie aufgebaut sind, die würden sich drastisch verändern. Also, zum Beispiel bei Sauerstoff, nehmen wir mal hier so ein Sauerstoffatom aus der Luft raus, ein Molekül, sind ja zwei Sauerstoffatome, die miteinander da verbunden sind. Wenn jetzt nur die elektromagnetische Wechselwirkung zu stark wäre, dann würden die Kerne die Elektronen viel stärker an sich ziehen. Ja, da wäre nichts mehr mit Molekülbildung, wäre Feierabend, ne? Weil keines der Atome ein Elektron abgeben würde. Es käme gar nicht mehr zur Molekülbildung. Also, man hat letztlich überhaupt keine großen Möglichkeiten. Denkt man das alles durch, dann erscheint einem das Dasein von überhaupt irgendetwas als ein Riesenzufall. Ja, also zufällig. Alles zufällig, oder was? Na, ist das ja hier keine theologische Sendung. Ich ahne ja schon, was in Ihrem Hinterkopf vor sich geht, aber ich sage Ihnen was. Man kommt aus dem Dilemma raus, wenn man mal ganz egozentrisch denkt. Ja. Das ist jetzt mal eine Sendung, die also dem Egoismus jetzt mal hier das Wort redet. Unsere Existenz sagt nämlich, dass das Universum so sein muss, wie es ist. Nochmal von vor, ich wiederhole. Unsere Existenz sagt, dass das Universum so sein muss, wie es ist. Denn sonst wären wir nicht. Mit anderen Worten, wir können nur in einem Universum existieren, in dem der Satz von Naturkonstanten und der Satz von Naturgesetzen genauso ist, wie er hier in diesem Universum ist. Ansonsten gäbe es gar niemanden, der die Frage stellen könnte, ob die Naturgesetze zufällig sind, weil den Beobachter gäbe es gar nicht. Wenn wir, nehmen wir mal an, nur mal für Spaß, wir wären die einzigen im Universum, die das Universum angucken können. Unsere Existenz hängt davon ab, dass ein Universum Struktur entwickelt. Drehen wir ein bisschen an der Gravitationskonstante herum, Herrschaften, ist Feierabend. Also entweder ist das Universum zu leer, dann hat es nicht genügend Materie, dann expandiert es viel zu schnell und es bilden sich keine Strukturen. Oder das Universum ist zu voll, dann kollabiert es gleich wieder, gibt es auch keine Strukturen. Es gibt nur einen hauchdünnen Grad für die Entwicklung des Universums, wo es genau mit der gleichen Expansion, mit der richtigen Expansionsgeschwindigkeit sich ausbreitet, damit, na, genau, damit Galaxien entstehen, damit Sterne entstehen, damit Planeten entstehen, damit Leben zum Beispiel entsteht. Das heißt, nur in diesem Universum, das zeigen unsere Forschungen der letzten Jahre ganz deutlich, nur in diesem Universum kann es überhaupt Beobachter geben. Es geht gar nicht anders. Es muss so sein, wie es bei uns ist. Ja, man hat ja Wittgenstein auch gesagt, worüber man nichts zu sagen hat, darüber sollte man schweigen. Also man hat ja fast den Eindruck, hier beißt sich doch die Katze in den Schwanz, die Dinge sind so, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind, nur weil wir da sind. Das ist ja hochgradig, also vom philosophischen Standpunkt oder sagen wir mal vom metaphysischen Standpunkt her gesehen, ist das Thema hochgradig sensibel. Das läuft auch unter dem Stichwort das antropische Prinzip, dass man also aus der Existenz des Menschen auf die Eigenschaften eines Universums zurückschließt. Also Zufall mögen die Naturgesetze sein, aber in unserem Universum sind sie sicherlich kein Zufall oder beziehungsweise wir sind kein Zufall, denn wir sind das Resultat von Naturgesetzen. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage übrig, ja, gibt es jetzt nur so ein Universum, in dem diese vier Naturgesetze existieren, oder gibt es noch andere? Und meine, ich weiß es ja, also mir selber liegt es ja auch auf der Zunge, man kommt ja nicht umhin, darüber zu sprechen oder darüber zu spekulieren, ob es nun einen Schöpfungsakt gegeben hat mit dem entsprechenden Schöpfer dazu oder nicht. Die entsprechende Lösung, die man auf der anderen Seite, also von der natursissenschaftlichen Seite, heute anpeilt, weil man offenbar so selten oder so ungern auf einen Schöpfer zurückgreift, ist, es gibt viele Universen, unglaublich viele, die einen, die gehen ganz schnell kaputt, weil die explodieren zu schnell, die expandieren zu schnell, keine Struktur, die anderen fallen schnell in sich zusammen, auch keine Struktur, auch keine Beobachter. Und nur eine ganz bestimmte Sorte von Universen kann sozusagen überhaupt überleben. Und das ist die, diese Art von Universum, in der wir uns befinden. Die winzigsten Abweichungen von diesen Naturgesetzen würden es uns sofort unmöglich machen, diese Frage nach der Zufälligkeit der Naturgesetze überhaupt zu stellen. Also Sie merken schon, das war jetzt ein äußerst kompliziertes und komplexes Gebiet. Aber ich kann Ihnen eigentlich nur eines sagen, zu jedem komplexen Problem gibt es eine einfache und leicht verständliche, aber falsche Lösung. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir machen es ganz kurz mit der Begrüßung heute. Was glauben Sie, was ich hier habe? Ich habe hier ein Wurmloch. Ein Wurmloch. Ein Wurmloch. Das Licht kommt durch dieses Wurmloch aus dem Rand, vom Rand des Universums. Von der anderen Seite. Millionen und Abermillionen Lichtjahre von uns entfernt. rast das Licht durch das Wurmloch auf uns zu. Quatsch. Das ist ein Loch, das hat einer gebohrt, weil es ihn gewurmt hat, weil er die Physik nicht verstanden hat. Jemand, der hier auf dieser Schulbank saß. Kurt Ducholski hat gefragt, woher kommen die Löcher im Käse? Wir wollen heute fragen, woher kommen die Löcher im All? Gibt es die Wurmlöcher überhaupt? Was ist ein Wurmloch? Ist das nur die Idee von irgendwelchen Science-Fiction-Autoren oder ist da mehr dahinter? Also, Wurmlöcher. Was ist ein Wurmloch? Um Gottes Willen, möchte man fast fragen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das beschäftigt sich der Mann schon wieder mit Science-Fiction. Ja, ein bisschen schon. Aber auch mit Physik. Also, Wurmlöcher sind ja in der Science-Fiction-Literatur das normale Transportmittel. Man fliegt von einem Ende der Galaxie mal eben durch das Wurmloch durch und ist dann gleich am anderen Ende. Es gibt quasi schon Reiseagenturen für Wurmlochreisen, mal eben dahin und dorthin. Ja, schnallen sich an, stellen sich das Rauchen ein und die Rücken lehnen nach oben und wir desintegrieren sie durchs Wurmloch durch und auf der anderen Sende müssen sie mal gucken, wie sie ihre Bestandteile wieder zusammenfinden. Könnte eigentlich nur ein realistischer Text lauten, den eine Stewardess in einem Raumschiff spräche, wenn es denn Wurmlöcher gäbe. Wurmlöcher. Wurmlöcher, Wurmlöcher, Wurmlöcher. Als ob sich Würmer durch das Weltall gebohrt hätten, um dort irgendwelche Löcher zu machen. Tja, da sind wir wieder in dem Reich der Möglichkeiten angekommen und die Frage ist, ob das Reich der Möglichkeiten mit dem Reich der Wirklichkeiten auch tatsächlich was zu tun hat. Also machen wir Physik, machen wir ordentliche Astrophysik. Mit anderen Worten, wir steigen wieder mal ein in die allgemeine Relativitätstheorie und fragen nach Wurmlöchern. Wurmlöcher sind eigentlich ganz einfach, da bildet sich ein Eingang, dann kommt das Wurmloch und dann ist auf der anderen Seite ein Ausgang. Der Eingang ist ein schwarzes Loch, dann kommt das Wurmloch und dann kommt unten aus dem weißen Loch kommt man wieder raus. So hat man sich das vorzustellen. Jetzt ist es ja so, dass man eigentlich denken würde, dass sich um ein schwarzes Loch herum, die wissen ja, sie erinnern sich, Masse grümmt den Raum. Viel Masse grümmt den Raum sehr stark und ein schwarzes Loch grümmt den Raum sozusagen komplett. Wie soll es denn dann zum Loch kommen? Nun, Anfang der 60er Jahre hat jemand ausgerechnet, dass ein schwarzes Loch nicht nur den Raum grümmt, sondern wenn es sich dreht, das schwarze Loch hier, dann verzerrt es den Raum auch noch zunehmend und es kommt so eine Art Strudel dabei heraus. Und dann, wie so oft, theoretische Physiker rechnen aus, könnte es sein, dass man sich von einem Wurmloch angezogen durch das Wurmloch hindurch bewegt und dann auf der anderen Seite des Universums wieder rauskommt. Wie muss man sich das vorstellen? Folgender Fall. Sie stehen in Ihrem Wohnzimmer auf dem Teppich und wollen den Schrank von der Wand ziehen. Sie nehmen also jetzt hier ein Lasso, legen das Lasso um den Schrank herum und fangen an zu ziehen. Was passiert? Der Teppich wird anfangen, sich aufzuwölben. Sie ziehen mehr, der Teppich wird noch mehr aufgewölbt. Es gibt also hier Falten und Falten und noch und noch und noch. Und genau das würde dann auch passieren beim Wurmloch. Sie ziehen den Schrank langsam zu sich ran und brauchen dann eigentlich nur noch über diese Teppichverknurpselung und Verwerfung hinauf drüber zu steigen, denn der Weg vom Schrank zu Ihnen ist ja kürzer geworden, weil der Teppich zusammengeknäult worden ist. Nicht? Ist ja klar. Und genau das Gleiche wäre es dann auch bei einer Sternreise von der Erde zum Beispiel zu Alpha Centauri meins halten. Es wäre nicht so, dass Alpha Centauri da bliebe, sondern wir müssen den Raum so zusammenkrümmen, dass Alpha Centauri genau wie der Schrank einfach näher kommt. Wir müssen ziehen am Raum, damit er sich richtig verkrümmt und richtig verknurpselt und dann brauchen wir eigentlich nur noch über die Raumverwerfung drüber zu gehen und dann sind wir quasi schon da. Wurmlöcher hätten natürlich einen Riesenvorteil. Also man könnte unheimlich schnell galaktische Reisen, überhaupt kein Problem, durchlaufen. Galaktisch eben mal kurz an den Rande der Milchstraße oder zur nächsten Milchstraße. Es müsste halt nur genügend Energie da sein, die man haben muss, um den Raum so zu krümmeln. Wie ist denn das überhaupt? Drehende schwarze Löcher. Gibt es denn schwarze Löcher, die sich drehen? Es gibt eigentlich nur schwarze Löcher, die sich drehen. Warum? Naja, also fangen wir mal an. Wie entsteht ein schwarzes Loch? Klar, ich will nur noch mal für Spaß noch mal zur Wiederholung. Ein schwarzes Loch entsteht, wenn ein Stern in seinem Innersten nicht mehr weiterkommt. Fusionsmäßig. Also keine Energiequelle mehr im Inneren da ist und der Stern schwer genug ist, sagen wir mal so, wenn der Sternrest schwerer ist als drei Sonnenmassen, dann wird es ein schwarzes Loch innen drin. So, jetzt hat aber der Stern vorher ja eins gehabt. Drehimpuls, sehr klar. Und das ist genau wie als Kunstläuferin und so weiter. Wenn die die Arme anzieht, wird sie schneller. Und genau so ist es natürlich auch beim schwarzen Loch. Wenn also dieser Kernrest kontrahiert, dann nimmt er den ganzen Drehimpuls mit und das schwarze Loch dreht sich ganz automatisch. Es muss sich drehen. Hier. Das ist logisch. Anderer Fall. Nehmen wir an, es entsteht ein schwarzes Loch, das sich nicht dreht. Also es liegt jetzt hier und grümmt den Raum. Klar. Grümmt den Raum tief und tief und tief. Und jetzt kommt aber Gas in seine Nähe. Und was hat dieses Gas? Der Gas hat immer Drehimpuls, weil Gas ist quasi nie still. Das Gas bildet eine Aggressionsscheibe um das schwarze Loch rum. Und, da das Zeug ja alles nachher irgendwann früher oder später aufs schwarze Loch fällt, und der Drehimpuls kann ja nicht weg, wird der Drehimpuls, also die Drehenergie, auf das schwarze Loch geladen und das Ding fängt an, sich zu drehen. Klar. Das Irre ist jetzt, an diesen drehenden schwarzen Löchern, also wir sind tief in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn Sie es noch nicht gemerkt haben, das Irre ist, dass die Materie also sehr, sehr viel näher an das schwarze Loch heran kann bei einem drehenden schwarzen Loch als bei einem nicht drehenden. Es kann also näher heran und kann auf die Art und Weise immer noch strahlen. Die Strahlung kommt also noch raus, weil der Schlund, der Schwerkraftschlund des schwarzen Loches, der einfach viel schmaler ist, wenn es sich dreht, das schwarze Loch, weil das alles mit sich hinein zerrt, als wenn es sich nicht dreht. Also, drehende schwarze Löcher gibt es. Keine Frage. Gibt es jetzt auch Wurmlöcher? Nö. Also, es gibt keine Wurmlöcher, es gibt keine weißen Löcher, also Löcher, praktisch Löcher im Raum, aus denen Materie heraussprüht, so wie es auf der anderen Seite hineingezogen wird. Das hat man noch nie beobachtet. Könnte man, falls es Wurmlöcher geben sollte, irgendwo anders, wo wir einfach noch nicht lange genug hingeguckt haben, könnten wir da durchfliegen? Naja. Jetzt ist es ja so, wenn man den Raum also so grümmt wie ein schwarzes Loch, dann wird ja der Raum immer kleiner und kleiner und kleiner und noch kleiner. Das heißt, irgendwann spielen die Effekte, die auf ganz kleinen Längen eine Rolle spielen, eine Rolle. Nämlich Quanteneffekte. Und die Quantenwelt ist ja unbestimmt. Das heißt, ein Wurmloch ist einfach nicht stabil auf dieser Quantenlänge. Das kann schon mal passieren, dass so ein Wurmloch auf einmal kollabiert. Das hieße, der Kanal, durch den ein Raumschiff, da müssen Sie sich mal überlegen, ein Quantenraumschiff, da durchfliegen will, der ist gar nicht stabil. Wenn Sie, jetzt kann man, das kann man ausrechnen, das ist unglaublich, aber man kann es wirklich ausrechnen. Nehmen wir an, wir hätten ein stabiles Wurmloch irgendwie hingekriegt. Nur mal für Spaß und jagen jetzt ein normales Raumschiff da rein. Also normale Materie in das Wurmloch rein. Was glauben Sie, was da passiert? Das Wurmloch kollabiert. Das ist also auch dumm für den Raumfahrer in dem Moment, weil dann ist Feierabend. Es ist sowieso ein Problem, da durchzufliegen, denn in einem Wurmloch, damit man da reinkommt, muss man mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Im Wurmloch aber, in der Mitte des Wurmloch, bleibt die Zeit stehen. Ist auch nicht schön. Der will irgendwo hin und will natürlich auch wieder zurück. In der Zwischenzeit sind auf der Erde fünf Milliarden Jahre vergangen. Dabei ist er vielleicht nur zwei Tage unterwegs gewesen. Ist also auch nicht das Wahre. Aber das Allerschlimmste ist eben, dass das Einbringen von normaler Materie in dieses Wurmloch, man kann es richtig sehen, führt dazu, dass das Wurmloch kalabiert. Vor einigen Monaten hat ein russischer Kollege nun ausgerechnet, dass es ja eine besondere Form von exotischer Materie geben könnte, die, wenn wir die da reinschicken, die bliebe vielleicht, die könnte vielleicht durch das Wurmloch durchfliegen und würde das Wurmloch noch stabilisieren durch ihre, wie soll man sagen, Antigravitation. Würde also dagegen drücken, nicht? Also die Materie zieht nicht, sondern drückt dagegen und drückt das Wurmloch auf die Art und Weise auseinander. Jetzt muss man aber eines wissen. Um so eine Form von Materie herzustellen, muss man unglaublich viel Energie aufwenden. Wie viel? Naja, also sagen wir mal so, für die Menge von Antimaterie, die wir auf der Erde bräuchten, um eine 40 Watt Glühbirne anzutreiben, müssen wir ungefähr 10 Kernkraftwerke anhängen, weil wir kriegen ja jede Menge Energieverluste. Das hat also keinen Wert. Bei exotischer Materie müssten wir noch mehr Energie aufwenden. Wir müssten so viel Energie aufwenden, dass wir praktisch die Sonne anzapfen müssten, um exotische Materie zu erzeugen, wie man damit ein Raumschiff bauen will. Das weiß ich sowieso nicht. Aber nehmen wir mal an, wir hätten das und es gäbe ein Wurmloch, dann könnte man also theoretisch, theoretisch zumindest, so durch ein Wurmloch durchfliegen. Eine außerordentlich interessante Theorie hat vor vielen, vielen Jahren ein anderer russischer Kollege aufgestellt. Und zwar hat er sich gefragt, wenn eine Zivilisation die Milchstraße kolonisieren will, will also von A nach B und von C nach D fliegen und das möglichst in der Zeit, wo die Passagiere der Raumschiffe auch noch überleben, welche Eigenschaften muss diese Zivilisation haben? Und er stellte fest, es muss also drei Arten von Zivilisationen geben, die so praktisch schrittweise eine nach der anderen aufgebaut werden. Zivilisationsklasse Nummer 1, das sind die sogenannten Planetos, würde ich sie mal nennen, also das sind die Kameraden, die einen ganzen Planeten beherrschen, die können das Wetter kontrollieren, die können Erdbeben verhindern und so weiter und so weiter. Das heißt, die beherrschen die Energiequellen des Planeten total, besitzen natürlich Kernfusion und so weiter, ist keine Frage. Das ist das unterste Niveau und das sind diejenigen, die praktisch ihr gesamtes Sternensystem komplett im Griff haben. Also wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Sonnensystem schon mal komplett durchflohen hätten, also nicht nur mit Sonden, sondern auch mit Menschen. Und wir würden das Wetter kontrollieren, ha, 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 wir hätten keine Erdbeben mehr und so weiter und so weiter. Das ist die Nummer 1. Nummer 2 sind diejenigen, die können sogar, neben diesen ganzen Geschichten, die Nummer 1 schon kann, auch noch einen Stern anzapfen. Die können also an die Energiequelle eines Sterns heran, können den aussaugen, können also praktisch den Stern kontrollieren und können auf diese Art und Weise ganze Sternensysteme erforschen. Aber die brauchen schon die ersten kleinen Wurmlöcher. Denn die müssen ja von einem Stern zum anderen kommen und so ein Stern ist ja ein paar Lichtjahre von uns entfernt, also müssen die schon die ersten kleinen Wurmlöcher haben. Die müssen also schon in der Lage sein, für gewisse Distanzen den Raum so zu krümmen und erinnern sich dran, für Raumkrümmung brauchen sie viel Masse. Wahnsinnig viel Masse. Sie müssen deswegen wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Also ein Wurmloch der Sonne und die Sonne ist wirklich schwer, 300.000 Mal schwerer als die Erde, das würde nur 3 Kilometer im Durchmesser werden. Das ist natürlich Quatsch. Gut, das sind die Nummer 2, also die erforschen alles Mögliche. Nummer 3, das sind jetzt die Galaktos. Es gibt die Planetos, die Stellaros und die Galaktos. Die Galaktos, die haben eine ganze Milchstraße im Griff. Das heißt, die beherrschen sämtliche Sterne in der Milchstraße, können überall Energie anzapfen und können von einem Teil der Milchstraße zum anderen fliegen. Das wären sozusagen diejenigen, die eine ganze Milchstraße im Griff haben. Und der Kollege von damals war wirklich der Meinung, so und nur so kann die Kolonisierung einer gesamten Milchstraße vor sich gehen. Das heißt, die müssen über eine wahnsinnige Technologie verfügen, dass sie den Raum so verkrümmen können, dass sie a, diese Wurmlöcher erzeugen können, erinnern sich, den Strang zu sich ziehen, den Teppich zusammenknollen, b, exotische Materie erzeugen, also die da durchfliegen können, nicht? Und dann auch noch das Ganze über eine Zeit von mehreren hunderttausend Jahren, denn das ist ungefähr das, was man braucht, auch mit Wurmlöchern, um mal von da nach da zu fliegen oder von da nach dort. Jetzt, was sind wir jetzt für eine Zivilisation auf unserem Planeten? Ich würde sagen, in der Skala irgendwo minus vier. Wir stehen ja noch vor den allergrößten Schwierigkeiten. Das Wetter beherrschen wir nicht, sondern das Wetter beherrscht uns. Ah, jetzt habe ich wieder Kopfschmerzen heute. Erdbeben kriegen wir nicht im Griff. Wir haben im Gegenteil jede Menge selbst erzeugte Probleme, Überbevölkerung, ökologische Probleme, Energieprobleme. Wir haben also wirklich noch viele, viele, viele Schritte vor uns und Sie wissen ja, Menschen nehmen nur dann die klügste Lösung, wenn alle anderen Gelegenheiten ausgeschöpft sind. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Früher, ja früher, da war alles besser. Vor allem die Zukunft. Früher, da hat der Astronom noch persönlich unterm Teleskop gelegen und das Teleskop gehörte ihm quasi. Das war das Teleskop, was ihm zur Verfügung stand und zwar jede Nacht. Und deswegen durfte der Astronom im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts auch nicht verheiratet sein, weil er ja sonst nachts vielleicht seine Zeit anders verbracht hätte als hinterm Teleskop. Es gibt immer gute Gründe, Theorie zu machen, wie ich sage. Das ist sicherlich einer davon. Aber wir haben die letzten 100 Jahre Astronomie hinter uns. Astronomie mit allen möglichen neuen Arten von Technologien, wie wir den Himmel abgeguckt haben. Wir haben nicht nur mit normalen Teleskopen, also hier durchs Auge, geblickt. Wir haben Röntgenteleskope und Radioteleskope und Infrarotteleskope und UV-Teleskope und, und, und. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, wo geht die Astronomie denn hin? Und schließlich sind wir hier in einer Bildungssendung. Also, KUOVADIS-Astronomie. Was erwartet uns im 21. Jahrhundert, wenn wir weiter Astronomie betreiben und mit ähnlichem technischem Aufwand Astronomie betreiben, wie wir das in den letzten 20 Jahren gemacht haben? Also, Alma, Diva, Gaia, Sarah, Maria, Angelika, nein, Quatsch, also Alma, Diva, Gaia, Amanda, Oul, NGST, Neutrino-Teleskope, und, 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 und. Alles Projekte für das Jahrhundert Nummer 21. Also, Diva, Gaia, Alma, Amanda, und, und, und. Alles internationale Kooperationen, riesengroße Projekte. Da wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben werden müssen, um dem Universum die nächste Generation von Geheimnissen abzuluchsen. Wir wollen ja mehr wissen als das, was wir jetzt wissen. Wir wollen ja neue Fakten zusammensammeln, und, und, und. Also, ich kann Ihnen sagen, die Astronomie des kommenden Jahr, oder des Jahrhunderts, in dem wir jetzt sind, und was die nächsten 50, 60 Jahre, und so weiter, unterscheidet sich total von der Astronomie, wie man sich das so landläubig vorstellt. Da bleibt nichts mehr übrig von Romantik. Das sind Datenfabriken. Da geht es zur Sache. Da wird gesammelt, dass die, ich hätte fast gesagt, die Schwarte kracht. Naja, also was wollen wir denn nun wissen? Heute wissen wir schon mal, das Universum expandiert. Wir können, wir können heute einen Steckbrief des Universums hinschreiben. Also, unser Universum ist flach in jeder Beziehung. Also, wir sind in einem total flachen Universum, das nicht wieder kollabieren wird, ist der Stand der Dinge. Die Hubble-Konstante hat einen Wert um 65 Kilometer pro Sekunde und Megapasek, was immer das auch bedeuten mag. Das bedeutet im Wesentlichen, das Universum ist so 13 Milliarden Jahre alt. Wir wissen, das Universum besteht zu 70 Prozent aus einer Form von Energie, die wir nicht kennen, zu 29 Prozent aus einer Form von Materie, die wir nicht kennen, also dunkle Energie und dunkle Materie, und nur zu einem Prozent aus leuchtender Materie. Also, Sie sehen schon, das Universum hält wahrscheinlich noch genügend tödliche Überraschungen für uns bereit. Das ist die kosmologische Seite und der wollen wir natürlich in Zukunft näher kommen. Wir wollen noch genauer wissen, wie sind tatsächlich die kosmologischen Kennzeichen des Universums, in dem wir leben. Dazu werden wir die kosmische Hintergrundstrahlung noch genauer untersuchen. Da gibt es Projekte, die heißen MAP und PLANK. Die wollen also noch genauer herausfinden, welche Fluktuationen in der Hintergrundstrahlung stecken, welche Unterschiede in der Temperatur in der Hintergrundstrahlung stecken. Ist klar, das müssen wir wissen, sonst können wir gar nicht weitermachen, sonst wissen wir gar nicht, in welchem Universum wir leben. Naja, und dann wollen wir an das ganz dunkle Zeitalter der Galaxien entstehen. Dunkel deswegen, weil da kommt kein Licht raus, also Licht jetzt im sichtbaren Sinne, sondern was von da kommt, ist infrarotes Licht. Das Licht eigentlich nur daran, weil diese Dinger sind so weit von uns entfernt, dass jedes sichtbare Photon von denen ins Rote verschoben wurde. Deswegen werden ganz empfindliche Infrarotteleskope gebaut werden, und zwar im Weltraum. Ja, ist klar, weil da draußen hat man keinen Wasserdampf, der einem irgendwie den Empfang von Infrarotstrahlen versaut. Dann natürlich mit Interferometern. Äh, was ist jetzt das wieder? Das ist also jetzt nicht ein Meter oder sowas, sondern Interferometer sind einfach verschiedene Teleskope zusammengeschaltet. Und diese verschiedenen Teleskope wirken wie ein einziges großes Teleskop. Und ein großes Teleskop hat den großen Vorteil, dass es, na, na klar, dass es große Auffangfläche hat. Große Auffangfläche heißt, meine räumliche Auflösung wird kleiner. Ich kann da oben in großer Entfernung viel kleinere Strukturen auflösen. Deswegen gibt es also ALMA, das Atacama Large Millimeter Array. Das wird also da in die Wüste in Chile gesetzt werden, und dann wird man dafür suchen nach Protogalaxien, nach Babygalaxien, die bei sehr, sehr großer Entfernung, ist ja klar, das Universum hat ja ungefähr eine Milliarde, vielleicht 500 Millionen Jahre nach dem Urknall direkt angefangen, Galaxien zu machen. Dazu braucht man die Infrarotteleskope. Dann geht es natürlich weiter. Man will ja mehr wissen als nur das. Man versucht auch große optische Teleskope aufzubauen. Boah! Da gibt es also eine Planung, die heißt OLE. OLE ist das englische Wort für Eule. Das soll es aber nicht bedeuten, sondern es heißt Overwhelmingly Large Telescope. Also das größte, das allergrößte Teleskop, was man sich nur vorstellen kann. ein 100 Meter Spiegel. Ein 100 Meter optisches Teleskop. Ja, mit dem wird man dann quasi alle Fragen, die wir momentan stellen können, wird man im optischen Bereich damit erklären können. Also, mal gucken. Wie gesagt, mal gucken. Da komme ich gleich noch darauf zurück, was man nun wirklich erwarten kann. Was würde man mit OLE alles machen können, wenn man es bauen würde? Das ist natürlich nicht billig, so ein Riesenteleskop. Planeten. Man könnte Planeten suchen, und zwar erdähnliche Planeten vielleicht sogar. Man würde natürlich auch den Galaxien viel tiefer noch ins Eingemachte hineinschauen können. Also wie entstehen Sterne, beziehungsweise wie entwickeln sich Sterne, wie entwickeln sich Galaxien. All diese Dinge sind natürlich von außerordentlicher Wichtigkeit. Also Astronomie heißt jetzt hier große Teleskope, große Interferometer, viel größere Empfindlichkeit. Also die Detektoren, also die Geräte, die am Ende der Teleskope und auch Radioschlüsseln oder der Millimeterschlüsseln stehen, die werden viel empfindlicher werden. Man wird also aus dem Rauschen des Universums, das, was da elektromagnetisch auf uns zurauscht, noch viel mehr herausholen können, als man das heute kann. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, und da sehen Sie, mit der Romantik ist wirklich überhaupt nichts mehr, wir kriegen Roboterteleskope. Also jetzt nicht Teleskope, die von alleine irgendwas machen, die müssen natürlich programmiert werden, aber der Astronom und die Astronomen müssen da nicht mehr hin. Die sitzen quasi zu Hause am Terminal und geben die Daten ein, wo das Teleskop hinschauen soll, und dann guckt das Teleskop sich diese Ecke an, schickt die Daten zu den Astronomen und Astronominnen zurück, und die werten dann die Daten aus. Das geht sogar so weit, dass manche Projekte schon so geplant sind, dass die Daten gar nicht mehr von den Astronomen direkt ausgewertet werden müssen, sondern es gibt sogenannte Pipelines, und da stehen dann also massenhaft Computer direkt bei den Teleskopen rum, und die Daten werden vorher ausgewertet. Ich sage immer, das geht dann irgendwann so weit, dass das eine Teleskop dem anderen sagt, hör mal, kannst du nicht mal das und das beobachten, und die Teleskope und Computer vernetzen sich untereinander, und der Astronom, beziehungsweise die Astronomin, guckt dumm aus der Wäsche. Also, die Menschen scheinen in diesen Konzepten häufig nur noch so leichte Störungen zu sein, und da komme ich natürlich dann, sagen wir mal, auf die menschliche Seite der Astronomie, auch im 21. und auch im 22. und auch im 25. 27. Jahrhundert zurück. Es nutzt uns ja nichts, jetzt mal unter uns gesagt, es nutzt uns ja überhaupt nichts, wenn wir immer nur Daten und sogenannte Fakten sammeln und sammeln und sammeln. Das ist ja so ein bisschen wie, also wenn man Blätter sammelt und sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, wo die nun eigentlich herkommen, zu welcher Baumseite gehören. Das Entscheidende an dieser ganzen Datensammelerei, ob es sich um kosmologische Dinge handelt, oder um die Frage, gibt es außerirdische Planeten, und die gibt es ja, wissen wir, aber gibt es außerirdische, erdähnliche Planeten. Gibt es Ozon irgendwo als Lebensmolekül, auch das ein Interferometerprojekt der ESA zum Beispiel, mit dem Stichnamen mit dem Spitznamen Darwin, also kein Spitzname, es ist ein Projektname, Darwin soll nach Ozon suchen, in all diesen Projekten, wo ja sehr, sehr viele große Datenmengen aufgenommen werden, geht es letztlich darum, was kann man daraus erkennen. Und erkennen heißt ja, wirklich wiedererkennen, möglicherweise, oder neu erkennen. Also, was bedeutet das eigentlich alles, was ich da draußen beobachte? Diese Frage muss sich der Astronom immer stellen, immer. Es nutzt überhaupt nichts, diese ganzen Zahlen untereinander zu haben, wunderschönste Bilder da zu haben, wenn nicht der Erkenntnisprozess am Ende steht, und damit auch völlig neue Modelle entwickelt werden, Theorien entwickeln. Ich sage das jetzt nicht, weil ich theoretischer Astrophysiker bin. Ich meine, ist klar, ein bisschen schon. Aber es geht nicht alleine nur ums Datensammeln. Eine andere Sache ist auch noch wichtig. Diese Entwicklung, diese Neuentwicklung von großen Teleskopen, die empfindlicher sind als die alten, diese Neuentwicklungen haben einen Effekt, an den man häufig gar nicht denkt. Die haben nämlich den Effekt, dass der Druck von den zweit, dann in Anführungsstrichen, zweitklassigen Teleskopen weggenommen wird. Das ist ja im Allgemeinen so, wenn man ein Teleskop will, kommt man nicht einfach dran, sondern man muss einen Antrag stellen. Da gibt es Gutachterkommissionen und die entscheiden dann, ob der Antrag durchkommt oder nicht. Also ob man als Teleskop kommt oder nicht. Wenn es jetzt neue, hervorragende, außerordentlich gute neue Teleskope gibt, dann ist bei den anderen Teleskopen, die zu ihrer Neubauzeit gut waren, nicht mehr so viel Druck drauf. Es gibt nicht mehr so viele Anträge. Und dadurch kann es aber passieren, dass Astronomen, die auf diesen kleineren Teleskopen arbeiten, mit den kleineren, mit den älteren Geräten arbeiten, dass die auf einmal einen Faktor haben, der in der Astronomie wie, ich würde mal sagen, überall in der Wissenschaft unbezahlbar ist. Nämlich Zeit. Manche Dinge bei den Beobachtungen brauchen Zeit. Gut Ding will Weile haben, wie das Sprichwort sagt. Und es ist in der Tat so, dass je länger man manchmal hinschaut, umso mehr offenbaren sich einem die Dinge. Da gibt es viele Beispiele in der Astronomie, wo hervorragende Entdeckungen gemacht wurden, mit scheinbar zweitklassischen Instrumenten. Da hatte man nie mit gerechnet, dass man mit einem solchen, in Anführungsstrichen, viel schlechteren Experiment, Dinge aus dem elektromagnetischen Salat, Wellensalat, herausholen kann. Da hatte man gedacht, da braucht man Riesenteleskope dafür. Aber nein, es ging mit einem kleinen Teleskop, weil sich diejenigen, die dieses Teleskop auf einmal ständig benutzen dürften, Gedanken gemacht haben, wie kann ich dieses Teleskop benutzen, um eine gewisse Frage zu klären. Nur eine, eine. Und dazu wurde ein bestimmter Empfänger hinten dran gehängt und dieser Empfänger entdeckte dann tatsächlich etwas Funkelnagelneues. Solche Dinge passieren in der Astronomie immer wieder. Das beste Beispiel ist sicherlich die Entdeckung der Pulsare 1967. Da hatte man nie mit gerechnet, niemals, dass so etwas bei einer völlig scheinbar langweiligen Untersuchung des Radiohimmels herauskommt. Entdeckt man Sternleichen am Himmel, die 30 Jahre vorher, 1937, zum ersten Mal theoretisch bedacht worden sind. Und ich bin ganz sicher, dass auch bei diesen neuen Instrumenten jede Menge überraschender Phänomene am Himmel erscheinen werden, von denen wir noch keine Ahnung haben, um was es sich eigentlich handelt. Also de facto muss man sich einfach über eines im Klaren sein. Das Universum ist seltsamer, als wir uns vorstellen können. Es gibt sogar auch in der astronomischen Alltagswelt immer wieder Dinge am Himmel, die erst dann erscheinen, weil jemand mal da war, der danach gefragt hat. Also da werden Kataloge angelegt, sogenannte Surveys werden gemacht. Das heißt, der ganze Himmel wird in einer Wellenlänge abgescannt und die Daten werden am Anfang reduziert, wie es so schön heißt. Ja, und dann will sie niemand mehr sehen. Und dann auf einmal kommt jemand auf den Gedanken, sich diese Daten mal genauer anzugucken. Und siehe da, die Erkenntnis kommt dadurch zustande, dass sich ein Gehirn damit beschäftigt, ein Gehirn, das in der Lage ist dazu, Querverbindungen herzustellen, zu erkennen, einfach in einer gewissen Weise kreativ mit diesem Datensalat umzugehen. Computer sind immer gut dazu, um die Sklavenarbeit zu machen, also diese ganzen Daten- und Zahlenkolonnen da irgendwie zu sortieren. Aber der wirkliche Gewinn aus all diesen Experimenten, auch im 21. Jahrhundert, der wird erst dann wirklich rauskommen, wenn wir was verstanden haben, wenn wir tatsächlich das diskutiert haben in der Wissenschaft und wenn dann eines Tages vielleicht wieder jemand hier steht oder woanders steht und es ihnen erzählt. Es nutzt ja das ganze Wissen der Wissenschaftler nichts, wenn es letztlich irgendwo in irgendeinem Keller als Datenband oder als CD-ROM oder sowas versackt und versandet. Das heißt, wir Astronomen werden im 21. Jahrhundert vor dieser gewaltigen Aufgabe stehen, eine unermessliche Datenflut über uns ergehen zu lassen und dann, wenn wir den Kopf aus dieser Datenflut wieder herausholen, dann müssen wir gucken, was wir mit den Daten tatsächlich anfangen können. Es wird also eine Heidenarbeit werden und wie hat Voltaire gesagt, wir leben in einer Welt, in der wie nie zuvor das Wissen die Weisheit verdrängt hat. Ich hoffe, wir sind weise genug, um zu wissen, was wir mit unserem Wissen in Zukunft wirklich anfangen. Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Heute gehen wir mal an den Rand der Forschung. Ganz nach vorne, ganz was Neues, was man jetzt erst richtig verstanden hat. Es geht um Röntgenstrahlung, es geht um Radiostrahlung, es geht um Surveys, um lange Belichtungen am Himmel, genaues Hingucken am Himmel und es geht vor allen Dingen um eine besondere Art von Objekten, die sich eigentlich dem Universum sonst nicht so wirklich mitteilen. Es geht naturgemäß um schwarze Löcher. Ein schwarzes Loch ist ja eigentlich eine Sternleiche. Also ein stelares, schwarzes Loch ist ein toter Stern. Und wie das so ist mit Leichen, da geht man eigentlich davon aus, dass die sich sonst nicht mehr weiter äußern. Die liegen in ihrem Grab und vergehen. Bei schwarzen Löchern allerdings kann das anders sein. Ab und zu kommt zum Beispiel mal eine Gaswolke in die Nähe eines schwarzen Loches, wird von dem Loch eingefangen und das Gas leuchtet auf. Es gibt den Todesschrei der Materie ab, meistens im Röntgenbereich, also harte Strahlung. Warum? Weil das Gas bei seiner Beschleunigung zum schwarzen Loch heiß wird, wird sehr heiß, Millionen Grad heiß und dann ist das Gas verschwunden und ist im schwarzen Loch verschluckt. Das heißt, wenn man einen Röntgenausbruch am Himmel beobachtet, dann ist das häufig ein schwarzes Loch, was gerade Gas verschluckt hat. Es gibt natürlich auch schwarze Löcher, die haben Begleiter, die ziehen das Gas vom Begleiter zu sich. Es entsteht eine Scheibe und auf die Art und Weise verliert der Begleiter seine Hülle, lässt also quasi die Hosen runter und auch da gibt es Röntgenflares und Radiojets, die ausbrechen und, und, und. Also das sind aber eigentlich alles Objekte, bei denen man davon ausgeht, dass sie an einem Ort verharren. Sich zwar mit der allgemeinen galaktischen Rotation mitbewegen, aber dass sie an einem Ort verharren. Was man aber jetzt entdeckt hat, ist was völlig anderes. Nämlich ein schwarzes Loch, das mit einem Affenzahn durch die Milchstraße rauscht. Gut, deswegen die Frage heute. Bewegen sich schwarze Löcher? Bewegen die sich irgendwie durch den Raum? Und vor allen Dingen, wer ist der Beweger? Wer kann solche Riesenbrocken, die zusammengeschrumpft sind, auf wenige hundert oder tausend Kilometer, wer kann die beschleunigen? Wer kann die auf so einer Geschwindigkeit beschleunigen? Gucken wir erst mal, was ist die Datenlage? Am 29. März des Jahres 2000, also schon eine Weile her, entdeckte ein Röntgenteleskop am Himmel einen Röntgenausbruch. Einen unglaublichen Röntgenausbruch. Und man wusste relativ schnell, und zwar aus Beobachtungen im optischen Bereich, dass es sich dabei um ein Objekt handeln muss, das offenbar aus einem Stern besteht, und zwar einem relativ normalen Stern. Um den herum aber sich irgendwas bewegt. Und das offenbar dafür verantwortlich ist, dass dieser Röntgenausbruch zustande kommt. Ein Röntgenausbruch, tausendmal leuchtkräftiger oder heller als die Sonne. Und das in einem Abstand von 6000 Lichtjahren. Und zwar oberhalb der galaktischen Scheibe. Also nicht aus der Scheibe der Milchstraße, das ist ja dieses Band, was wir immer im Himmel sehen, wir sitzen ja in der Milchstraße drin, sondern offenbar aus einem Bereich oberhalb der Milchstraße. Der sogenannte galaktische Halo. Das ist also, wie soll ich sagen, quasi die Atmosphäre der Milchstraße. In dieser Atmosphäre scheint dieses Objekt, und das ist inzwischen auch bestätigt, existiert dieses Objekt tatsächlich. Was ist das für ein Objekt? Nun, aus der Leuchtkraft, also aus der Leuchtkraftschwankung, aus dem Anstieg der Leuchtkraftkurve und Radiobeobachtung zusammen mit den Röntgenbeobachtungen ließ sich die Größe des Systems ausrechnen. Das waren 0,03 AU. Also ein AU sind ja 150 Millionen Kilometer. Das heißt, die Radiojets sind 4,5 Millionen Kilometer von diesem Röntgenobjekt herausgeschossen worden. Kaum hatte man das entdeckt, und das ist alles erst im Jahre 2001 passiert, nannte man dieses Objekt einen sogenannten Mikroquasa. Also, weil es alle Anzeichen hat von einem Quasa, nur eben viel kleiner. Ein Quasa, quasi Stellarsobjekt, das ist ja ein aktives Zentrum von einer großen Galaxie, in der also ein schwarzes Loch liegt mit drei Milliarden Sonnenmassen, und das frisst pro Jahr eine Sonnenmasse an Gas locker auf, hat eine Leuchtkraft, die geht ins Billionenfache der Sonne, aus einem Gebiet, das so groß ist wie das Sonnensystem, das ist ein Quasa, das ist also eine Riesenmaschine, eine riesengroße Relativitätsmaschine sozusagen, weil das schwarze Loch um sich herum so eine große Aggressionsscheibe macht und die Energie oder die Masse mit direkten Energie umgesetzt mit 40% Effizienz. Das ist ein richtig großer Quasa, die Dinge sind sehr weit weg. Und jetzt so ein Mikroquasa in der Milchstraße zu beobachten, das ist natürlich für Astronomen was Besonderes. Nun, was zeigt dieser Mikroquasa? Wie gesagt, Röntgen, Fluktuation, also das variiert, und aus den Variationszeiten lässt sich die Größe ausrechnen. Warum? Naja, diese Zeitskala multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit und weiß man gleich, wie groß das Ding ist. Ist klar. Das ist aber noch nicht alles. Vielmehr wird es durch die Radiostrahlung, wird es besonders interessant, Radiostrahlung kann man nämlich besonders empfindlich aufnehmen, sehr genau aufnehmen. Und dann kam etwas zu Tage. Man konnte nämlich zum ersten Mal die Geschwindigkeit dieses Objektes messen. Und zwar die Geschwindigkeit, mit der sich das Ding durch die Milchstraße durchbewegt. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Man hat also aus aufeinanderfolgenden Beobachtungen im Radiobereich die Bahn des Objektes in der Milchstraße beobachtet und nachgerechnet. Und hat also dann herausgefunden, dass es so sein muss. Also, dieses Objekt, das wir da sehen, bewegt sich offenbar immer wieder durch die Ebene der Milchstraße durch. Das, was Sie hier an roten Pfeilen sehen, ist die berechnete Bahn dieses Objektes. Und zurzeit steht es eben 6000 Lichtjahre von der Sonne entfernt im Halo der Milchstraße, also in der Atmosphäre oberhalb der galaktischen Scheibe. Das ist der Mikroquasa, der im Röntgenbereich beobachtet wurde und natürlich im Radiobereich eben auch. Und diese Radiobeobachtungen machten es nun möglich, die entsprechenden Beobachtungen tatsächlich auszufüllen mit Berechnung. Das Ding bewegt sich mit 150 Kilometer pro Sekunde durch die Milchstraße. Es bewegt sich durch die Milchstraße auf einer, wie man ja gesehen hat, sehr merkwürdigen Bahn. Es saust aber also immer mal wieder durch die Scheibe durch, kommt in den Halo rein, saust wieder in die Scheibe rein und und und. Die Frage ist nun folgende. Es handelt sich, bei allem, was man inzwischen ausgerechnet hat, aus den Fluktuationen, aus den Leuchtkraftschwankungen im Röntgenbereich, aus den Jets im Radiobereich, handelt es sich um ein Objekt, was mindestens sechs, möglicherweise sogar sieben Sonnenmassen hat. Es ist ein schwarzes Loch. Warum? Na ja, ist klar. Neutronensterne sind niemals schwerer als 2,8 Sonnenmassen. Und Neutronensterne sind ja diejenigen, die also bei einer Supernova-Explosion dann übrig bleiben, wenn der Kern einer Supernova, also der Sternrest, nicht so schwer ist, dass er völlig zum schwarzen Loch wird. Neutronensterne sind das Normale, was passiert, wenn ein Stern explodiert. Ein großer Stern. Ein großer Stern wird zum Neutronenstern. Ein ganz großer Stern wird zum schwarzen Loch im Innern. Weil nämlich die Größe dieses Sternrestes auf einmal größer ist als 2,8 Sonnenmassen. Es gibt keinen Druck mehr, der die Gravitation aufhalten kann. Und dann stürzt alles zum schwarzen Loch zusammen. Das heißt aber, Was würden wir denn für schwarze Löcher erwarten? Schwarze Löcher mit Massen größer als 2,8 Sonnenmassen, aber nicht viel größer. Nur so drei oder vier Sonnenmassen. Da müsste eigentlich Feierabend sein. Damit ein schwarzes Loch von sechs oder sieben Sonnenmassen entsteht, da muss schon ganz schön was explodiert sein, damit so ein riesengroßes schwarzes Loch übrig bleibt. Das kann man ausrechnen. Das muss ein Stern gewesen sein mit 100, vielleicht 200 oder 300 Sonnenmassen. Das muss man sich mal überlegen. So einen Stern haben wir momentan in der Mischstraße nicht im Anschnitt. Vielleicht einen, aber man weiß nicht so genau, ob der 100 Sonnenmassen hat. Der ist vielleicht weniger. Aber diese Riesenteile, wo kommen die eigentlich her? Und wo kommt dieses schwarze Loch her? Woher kriegt das schwarze Loch seine Geschwindigkeit? Wenn Sterne explodieren, gehen wir erstmal wieder zurück zu den Neutronensternen. Wenn ein Stern explodiert, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Explosion ist völlig symmetrisch. Das heißt, die Hüllen fallen von allen Seiten auf den Kern, gleichmäßig drauf, bumm, Ende der Veranstaltung. Wenn die symmetrisch explodieren, die Hüllen, was passiert dann? Dann gibt es überhaupt keinen Impulsübertrag, keinen Nettoimpulsübertrag auf den Kern, nämlich auf diesen Neutronenstern. Und der Neutronenstern bleibt stehen. Bumm, ist klar. Da drückt die eine Seite genauso wie die andere, der Stern bleibt stehen. Was aber jetzt, wenn die Explosion asymmetrisch ist? Aus irgendwelchen Gründen fällt die eine Seite der Hülle schneller auf den Neutronenstern als die andere. Was gibt es dann? Na, genau, es gibt einen Kick. Und so gibt es in unserer Milchstraße etliche Neutronensterne, die teilweise mit bis zu 600 Kilometer pro Sekunde, also schon ordentlich, in den galaktischen Halo hinaussausen. 600 Kilometer pro Sekunde. Naja, gut. Also offenbar gibt es jede Menge asymmetrischer Explosionen. Das ist ja auch normal, dass die Dinge nicht perfekt funktionieren. Das ist ja völlig normal. Kennen Sie aus dem alltäglichen Leben. Es ist eigentlich nie irgendwas perfekt, so dass kein Impuls übertragen wird. Wie ist es dann mit dem Schwarzen Loch? Woher kriegt das Schwarze Loch so einen Impuls, dass es sich mit 150 Kilometer pro Sekunde bewegen kann, ob schon es mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal so schwer ist wie die Neutronenstern. Das ist ein Problem. Das versteht man nicht. Immer noch nicht. Die einzige Möglichkeit, die es heute dazu gibt, ist eine ganz merkwürdige. Das Schwarze Loch, von dem wir da die ganze Zeit reden, bewegt sich ja, wie gesagt, durch die Scheibe hindurch und kommt wieder in den Halo zurück. Da draußen im Halo der Milchstraße gibt es Gebilde, das sind die sogenannten Kugelsternhaufen. Das sind also relativ dichte und vor allen Dingen alte, saumäßig alte Gebilde. Die ältesten Gebilde in der Milchstraße, die sind ganz, ganz, ganz früh beim Entstehen der Milchstraße entstanden. Sehr, sehr dicht gepackte Sternhaufen. Was heißt das jetzt, dicht gepackt? Will ich Ihnen mal einen Eindruck vermitteln. Der nächste Stern, also von uns, von der Sonne bis zum nächsten Stern, sind es ja so grob ein paar Lichtjahre, vier Lichtjahre. In den Kugelhaufen, in den Zentren von Kugelhaufen, sind die Sterne weniger als ein tausendsten Lichtjahr voneinander entfernt. Also man möchte fast sagen, die berühren sich. Naja, das ist nicht ganz, aber sie sind sehr nah beieinander. Was hat das zur Folge? Wenn sich schwere Körper, ja, wenn schwere Körper sehr nah beieinander sind, dann fangen die an, Kräfte aufeinander auszuüben. Und zwar ziemlich starke Kräfte. Je enger, umso schlimmer. Ist klar. Dann kann es schon mal passieren, dass ein Stern an einem anderen Stern vorbeiläuft und dann schießt er den raus. Dann reißt er den weg. Und genau so muss das bei dem schwarzen Loch jetzt auch gewesen sein. Das ist momentan die Standard-Folklore. Das Standard-Modell, dass nämlich ein solches schwarzes Loch, wie wir es da beobachten, das sich durch die Milchstraße immer wieder durchbewegt und sich durch den einmaligen, damals einmaligen Röntgenausbruch bemerkbar gemacht hat, dass dieser schwarze Loch aus einem Kugelhaufen herausgejagt worden ist und sich seitdem eben mehr oder weniger unbeeinflusst vom Rest durch die Milchstraße bewegt. Das heißt, das, was man hier entdeckt hat, das ist so ein ganz besonders astroarchäologischer Fund. Man hat also jetzt einen Stern entdeckt, der seit Jahrmilliarden durch die Milchstraße saust, der aus einem Gebilde kommt, wie so einem Kugelhaufen, der möglicherweise 13 Milliarden Jahre alt ist, denn die Kugelhaufen sind die ersten Gebilde, die sich in einer Galaxie bilden, und auf die Art und Weise hat man also jetzt mit diesen Röntgenbeobachtungen was ganz, ganz, ganz Frühes entdeckt. Das ist überhaupt das erste Objekt von dieser Art, gleichzeitig aber macht es Beobachtungen möglich, die sehr, sehr, sehr empfindlich und sehr genau die Bewegung von Gas zum Beispiel in der Nähe von einem schwarzen Loch begutachten und erkennen lassen. Denn dieser Mikroquasa, den man da sieht bei dieser Röntgenquelle, das ist sozusagen das Spielzeugmodell für die aktiven galaktischen Kerne, die Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind und die sich durch gewaltige Jets, also durch riesengroße Millionen lichtjahrelange Plasmaströmungen bemerkbar machen, in denen im Innern ebenfalls nicht nur Röntgenstrahlung, sondern jede Menge Gamma-Strahlung freigesetzt wird. Also die Beobachtung von galaktischen Quellen in dem Fall nämlich hat also sehr wohl Konsequenzen für die Astronomie auch auf extragalaktischer Ebene. Man versucht einfach aus den Dingen, die man in der Nähe beobachtet im Fall ein schwarzes Loch, der das von seinem Begleiter jede Menge Materie auf sich zieht, darauf zu schließen, was sich in der Nähe von anderen schwarzen Löchern abspielt. Und Sie wissen ja eines, wir wissen ja definitiv, dass die Sterne nicht da sind, wenn keiner hinguckt. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute könnte ich auch sagen, Tag zusammen oder wir werden mal Tachles reden, denn wir werden heute über was Schnelles reden, über Tachionen. Was sind Tachionen? Manchmal habe ich ja den Eindruck, die Zuschauer versuchen nur mal rauszufinden, wie weit geht da, der Mann. Wann hört er auf zu erklären und wann wirft er einfach die Brocken hin, denn Tachionen sind so ein Phänomen. Ich meine, es gibt so viele hochinteressante Dinge in dieser Welt, in unserer Welt, in der Welt vor der Lichtschranke. Da gibt es ein Universum, das uns mindestens noch für die nächsten 25 Jahre Alpha Centauri-Themen liefert. Es gibt diesen Planeten hier, da gibt es die tollsten Sachen, aber nein, man fragt mich, was sind Tachionen? Tachionen sind schnelle Teilchen, allerdings Teilchen, die, wie soll man sagen, das sind Geisterteilchen. Ein Tachion ist ein Teilchen, dessen langsamste Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Ein Tachion verliert Energie, wenn es schneller wird. Ne, wenn es langsamer wird, genau. Also, es ist ein Spiegelteilchen. Wenn ein Tachion an die Lichtschranke herankommt, gewinnt es Energie. Wenn das Teilchen schneller wird, verliert es Energie. Wenn das Teilchen, das kann sogar in der Zeit zurücklaufen, dieses Teilchen, und es läuft in der Zeit zurück. Das heißt mit anderen Worten, wenn Sie eine Nachricht verschicken mit Tachionen, dann kommt die Nachricht früher an, als Sie sie eigentlich losgeschickt haben. Das sind Tachionen. Und Sie werden lachen. Tachionen sind tatsächlich Lösungen der speziellen Relativitätstheorie. Also mit anderen Worten, wenn man die Gleichung der Relativitätstheorie nimmt und rechnet sie aus für solche Teilchen, dann könnte es diese Teilchen tatsächlich geben. Auf der anderen Seite merken Sie aber schon, dass eigentlich solche Teilchen, nämlich solche schnellen Teilchen, offenbar in unserer Welt gar nicht vorkommen. Denn wenn wir Gas geben mit dem Auto, dann verbrauchen wir Energie. Wir müssen Energie aufwenden, um ein Teilchen zu beschleunigen. In der Tachionen-Welt ist es genau umgekehrt. Wir können auch keine Teilchen, und wenn sie sich noch so zerreißen, wir können keine Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit bringen. Immer nur ran. Wir können machen, was wir wollen, wir kriegen die Teilchen immer nur ran an die Lichtgeschwindigkeit, aber niemals auf Lichtgeschwindigkeit. Ich meine, es gibt natürlich Leute, das wissen Sie genauso gut wie ich, die haben vorher immer schon alles besser gewusst. Und wissen es hinterher natürlich noch besser. Das ist sozusagen ein tachionisches Phänomen im Alltag. Dass man quasi hinterher schon alles gewusst haben will, wie es vorher gewesen sein könnte. Das ist ein tachionisches Phänomen. Tachionen würden auch durch 10 Kilometer Blei durchgehen. Ohne Wechselwirkung, ohne alles. Kennt man aus dem Alltag ja auch. Menschen, die wirklich mit dem Kopf durch die Wand wollen, aber dann eben sich, nur die können auch nicht durch 10 Kilometer Blei gehen. Sie merken schon, Tachionen, das gibt es in der Science-Fiction-Filme, gibt es Tachionen-Strahlen und so weiter. Aber gibt es Tachionen wirklich? Man hat Experimente gemacht. Man hat genau nachgeguckt. Gibt es irgendwelche Wechselwirkungen, die man mit solchen Teilchen erklären könnte? Und was soll ich Ihnen sagen? Nix. Gar nix. Woran liegt das jetzt? Was könnte es denn nun sein? Ich will Ihnen was sagen. Wir werden jetzt mal in ein Gebiet einsteigen, wovon ich eigentlich ungern rede. Aber wir müssen es jetzt mal machen, nämlich über Mathematik. Wir wissen ja, Mathematik ist die Sache mit den Zahlen und so weiter und so weiter. Ein wunderbarer Philosoph, Bertrand Rassel, hat mal gesagt, Mathematik ist das Gebiet, bei dem wir nie genau wissen, wovon wir reden und ob das, was wir sagen, auch wahr ist. Also das ist natürlich, also Entschuldigung an die mathematischen Kollegen, aber das hat er gesagt. Es geht um den Begriff der mathematischen Lösung. Wann ist eine Lösung einer mathematischen Gleichung auch wirklich realisiert? Wie kann man sich das klar machen? Satz von Pythagoras. Das war der Grieche damals und der Grieche, der hat ja damals gesagt, hier beim rechtwinklichen Dreieck, müssen Sie sich vorstellen, ich habe jetzt keine drei Hände, hier unten ist die Hypotenuse. Das ist die Seite gegenüber dem rechten Winkel. Rechter Winkel ist das hier oben. Wenn Sie den da, das Quadrat der Hypotenuse ist genauso groß wie das Quadrat der beiden Katheten. Erinnern Sie sich? Also A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Wenn man jetzt wissen will, wie lange diese Seite C ist, muss man die Quadratwurzel, sind Sie noch da? Also die Quadratwurzel aus A Quadrat plus B Quadrat ziehen. So, jetzt kommt das Perfide an der Sache. Die Lösung für C besteht aus zwei Lösungen, nämlich der positiven Wurzel und der negativen Wurzel. Nun ist es aber so, dass mein Dreieck ja eine positive Länge hat. Von da nach da. Und ich habe gar keine negative Zahl, die das tatsächlich misst. Ich messe mit dem Lineal eine wirkliche Länge, eine positive Zahl. Das heißt, die Mathematik bietet mir diese Lösung zwar an, aber sie ist in der Wirklichkeit gar nicht realisiert. Und genauso ist das mit den Tachionen auch. Die Tachionen sind im Prinzip eine Möglichkeit, die die spezielle Relativitätstheorie aufgrund ihrer mathematischen Struktur tatsächlich zulässt. Aber das ist wie mit der negativen Zahl beim Pythagoras. Das ist eben nur eine Möglichkeit und sie ist nicht realisiert worden. Gerade die Sache mit der Lichtgeschwindigkeit. Ich bin hier schon oft drauf rumgehackt. Ich muss es nochmal sagen. Die Lichtgeschwindigkeit, Herrschaften, da kommen wir nicht durch. Natürlich ist der Wunsch nach einer Superwelt, in denen es Tachionen gibt und wo man Nachrichten verschicken kann, die schon da sind, bevor man sie überhaupt losgeschickt hat und so weiter. Ich verstehe das ja alles. Die Superwelt, da gibt es alle Lösungen für sämtliche Probleme dieser Welt. Nein, das gibt es nicht. Wir kommen über diese Lichtschranke einfach nicht hinweg. Warum? Warum? Die Lichtgeschwindigkeit, Freunde. Die Lichtgeschwindigkeit ist keine Materialkonstante. Also nicht wie bei Schallwellen zum Beispiel. Also die Schallgeschwindigkeit hängt stark davon ab, durch welches Medium die Schallwelle läuft. Das liegt daran, weil Schallwellen Druckwellen sind. Das sind dichte Schwankungen, die sich bewegen. Ist doch klar. Aber bei Licht, bei elektromagnetischen Wellen, brauche ich kein Material und es läuft trotzdem durch. Also der Raum kann völlig leer sein, also quasi nichts drin. Und trotzdem bewegt sich das Licht dadurch. Warum? Weil elektromagnetische Wellen ein Phänomen, um es mal so zu sagen, an und für sich sind. Die Lichtgeschwindigkeit wird zunächst einmal bestimmt aus Eigenschaften des Vakuums, des Nichts. Das sind elektromagnetische Wellen, die bewegen sich mit einer Geschwindigkeit durch das Nichts durch. Das heißt aber, wenn wir ein Teilchen haben, mit einer bestimmten Masse, und ich will das jetzt auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, auf exakt Lichtgeschwindigkeit, dann brauche ich unendlich viel Energie. Energie. Mit anderen Worten, es können sich nur solche Teilchen überhaupt mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, deren Ruhemasse Null ist. Also zum Beispiel die Photonen, die Lichtteilchen, die haben eine Ruhemasse von Null. Die haben keine Ruhemasse. Die haben zwar Energie, aber keine Ruhemasse. Das heißt, ein Lichtstrahl verbiegt auch keinen Raum oder sowas. Im Gegenteil, man muss zusehen, wie aus einem verbogenen Raum zum Beispiel um einen Stern herum wieder rauskommt. Deswegen sind die Lichtmähne gekrümmt. Nun, weil das so ist, weil die spezielle Relativität diese Schranken genau festgelegt hat. Und vor allen Dingen, jetzt müssen wir mal einen Moment hier, die Verbindung da ist zwischen der Relativitätstheorie einerseits und der Elektrodynamik. Also der Wechselwirkung von positiven und negativ geladenen Teilchen andererseits. Dass man diesen Zusammenhang hat, dass man weiß, die Lichtgeschwindigkeit, die in der Relativitätstheorie als Konstante für alle Bezugssysteme angenommen wird, dass I aus der Elektrodynamik kommt als Eigenschaft des Vakuums, das ist das Magische an dieser Lichtschranke. Das heißt also, von unten kommen wir massebehafteten Teilchen, wenn wir uns auch mal so nehmen, wir kommen einfach nicht an die Lichtgeschwindigkeit ran. Von oben könnte man drankommen. Das heißt, es kann Tachionen geben, das war ja die Vorstellung, die können praktisch unendliche Geschwindigkeiten haben. Energie, null. Aber je mehr die an die Lichtschranke von oben rankommen, also von der Seite, wenn man hier mal so nimmt, dann würden die also, man müsste immer mehr und mehr Energie aufwenden, um das Teilchen abzubremsen. Ja, also man sieht schon, es gibt Riesenprobleme mit der Vorstellung, dass es Teilchen gibt, die sich mit Überlichtgeschwindigkeiten bewegen können, aber, und das ist ja eigentlich der Kick an der Sache, man will ja nicht die Tachionen in der Spiegelwelt haben, also drüben sozusagen, sondern hüben, hier. Man will sie hier haben, damit sie hier irgendwelche tollen Dinge anstellen können. Also wenn zum Beispiel ein Raumschiff jetzt mit Tachionen strahlen, irgendetwas bombardiert, das würde ja bedeuten, in unserer Welt, in der Unterlichtwelt, gäbe es Teilchen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Also, letztlich muss man an der Stelle einfach sagen, es gibt keinerlei experimentelle Hinweise dafür. Es gibt eine ganze Reihe von Theorien, wie so oft sind Theorien ja also eben mathematische Konstrukte und ob sie nun in der Wirklichkeit tatsächlich ja gehorchen, ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt aber ein Phänomen, da müssen wir mal drüber reden, das hat mit Tachionen eigentlich nur am Rande zu tun. Ich habe nämlich, nachdem ich mich kundig gemacht habe, nochmal in diversen Physikbüchern, denn da sind Tachionen natürlich in der Tat immer mal wieder ein Thema, als Zeichen dafür, welche Möglichkeiten die Gleichung der Relativitätstheorie anbieten, habe ich im Internet geguckt. Unter dem Stichwort Tachionen. Und Sie werden es nicht glauben, was ich da entdeckt habe. Etwas außerordentlich merkwürdig, ich lese es Ihnen mal in Auszügen vor. Da findet man also an erster Stelle, es ist egal, mit welcher Suchmaschine Sie das machen, ich habe es extra ausprobiert, findet man Folgendes. Ich habe Ihnen ja gesagt, es gibt keine Tachionen, aber es gibt auch keine experimentellen Hinweise und das geht nicht, es gibt auch keinerlei Effekt von diesen Tachionen, aber man findet Folgendes, zahlen Sie sich fest. Tachionenenergie ist eine Energieform, die in allen biologischen Systemen der Entropie, also der Disharmonie und Unordnung entgegenwirkt. Naja, kann man jetzt, also es gibt sie zwar nicht, aber hier wirkt sie schon mal der Entropie entgegen. Eingesetzt beim Menschen, also auch bei Ihnen, sowie bei allen anderen biologischen Systemen unterstützt sie den geistigen und physischen Körper in seinem Bestreben, Energieblockaden und disharmonische Molekularverbindungen aufzulösen, um wieder in die Ordnung zu kommen. Also wenn es Ihnen demnächst schlecht geht, müssen Sie mal gucken, ob Sie irgendwo einen Tachionenspender kriegen, nehmen Sie mal eine Pulle voll Tachionen und dann geht es Ihnen gleich, nein, so ist es nicht, denn hier geht es also um eine Geräteeinheit, die von einer Firma hier entwickelt wurde, mit denen die Atome natürlicher und künstlicher Materialien achsgerichtet werden. Also Tachionen gibt es nicht, sie bewegen sich mit Überlichtgeschwindigkeit, aber hier werden sie achsgerichtet, durch einen Dauermagneten werden die praktisch auf kommunistische Linie gebracht, also einer neben dem anderen und auf die Art und Weise lässt sich also nun Folgendes machen. Dadurch wird die Raumenergie für die Aufrechterhaltung der Eigengeschwindigkeit, der subatomaren Teilchen, der Atome, aus denen das Material besteht, diese Raumenergie wird durch kohärente Einstrahlung von Lebensenergie geordnet. geordnet. Und dann jetzt hier noch ein Letzten, nur für Spaß, da alle Krankheiten gleich Störungen der biologischen Systeme einhergehen, mit Energiestaus, bewirkt durch Anhäufung von Elektronneutrinos, ich lache mich kaputt, beziehungsweise radikal ist die Verwendung der Tachionen, Geräteeinheiten und deren umgeformten Materialien gesund erhalten und gesundheitsregulierend. Da blieb mir die Spucke weg. Ich meine, für was mache ich diese Sendung überhaupt? Wenn sowas noch geht. Wenn sowas tatsächlich in Deutschland nicht nur im Internet steht, sondern offenbar auch noch verkauft wird. Ich meine, da kann ja jeder machen, was er will. Also scheinbar. Aber, dass es tatsächlich so viele Menschen gibt, die in der Lage sind, sich an so einen Unsinn zu halten, da würde ich fast schon wieder sagen, da wächst mir der Hals. Da ist einfach, ein solcher Wahnsinn steckt dahinter und diese Herrschaften versuchen mit einer naturwissenschaftlich verbrämten Sprache bei denjenigen, die offenbar leidend sind und die sich nicht mehr vorstellen können, dass ihnen noch irgendwas aus dieser Welt hilft, da müssen sie schon an etwas rangehen, was aus der anderen Ecke kommt. Also praktisch von jenseits der Lichtschranke. Ich warte nur drauf, bis jemand demnächst noch mit Antimaterie anfängt, seine Tumore oder sowas zu behagen, denn dann wird es wirklich kritisch. Es gibt ein paar Sachen, die verstehe ich momentan nicht und zwar auch namentlich bei diesen Tachionen nicht, aber das war wohl schon immer so. Denn Lichtenberg hat gesagt, muss ich Ihnen auch noch vorlesen, vom Wahrsagen lässt sich's wohl leben in dieser Welt, aber nicht vom Wahrheit sagen. Und Nietzsche ungefähr 80 Jahre später meinte, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute brauche ich Ihre ganze Konzentration. Das ist ein wahnsinnig schweres Thema, also bleiben Sie dabei, keine Chips, keine Getränke, nur zuhören und aufpassen. Es geht um die Frage nach dem Urgrund des Universums, nach der sogenannten dunklen Energie. Bevor ich da jetzt irgendwie mit was anfange, es ist sehr schwer, deswegen suchen wir natürlich unseren Beginn bei Goethe, dem Guten. Goethe hat einmal gesagt, der denkende Mensch irrt besonders, wenn er sich nach Ursache und Wirkung erkundigt. Sie beide zusammen machen das unteilbare Phänomen. Wer das zu erkennen weiß, ist auf dem rechten Wege zum Tun und zur Tat. Schreiten wir also zur Tat. Was ist dunkle Energie? Herrschaften, das wird uns in die Abgründe der theoretischen Physik führen und an die Anfänge des Universums. Dunkel habe ich hier extra groß geschrieben, weil es handelt sich hier um einen stehenden Begriff, die dunkle Energie. Fangen wir mal wieder wirklich nochmal ganz von vorne an. Wenn wir im Universum uns so umgucken, was gibt es im Universum? Also natürlich abgesehen von uns, Sterne, ist klar. Milchstraßen ist auch klar. Dann gibt es leuchtendes Gas, jawohl. Also das leuchtende Gas ist zwischen den Sternen, es gibt leuchtendes Gas zwischen den Galaxien, es gibt also leuchtende Materie. Wenn man nun diese leuchtende Materie zusammenaddiert, dann kommt folgendes raus. Es gibt so gut wie nichts im Universum. Nichts im Vergleich, also wenig im Vergleich zu der Menge von Materie, die das Universum haben müsste, damit es gerade nicht zusammenfällt. Nochmal. Das Universum expandiert ja. Wenn jetzt nun viel Material in diesem Universum drin ist, dann zieht die Schwerkraft dieses Materials das Universum zusammen. Also gegen seine Expansion kommt die Schwerkraft an. Es gibt genau eine kritische Energiedichte im Universum. Wenn die erreicht ist, dann sind Expansion einerseits und Schwerkraft andererseits im Gleichgewicht. Das ist die sogenannte kritische Dichte. Na ja, gut. So weit, so klar. Also leuchtende Materie ist im Vergleich zu der kritischen Dichte im Universum nichts. Gar nichts. Wenn die leuchtende Materie die einzige Energie im Universum wäre, dann gäbe es uns gar nicht. Denn dann wäre das Universum so schnell expandiert, weil es ja so wenig Masse ist, dass man dieser Expansion nichts entgegenhalten kann, also keine Schwerkraft enthalten kann. Dann hätten sich allerdings auch keinerlei Galaxien, Sterne und so weiter entwickelt. Es muss also noch mehr geben. Gut, wie viel leuchtende Materie gibt es? Habe ich das schon gesagt? Ne, habe ich noch nicht gesagt. Also ungefähr ein Prozent von der kritischen Dichte ist leuchtend. Da ist alles drin. Tote Sterne, tote Planeten, alles was sie sich irgendwie vorstellen können, aus normaler leuchtender Materie ist alles, also selbst Zeug, das gar nicht leuchtet. Also Überreste von irgendwelchen Sternen, die mal vor Jahrmilliarden ausgebrannt sind, ist auch mit dabei. Also wir nehmen das alles mit, alles. Und erst alles zusammen ist ein Prozent. Ist nix, ne? Nix. Gut. Als alte Alpha Centauri Zuschauer wüssten Sie natürlich, oder wissen Sie natürlich, dass es noch eine andere Form von Materie gibt. Und für die neuen Alpha Centauri Zuschauer sage ich es jetzt auch nochmal, es gibt die sogenannte dunkle Materie. Die dunkle Materie ist nun ein Material, wie soll ich sagen, das ist nicht normal. Also normal sind wir, ist klar. Also normale Materie ist das, aus dem wir bestehen. Elektronen, Protonen, Neutronen, das ist bionische Materie, wir wechselwirken mit Strahlung. Also wir verschlucken Strahlung und wenn wir guter Dinge sind, dann strahlen wir natürlich auch entsprechend ab. Nein, Spaß beiseite, also aufgrund unserer Temperatur geben wir Strahlung ab, leuchtende Materie wechselwirkt mit Strahlung, das ist normale Materie. Dunkle Materie ist nicht nur dunkel, sondern sie hat auch überhaupt keine Wechselwirkung mit Strahlung. Das heißt, sie verschluckt auch keine Strahlung. Sie macht gar nichts. Sie ist nur schwer. Es gibt aber offenbar so viel mehr dunkle Materie, also schwere dunkle Materie, als leuchtende Materie, dass die leuchtende Materie praktisch wie so ein Fähnlein im Winde hinter der dunklen Materie hinterher läuft. Also dunkle Materie ist nicht normal, ist sogenannte nicht-baryonische Materie, wechselwirkt nicht mit Strahlung, aber es gibt wahnsinnig viel davon, unglaublich viel. Also grob 30 mal mehr, oder sagen wir mal, großzügig 10 mal mehr als die normale leuchtende Materie. Und von dieser dunklen Materie wissen wir, warum wissen wir davon? Weil sich zum Beispiel die Galaxien an ihrer Außenkante schneller drehen, als sie das eigentlich tun sollten, wenn sie nur aus leuchtender Materie bestehen. Wieso? Na ja, die dunkle Materie beschleunigt die leuchtende Materie hier draußen. Wir wissen von der dunklen Materie zum Beispiel davon, dass Galaxien, große Galaxien, elliptische Galaxien, heißes Gas festhalten können. Heiß heißt jetzt hier nicht irgendwie 100 Grad Celsius, sondern 10, 20 Millionen Grad heißes Gas. Das dürften die gar nicht halten können. Kraft ihrer Schwerkraft durchleuchtende Materie, sondern nur weil dunkle Materie da ist, bleiben diese sogenannten Halos um diese Galaxien herum. Wir wissen das von Gravitationslinsen. Da sieht man genau, wie die dunkle Materie die Lichtwege verbiegt und dabei Linsenwirkung erzeugt. Ja, aber dunkle Materie gibt es also ungefähr im Universum, sagen wir mal, nach den neuesten Bestandsaufnahmen ungefähr 30%. Also, wir haben 1% leuchtende Materie, dunkle Materie 30%. Und nun? Wieso muss man da noch von dunkler Energie sprechen? Ja, es ist so. Es gibt eine Aufnahme des Echos vom Urknall. Das ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Die ist überall. Also jetzt auch hier überall. Früher, als das Fernsehen noch keine Nachtsendungen brachte, da konnte man die Hintergrundstrahlung direkt im Rauschen des Fernsehbildes beobachten. 10% dieses Rauschens gehörten zu dieser Hintergrundstrahlung, gehören auch heute noch dazu. Diese Hintergrundstrahlung ist der Überrest des Urknalls. Und in diesem Überrest des Urknalls, in dieser Hintergrundstrahlung, sind winzigste, also allerwinzigste, Dichte- und Temperaturschwankungen zu beobachten. Und jetzt kommt's. Das, was man da sieht, an Dichte- und Temperaturschwankungen im Universum vor 13, 14 Milliarden Jahren entstanden, ungefähr 300.000 Jahre nach dem Urknall, diese Schwankungen, die kann man nur erklären, Sie sind noch da, die kann man nur erklären, in einem Universum, dessen Energiedichte und damit Materiedichte, ist dasselbe, Sie erinnern sich, Einstein, exakt auf der kritischen Dichte liegt, exakt. Also, wir haben 0,3 sozusagen, 0,3 für die dunkle Materie, 0,01 für die leuchtende Materie, 30%, 1%, und der Rest, wenn wir 1 haben wollen, wir wollen ja an die 100% rankommen, der Rest ist, ja, was ist der Rest? Der Rest muss irgendetwas sein, was noch abstruser ist als dunkle Materie, wir können uns ja schon kaum vorstellen, was dunkle Materie ist, aber es ist jetzt in den letzten Monaten zu einer enormen Diskussion gekommen in der Kosmologie, dass es eine Form von Energie geben muss im Universum, die a, dafür verantwortlich ist, dass das Universum expandiert ist, also antreibt, und b, auch dafür verantwortlich ist, dass das Universum exakt auf dieser Linie liegt, ja, das ist ja praktisch wie das Reiten auf einer Rasierklinge, exakt auf 1, ja, also wollen wir mal gucken, wie machen wir das jetzt am besten? Wir gehen in die theoretische Physik, haben Sie keine Angst, ich bin bei Ihnen, wir gehen gemeinsam da rein, das ist jetzt nicht wie in den Hades gehen oder was, das sind keine Schatten, sondern das ist Mathematik, aber die lassen wir jetzt mal beiseite und überlegen uns folgendes, wenn es stimmt, was die theoretische Physik behauptet, dann müssen die vier Wechselwirkungen, also Schwerkraft, Elektromagnetismus und die beiden Kernkräfte, schwache und starke Kernkraft, ja bei ganz hohen Energien zu einer großen Urkraft zusammenwachsen. Davon träumen wir Physiker ja, das ist ja die Weltformel, an die wir gerne, naja, sagen wir mal, das ist die große vereinigte Theorie, an die wollen wir ran. Wenn das stimmt, und wir haben ja Hinweise darauf, dass es stimmt, weil das zwei Wechselwirkungen ist, es ist uns ja schon gelungen, sie zu vereinigen, wenn das also stimmt, dann müsste man, dann müsste der Beginn des Universums mit einem unglaublich hohen, mit einem unheimlich hohen Energiebad verbunden sein, allerdings einem Energiebad, das im wahrsten Sinne des Wortes nur aus Energie besteht. Da gab es keine Teilchen und nichts. Das wäre sozusagen der Beginn des Universums gewesen. Jetzt muss ich Sie einen Moment entführen im Labor. Stellen Sie sich Folgendes vor, wir haben hier so ein Reagenzglas mit Wasser, ja, nur mit Wasser, und wir kühlen das Wasser ab. Wir kühlen es ab auf 0 Grad und kühlen es ganz, 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 ganz langsam unter 0 Grad Celsius ab. Und zwar so langsam, dass das Wasser nicht gefriert. Das kann man machen, doch. Also ich glaube, der Weltrekord ist heute bei minus 17 Grad. Also man kann das Wasser ganz langsam abkühlen und es gefriert nicht. Aber das geht nur in besonderen Bedingungen. Ganz langsam. Und was passiert dann, wenn man dieses unterkühlte Wasser auch nur anbläst? Es friert durch. Gnadenlos. Was wir hier also haben, ist ein sogenannter Phasenübergang. Ein Übergang von der flüssigen Phase in die feste Phase beim Wasser. Kann man gut verstehen. Aber es ist dazu notwendig, dass da etwas Komisches passiert, das Wasser nämlich in einem falschen Zustand ist, nämlich bei 0 Grad Celsius und dem irdischen Druck normalerweise ist Wasser da gefroren. Aber wenn man das ganz langsam abkühlen, also praktisch eine künstliche Abkühlung vollführen, dann reicht eine Winzigkeit an Störung aus und es friert durch. Sowas kann man sich nun auch für diese Energie vorstellen. Dass das Universum so entstanden ist, dass es nämlich dieser hohe Energiezustand in einem falschen Zustand war, wie dieses flüssige Wasser und nur eine Winzigkeit an Störung ausgereicht hat, um das Ganze gefrieren zu lassen. Und das Ausgefrieren war praktisch der Urknall, der Beginn der Schöpfung. Da merkt man also schon wieder hier wie Henne und Ei, das, was ich vorhin vorgelesen habe, wie Ursache und Wirkung da ineinander gehen. Das scheint offenbar ziemlich verquickt zu sein. Woher kommt die Störung? Nur die Störung kommt dadurch zustande, dass kein Energiezustand wirklich scharf ist. Da müssen wir bei Gelegenheit mal drüber reden. Da müssen wir mal aufschreiben, übrigens Unschärfe Relation, da müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Also, es ist nicht wirklich scharf, sondern es schwankt um einen gewissen Wert. Und diese kleinen Schwankungen können dazu geführt haben, dass das Universum praktisch ausgefroren ist. So, und jetzt kommen wir zur dunklen Energie. Von diesem Vakuum-Energie-Zustand von damals, vor grob 14, 15 Milliarden Jahren, müsste heute noch was übrig sein. Und der würde sich wie eine Antigravitation verhalten. Diese Vakuum-Energie-Dichte, die würde das Universum auseinander treiben können, und würde auf die Art und Weise erklären können, warum das Universum expandiert. Es würde sogar, möglicherweise, das entzieht sich unserer Kenntnis momentan, wir sind noch weit davon entfernt, eine vernünftige Theorie dafür zu haben, könnte sogar erklären, warum es ungefähr 70% der Energiedichte des gesamten Universums ausmacht. So, und jetzt noch ein Absacker zum Abschluss. Jetzt habe ich Ihnen ja viel über theoretische Physik erzählen und was man sich da alles so vorstellt, mit unterkühlten Phasen, Übergängen, das war der Vakuum-Energie ganz am Anfang. Jetzt erzähle ich Ihnen mal was. Es gibt Hinweise darauf, dass die Expansion des Universums nicht gleichmäßig ist, also nicht lineare Geschwindigkeiten, sondern dass das Universum sich bei großen Entfernungen, also einigen hundert Millionen Lichtjahren, tatsächlich beschleunigt, expandiert. Also da draußen gibt es eine Kraft, die die Expansionsgeschwindigkeit vergrößert. Das ist nur zu erklären, zusammen mit all den Sachen von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Wir brauchen genügend Energie, damit wir die Hintergrundstrahlungsfluktuationen erklären können. Wir müssen genau auf die kritische Energiedichte kommen. Wenn wir das haben, brauchen wir Vakuum-Energie-Dichte. Die Vakuum-Energie-Dichte treibt das Universum auseinander, könnte zu einer Beschleunigung führen. Das kann man machen, weil es sogenannte Standardkerzen gibt, von denen wir der Meinung sind, dass sie überall im Universum gleich hell sind. Und die sogenannte scheinbare Helligkeit, die würde dann dazu führen, dass wir tatsächlich sagen können, wenn wir ein Objekt dieser Sorte in unserer Nähe beobachtet haben, ein anderes ist weiter weg, dann sollte es da schwächer sein. Und die, die man da beobachtet hat, diese Supernova vom Typ 1a, die sind noch schwächer, als man erwartet hat. Die Tatsache also, dass sie schwächer sind, als man erwartet hat, bedeutet, sie sind weiter weg, als man erwartet hat. Und auf die Art und Weise kommt man dann also tatsächlich dazu, dass das Universum beschleunigt expandiert. Und warum? Weil es ein Vakuum gab und heute noch gibt. Und wie hat Samuel Beckett mal gesagt, nichts ist wirklicher als das Nichts. Oder Niels Bohr, eine große Wahrheit ist eine Wahrheit, deren Gegenteil immer noch eine große Wahrheit ist. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Natürlich sind Astronomen, wie fast alle Naturwissenschaftler, vor allen Dingen so eine Art Archäologen. Die Astronomie ist für mich, ehrlich gesagt, die größte Art von Ahnenforschung, die man überhaupt betreiben kann. Und natürlich ist wie ein Archäologe ein Astronom besonders froh darüber, wenn er was findet, was richtig, richtig alt ist. Also nicht nur ein bisschen alt, sondern uralt. Und solche Objekte gibt es. Und zwar gibt es sie vor allen Dingen in der Nähe der Milchstraße. Also nicht irgendwie JWD hinten am Rand des Universums, sondern richtig in unserer Nähe. Und das sind die sogenannten Kugelsternhaufen. Die Frage ist heute, was sind Kugelsternhaufen? Und ich kann Ihnen sagen, Kugelsternhaufen, das ist etwas außerordentlich Interessantes, weil nah und dicht. Was sind Kugelsternhaufen? Das ist ein Kugelsternhaufen. Ein Kugelsternhaufen ist was sehr, sehr, sehr Dichtes. Die Sterndichte in einem Kugelsternhaufen ist 20.000 Mal größer als die Sterndichte in der Nähe der Sonne. Die Sterne stehen dort so nah beieinander, dass sie sich immer spüren. Der mittlere Abstand in einem Kugelsternhaufen ist in der Nähe von einem Lichtjahr. Also hier zum Beispiel die Sonne hat einen Nachbarn, Alpha Centauri, beziehungsweise Proxima Centauri, der ist 4,3 Lichtjahre entfernt. In einem Kugelsternhaufen sind die Sterne in der Mitte so eng gepackt, dass sie fast innerhalb des, ja, der Ausdehnung des Sonnensystems sich treffen würden, wäre die Sonne in einem Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen sind alt, dicht, hochgradig interessant und sehr, 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 sehr wichtig für kosmologische Fragestellungen. Wie ist das losgegangen? Kugelsternhaufen hat man natürlich schon früher gekannt, denn es sind ziemlich helle Objekte am Himmel, also man kann selbst mit einem Mikroskop, hätte ich fast gesagt, Teleskop, obwohl ja ein Teleskop so was ist wie ein Mikroskop für die Astronomen, mit Teleskopen im 19. Jahrhundert hatte man bereits Kugelsternhaufen entdeckt. Und aus den Beobachtungen im 20. Jahrhundert ergab sich dann folgendes Bild, es gibt ungefähr noch 150 Kugelsternhaufen in der Milchstraße, alle bewegen sich mehr oder weniger in Richtung des galaktischen Zentrums, also in die Mitte, sie haben stark elliptische Bahnen und es gibt Kugelsternhaufen, die bis zu 180.000 Lichtjahren von der Milchstraße entfernt sind, aber noch zu ihr gehören. Mit anderen Worten, die Kugelsternhaufen, die bilden so etwas wie die Urgalaxie ab, also die Urgalaxie, aus der sich die Milchstraße gebildet hat. Also in der großen Umgebung um die Milchstraße herum, da existieren diese Kugelsternhaufen, die bis zu einer halben Million Sterne haben und typische Ausdehnungen von einigen 10, 20, 30 Lichtjahren. Und die Dinger sind alt. Warum? Woher weiß man das, dass die alt sind? Ja, jetzt müssen wir mal einen Moment wieder in die Kernphysik abtauchen. Also der Stern, der Stern ist ja eine Fusionsmaschine, in dem Stern wird vor allen Dingen Wasserstoff zu Helium fusioniert und dieser Vorgang der Kernfusion hängt nun sehr stark davon ab, wie schwer der Stern ist. Ist der Stern sehr schwer, dann drückt natürlich das Gewicht sehr stark auf den Kernreaktor in der Mitte, also im Inneren und das Material wird sehr, sehr schnell verbrannt. Wenn das aber so ist, wenn also ein Stern von der Wasserstoffphase in eine weitere Phase geht, also in Helium und Kohlenstoff, dann verändert er seine Charakteristik, dann wandert er und wird zu einem Riesen. Wohin wandert er? Wieso wandert? Nun ja, also es gibt ein Diagramm, das ist das Herzsprung-Rassel-Diagramm. Da müssen wir übrigens auch mal eine Sendung drüber machen, über Herzsprung-Rassel-Diagramm. Schreibt doch mal jemand auf. Das Herzsprung-Rassel-Diagramm gibt an die Verteilung eines Sterns Masse gegen Leuchtkraft sozusagen. Also da gibt es eine Reihe, das ist die, also gucken Sie mal hin, das ist die sogenannte Hauptreihe. Wenn ein Stern auf der Hauptreihe sitzt, dann ist er ruhig. Dann macht er nichts. Dann verbrennt er in Ruhe seinen Wasserstoff zu Helium. Aber wenn er seinen Wasserstoffvorrat im Inneren verbrannt hat, dann wandert er im Herzsprung-Rassel-Diagramm zu immer größeren Leuchtkräften und zu anderen Temperaturen, weil sich in seinem Inneren auf einmal andere Kernprozesse abspielen. So. Für die großen Sterne ist es nun wichtig, die leben ja viel kürzer als die kleinen. Und deswegen wandern die früher von der Hauptreihe, von diesem Wasserstoffbrennen, los. Also, wenn man einen Kugelsternhaufen beobachtet, und das sind alle Sterne, haben praktisch gleichen Alters, dann kann man genau an dem Abknickpunkt, kann man messen, wie alt ein Kugelsternhaufen ist. Also, wenn ich einen Haufen sehe und das sind erstmal nur die blauen Sterne, also die großen Sterne, abgeknickt, dann ist der Haufen jung. Jung heißt 10, 20 Millionen Jahre. Das sind die großen Sterne. Wenn ich aber jetzt einen Kugelhaufen beobachte, bei dem zum Beispiel ein Stern wie die Sonne, die wird ja erst nach Milliarden Jahren zu einem Riesen, weil sie erst nach Milliarden Jahren ihr Inneres verbrannt hat, also im Inneren den Wasserstoff zum Helium verbrannt hat, dann ist der Haufen alt. Und bei den Kugelsternhaufen, da hat man Abknickpunkte gefunden in diesem Herzsprung-Rassel-Diagramm, die deuten darauf hin, dass die Kugelhaufen 13 bis 14 Milliarden Jahre alt sind. Ja, das ist praktisch wie, als wenn ein Archäologe irgendwas findet, so, sagen wir mal, die ersten Bücher. Also die ersten schriftlichen Aufzeichnungen der Menschheit. Das ist was ganz Essentielles. Der Kugelsternhaufen, die Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße, sind für uns die Objekte der Wahl. Das sind die ersten Objekte im Universum. Das heißt, naja, die ersten Objekte im Universum können es nicht sein. Denn Kugelsternhaufen haben bereits, die Sterne in den Kugelsternhaufen, da gibt es übrigens kein Gas mehr, nur am Rande mal bemerkt, in den Kugelsternhaufen sind Sterne, die haben bereits Metalle. Jetzt müssen Sie natürlich wissen, dass der Astronom, für den ist alles ein Metall jenseits von Helium. Also auch Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Phosphor, ist für einen Astronom alles ein Metall. Warum, kann ich Ihnen jetzt eigentlich nicht so sagen, aber es hat sich so herausgestellt, weil das sind ja eben nur ganz geringe Anteile der Elemente. Meistens besteht ein kosmisches Objekt aus Wasserstoff und Helium und die schweren Elemente sind praktisch nur eine Verunreinigung. Also damit meine ich jetzt nicht Sie, weil wir bestehen ja aus Kohlenstoff und Stickstoff und so weiter, Sauerstoff, sondern im Universum sind die schweren Elemente uninteressant. Ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Also die haben Metalle. Wo kommen diese Metalle denn her, wenn das die osten Objekte wären? Es können nicht die ersten Objekte sein, das müssen ganz andere gewesen sein. Kugelsternhaufen haben ungefähr ein Zehntausendstel von dem an schweren Elementen, was die Sonne hat. Das sind die Objekte mit der geringsten, wie wir sagen, Metallizität. Woher kommen die Metalle? Tja, also das Universum hat am Anfang ja in der frühen Zeit, also frühe Zeit ist wirklich früh, die ersten drei Minuten, praktisch nur Wasserstoff und Helium hervorgebracht. Also sind die ersten Sterne, die es gab, bestanden nur aus Wasserstoff und Helium. Diese Sterne müssen riesig gewesen sein, wahrscheinlich 100, möglicherweise 1000 Sonnenmassen. Sie wissen sofort, was ich meine. Ein so großer Stern, der lebt quasi gar nicht. Der kaum, dass er angefangen hat, Wasserstoff zu verbrennen, ist er schon wieder tot. Ist natürlich nicht, also es sind vielleicht 50, 60, 70.000 Jahre, vielleicht nur 100.000 Jahre gelebt. Und dann haben diese Sterne bereits durch Explosionen die in ihnen erbrüteten Elemente in den Halo der Milchstraße verteilt. Sie erinnern sich, 150 Kugelhaufen im Halo der Milchstraße, in der Umgebung der Milchstraße. Und aus diesem Gas, das bereits mit schweren Elementen angereichert war, haben sich dann die Kugelhaufen entwickelt. Tja, wahrscheinlich hat es in der Milchstraße früher mal sehr, sehr viel mehr Kugelhaufen gegeben, denn diese Kugelhaufen mit einer Ausdünnung von einigen wenigen zehn Lichtjahren, das sind die Objekte gewesen, die sich am Anfang in der großen, urprotogalaktischen Wolke gebildet haben müssen. Denn die sind ja alt. Wahnsinnig alt. Also die sind ja so alt, dass es vor ein paar Jahren noch Bücher und Artikel gegeben hat, mit solchen Schlagzeilen wie Urknall in der Krise. Es gibt Objekte im Universum, die sind älter als das Universum selbst. Das ist natürlich Quatsch gewesen. Weil diese Altersbestimmungen, diese Sachen mit dem Abknickpunkt, die sind natürlich nicht so genau, wie man das gerne gehabt hätte. Letztlich muss man ganz ehrlich sagen, hat sich die Sache natürlich längst erledigt. Es gibt im Universum keine Objekte, die älter sind als das Universum. Das wäre ja Blödsinn. Das ist doch Unsinn sowas. Aber es gab einige Herrschaften, die meinten, da was geschrieben haben zu müssen. KZ, die man hierzulande Zeitungen nennt. Aber lassen wir das. Zurück zu den Kugelsternhaufen. Es gibt natürlich ein Riesenproblem. Und zwar besteht das Problem in der Physik der Kugelsternhaufen. Die Frage ist nämlich, wie um alles in der Welt kann eine Gaswolke so dicht werden, dass dabei 500.000 Sterne, astronomisch gesprochen, quasi auf einen Schlag entstehen. Das gibt es doch überhaupt nicht. Wie? Das verstehen Sie nicht. Das ist doch ganz einfach. Nehmen Sie mal eine Gaswolke. Die Gaswolke will zusammenfallen. Das heißt, sie hat genügend Gewicht. Was für eine Kraft steht dem nun entgegen, dieser Schwerkraft der Gaswolke? Und natürlich der Druck. Je kälter die Gaswolke ist, umso besser, umso schneller kann es zusammenfallen. Wenn aber jetzt im Inneren Sterne entstehen, dann üben die natürlich einen Druck aus. Durch was? Sternwinde. Ein großer Stern, ein blauer Stern, der bläst einen wahnsinnigen Wind. Das heißt, das Gas, was eigentlich auch wieder zusammenfallen will, wird durch den Stern weggedrückt. Das ist das eine. Das andere sind Sternexplosionen. Wenn so eine Supernova explodiert, das kann ich Ihnen aber verraten, dann brettert also die Höhle des Sterns mit teilweise bis zu 20.000 Kilometer pro Sekunde in die Umgebung ab. Wie soll das Gas da zusammenstürzen? Das geht doch gar nicht. Oder junge Sterne. Sonnenähnliche Sterne. Also kleinere Sterne. Die haben am Anfang eine sogenannte T-Tauri-Phase. Das heißt, die blasen Jets raus. Also Druck, Druck, Druck wird erzeugt und das sollte eigentlich dazu führen, dass die Altersverteilung der Sterne in dem Kugelhaufen durchaus gar nicht an einem Tag sein kann, sondern das müsste schön verteilt sein, einige müssten später gekommen sein, andere früher und so weiter. Aber nein. Kugelhaufen scheinen irgendwie, es muss selbst Regulationsmechanismen geben, die die Sterne in den Kugelhaufen entstehen lassen. Das ist noch ein Riesenproblem und ist nach wie vor nicht geklärt. Eines ist aber sicher. Die Kugelhaufen sind praktisch an einem Tag entstanden. Damit müssen wir uns also jetzt zunächst einmal abfinden. Und sie weisen darauf hin, dass es in den Frühzeiten der Milchstraße die Möglichkeit gegeben hat, sehr, sehr viele Sterne praktisch auf einmal zu machen. Welche Konsequenzen hat das jetzt eigentlich, wenn ein Stern so eng in der Nähe eines anderen Sterns ist? Ja, das ist jetzt so, dass die Schwerkraft da natürlich auch zuschlägt. Also, wenn Sie zwei Massen haben, die sehr, sehr nah beieinander sind, dann merkt natürlich die eine Masse was von der anderen. Jetzt bewegen sich die Sterne in Kugelhaufen mit relativ hohen Geschwindigkeiten. Und die werden sogar noch dadurch beschleunigt, dass sie in das Schwerkraftfeld ihres Kompagnons, Kompagnon kann man nicht sagen, sondern ihres Mitbewohners, geraten. Auf die Art und Weise werden immer wieder Sterne aus den Kugelhaufen herausgekickt, herausgeschossen. Und das Irre ist nun, jedes Mal, wenn ein Stern den Kugelhaufen verlässt, wird der Kugelhaufen kompakter. Das heißt also, die Sterndichte wird größer. Dieser eine Stern trägt quasi einen Teil der Energie mit raus und auf diese Art und Weise kann die Bindungsenergie des Kugelhaufens anwachsen. Der wird noch enger und noch kompakter. Ja, es hat natürlich Konsequenzen, nicht? Also, irgendwann müsste sich dann im Innern eines Kugelhaufens möglicherweise sogar ein schwarzes Loch bilden können. Aber, hier muss man aufpassen, weil nämlich die Sterne, wenn sie also ganz dicht beieinander sind, werden die natürlich immer schneller und schneller und schneller. Wenn sie schneller und schneller werden, werden also immer mehr und mehr Sterne herausgekegelt. Aber, was wir heute sehen in den Kugelhaufen, ist also nicht nur eine ziemlich gleichmäßige Altersverteilung, also die Sterne kommen mehr oder weniger vom gleichen Tag, jetzt mal astronomisch gesprochen, nicht tatsächlich, sondern astronomisch gesprochen, und die Sterndichten im Innern, die sind irrsinnig hoch, aber es ist noch nicht zu einer schwarzen Lochbildung gekommen. Also, wir haben es bei den Kugelsternhaufen mit Objekten zu tun, die sehr, sehr alt sind. Wirklich, es sind die ältesten in der Milchstraße, die wir kennen. Davon hat es wahrscheinlich früher ein paar tausend gegeben. Es sind die ersten Objekte gewesen in einer sich formenden Milchstraße. Die Scheibe, die galaktische Scheibe, ach, die ist ja jung im Vergleich zu den Kugelhaufen. Aber viele der Kugelhaufen, der ursprünglichen Kugelhaufen, sind von der galaktischen Scheibe quasi zermahlen worden. Und wie gesagt, heute gibt es noch so 150, die im galaktischen Halo herumreiten und die uns etwas darüber verraten, wie alt die Milchstraße tatsächlich ist und wann sie angefangen hat, sich zu bilden. Und wenn man sich mal überlegt, dass wirklich vor einiger Zeit noch Leute behauptet haben, das ganze kosmologische Modell, das würde ja nicht stimmen, weil es ja Kugelhaufen gäbe, die älter seien als das Universum, dann fällt mir eigentlich nur ein Spruch von Konrad Abenauer ein, der mal gesagt hat, man muss nicht immer denselben Standpunkt vertreten. Niemand kann einen davor bewahren, klüger zu werden. Tja, herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es wird heute eine ganz müde Sendung. Tja, die Frage, um die es geht, hat was mit der Arroganz von Naturwissenschaftlern zu tun. Diesen, diesen egelhaft arroganten Typen und Typinnen natürlich, die sich überhaupt nicht reinreden lassen, von denjenigen, die die Wahrheit schon längst mit den großen Löffeln zu sich genommen haben. Ja, so steht es in einigen Gazetten, die man hier zu Lande Zeitungen nennt, dass wir Naturwissenschaftler ja so eisenhart sein, wie die katholische Kirche, mit Dogmen beladen, würden wir ja keiner alternativen Theorie auch nur eine Möglichkeit geben, sondern wir würden alle, die sich mit den wirklich wichtigen Sachen auseinandersetzen, draußen vorhalten, ihnen sie ignorieren und ihnen keine Möglichkeit geben, ihre Theorien uns näher zu bringen. Und, 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 und. Ach, wissen Sie was? Eine von diesen wunderbaren Theorien ist die Theorie vom müden Licht. Wird Licht müde? Ach, ja. Wird Licht müde? Ich bin es müde. Wissen Sie, müdes Licht, das ist so eine müde Angelegenheit. Licht soll müde werden und müdes Licht erklärt dann die Rotverschiebung im Universum. Das ist gar keine Expansion des Raumes, in der die Galaxien mit dem Raum mitfliegen. Das ist gar kein Indiz für den Urknall, sondern die Rotverschiebung, die wir sehen, das ist nur müdes Licht. Ja, so wie wir Menschen auch müde wären, so wären die Photonen eben auch müde. Die sind es leid, durch den intergalaktischen Raum zu fliegen, nicht? Und dabei werden sie eben röter. Warum? Na, ist doch klar. Licht hat ja keine Ruhemasse und Licht kann ja nur Energie verlieren, indem es seine Frequenz verändert. Also vom Blauen langsam systematisch ins Rote geht. Und wie geht das? Na ja, ganz einfach. Licht verliert seine Energie, weil Licht muss ja aus den, muss ja der Schwerkraft entkommen, von all diesen Himmelskörpern, nicht? Die ja ganz schwer sind, das Licht muss ja da raus und jedes Mal, wenn es da raus will, dann wird, dann muss es ja gegen arbeiten und diese Arbeit kostet das Licht natürlich Energie und dabei wird es müder. Oder, wenn es durch den intergalaktischen Raum fliegt, dabei streut es an den ganzen Gasteilchen, die es da gibt und jede Streuung kostet das Licht auch wieder Energie und dabei wird es immer müder und müder und müder und müder. Jetzt will ich Ihnen was vorlesen. In einem dieser wunderbaren Artikel steht dann, dieses Lichtermüdungskonzept bringt uns zu folgendem Bild, ein ewiger Kosmos, die Welt existiert ewig, es gibt unendlich viele Universen und alle haben Zeit, sich zu entfalten, ohne Anfang und Ende blüht überall im Weltraum das Leben und so beschert uns diese kleine Modifikation der einsteinischen Formel, ein Universum, wo alles Muße hat, sich zu entfalten. Die These vom müden Licht verschafft uns eine philosophische Gelassenheit, die uns die Urknallhypothese verwehrt. Sind Sie noch da? So, sagen wir doch, jetzt mal ins richtige Leben. Wie sieht das Universum eigentlich wirklich aus? Wieso Urknallhypothese? Wo gibt es ein Problem mit der Urknallhypothese? Die Rotverschiebung? Hey, das ist doch natürlich was Kosmologisches. Was soll es denn sonst sein? Denn hier haben die Herrschaften einiges vergessen. Wenn Sie nämlich nur von der Rotverschiebung reden als einer Rotverschiebung, die dadurch zustande kommt, dass angeblich Masse das Licht tatsächlich rot verschieben lässt, weil das Licht aus diesen Gravitationsdrögen heraus muss, da haben Sie im Prinzip recht. Aber es gibt viel zu wenig Masse in diesem Universum, als dass es die Rotverschiebung erklären könnte. Und Leute nicht vergessen, es ist nicht nur die Rotverschiebung, die die Urknallhypothese stützt, sondern da ist noch viel mehr drin. In diesem Artikel gibt es übrigens auch das Argument, das könnte ja gar nicht sein mit der Expansion des Weltalls, denn da müsste ja der Raum in den Atomen auch größer werden. Ha, ha, ha. Sie gestatten, dass ich lache, komme ich nachher noch mal darauf zurück. Das ist aber ein wichtiger Punkt, kommen wir noch hin. Also, was haben wir für Unterstützungsargumente für die Urknallhypothese? Sie merken schon, ich habe so einen Hals. Das Allerwichtigste ist die Entwicklung der Galaxien, die wir am Himmel beobachten können. Das ist nicht mehr so, dass wir darauf angewiesen sind zu gucken, wie die Galaxien expandieren. Wir können so tief ins Universum zurückschauen, dass wir messen können, wie dicht die Galaxien zu früheren Zeiten zusammenstanden. Und was soll ich Ihnen sagen? Sie standen früher dichter zusammen. Das ist Nummer eins. Wir sehen also, wie die räumliche Struktur der Galaxien sich verändert. Das ist doch schon mal klasse. Zweitens, die Metallhäufigkeit. Die Metalle, also die schweren Elemente im Universum jenseits von Helium, diese Metallhäufigkeit hat sich systematisch vergrößert. Systematisch. Also, was wir sehen im Universum ist der große Materiekreislauf. Die ersten Sterne haben sehr, sehr viel weniger Metalle als die heutigen Sterne. Wir können in unserer Milchstraße heute Sterne beobachten, die haben nur ein Zehntausendstel der Metallhäufigkeit wie die Sonne. Und diese Sterne sind wahnsinnig alt. 13 Milliarden Jahre alt. Klar, die hatten noch nicht so viele Metalle wie unsere Sonne. Die unsere Sonne ist ja ein Newcomer. Die ist vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden. Da gab es schon richtig Metalle in der Milchstraße. Woher kommen die? Ganz klar, es gab Sterngenerationen, die sind explodiert, haben ihre schweren Elemente ins intergalaktische beziehungsweise interstellare Medium gemischt. Die neuen Sterne, die sich gebildet haben, hatten mehr Metalle. Die haben dann auch wieder durch Explosionen das interstellare Medium angereichert. Und dann gab es wieder noch eine neue Generation und noch eine. Und siehe da, dann sind wir beim Heute angekommen. Also ein echter Entwicklungseffekt. So was kann natürlich eine Hypothese vom müden Licht nicht erklären. Das ist eine müde Theorie dagegen. Und die Hintergrundstrahlung. Herrschaften, die Hintergrundstrahlung ist das Argument für den Urknall. Wir können nämlich nicht nur die Hintergrundstrahlungstemperatur heute messen, das sind so ungefähr drei Grad Kelvin, also minus 270 Grad. Wir können sogar die Temperatur der Hintergrundstrahlung messen zu viel, viel früheren Zeiten. Und was sehen wir? Wir sehen genau die Temperaturentwicklung, die sich ergibt, wenn das Universum ein System ist, das expandiert. Da ist nichts mit müdem Licht. Tja, aber es war natürlich jetzt ein riesig, ziemlich arroganter Vortrag von mir. Also kommen wir mal wieder runter, machen wir es mal ganz sachlich. Machen wir das, was Naturwissenschaftler typischerweise tun. Wenn sich jemand bombardiert mit Argumenten, machen wir einen Test. Test. Check. Check im Neuhochdeutschen. Checken wir mal. Checken wir mal das interstellare Medium ab, beziehungsweise das intergalaktische Medium, danach, ob überhaupt genügend Materie da ist, um diesen Streuvorgang des müden Lichts durchzuführen. Denn damit das Licht ermüdet im intergalaktischen Medium, müssen ja Teilchen da sein, an denen sich das Licht streut. So, wie können wir das überprüfen? Wir gucken. Wir gucken einfach raus. Und was sehen wir? So gut wie nix. Also das intergalaktische Medium ist quasi leer. Da gibt es fast überhaupt keine Teilchen. Also ich kann gucken, wohin ich will. Da hinten ist nix. Gar nix. Aber, da hinten ist doch was. Ganz weit hinten, also ungefähr eine Milliarde Jahre nach dem Big Bang, vielleicht zwei Milliarden Jahre nach dem Big Bang, war das Universum mehr oder weniger komplett neutraler Wasserstoff. Warum? Ist klar. klar, als das Universum, wir sind in der Expansion, wir sind nicht beim müden Licht, in der Expansion, als das Universum expandierte, wurde es irgendwann so kalt, dass die Atomkerne, also in dem Fall die Wasserstoffkerne, sich die Elektronen schnappten und zum Wasserstoffatom wurden. Also nicht mehr Ion und Elektron, sondern oder Proton und Elektron in dem Fall, denn das Wasserstoff, der Wasserstoffkern besteht ja nur aus einem Proton, sondern die beiden, die fanden sich zusammen und wurden zum Wasserstoffatom. Klar. Also wurde das Universum zunehmend angefüllt mit neutralem Wasserstoff. So. Wenn ich jetzt also ins Universum hinaus schaue, ja, tiefer und tiefer und tiefer, dann müsste ich, wenn diese Urknallhypothese richtig ist, und wir haben ja schon viele Indizien dafür, dann müsste ich also irgendwann, müsste ich an diese Kante herankommen, dass die Wasserstofflinie, also in dem Fall eine 21 cm Linie, oder eine der Emissionslinien des Wasserstoffatoms, dass diese Linie absorbiert worden ist. Und wir haben es gefunden. Also ich ja nicht, bin ja Theoretiker, sage ich ja immer wieder gern, aber die beobachtenden Kollegen haben es gefunden. Das heißt, wir sehen jetzt diese Wasserstoffkante, wir sehen in einer ganz wichtige Phase im Universum, wo dieser neutrale Wasserstoff da ist. Und selbst da wird das Licht nicht müder oder sowas. Jetzt behaupten diese Leute ja immer wieder, Hubble zum Beispiel, Edwin Hubble, der die Rotverschiebung, so muss man sagen, der 1929 die Rotverschiebung der Galaxien entdeckt hat, der hätte bereits in einem Brief ein paar Jahrzehnte später, ich glaube 1950 war es, geschrieben, also die These der Lichtermüdung sei für ihn viel rationaler als diese völlig irrationale These des Urknalls. Ja, was sagt denn das? Das mag er geschrieben haben, weil natürlich man sich überhaupt nicht ohne weiteres vorstellen kann, dass man in einem expandierenden Raum lebt. Denn wie gesagt, wenn alles expandiert, wenn der Raum expandiert, ja dann müsste ja auch der Raum zwischen den Atomen oder in den Atomen expandieren. Stimmt das? Ne. Stimmt natürlich nicht. Ist doch Blödsinn, sowas. Ich meine, hier der Tisch expandiert auch nicht. dass der Mensch im Laufe der Jahre expandiert hat, andere Gründe. Das hat also mit der Expansion des Universums nichts zu tun. Mehr was mit der Nahrungsaufnahme. Die Welt, also alles was ist, hat damit zu tun, dass es vier Urkräfte gibt. Da gibt es die Kernkraft, zwei, die starke und die schwache. Es gibt die elektromagnetische Kraft und die Schwerkraft. Die Expansion des Weltalls, meine Herren und meine Damen. Ne, andersrum hätte ich natürlich sagen müssen, meine Damen und meine Herren. Entschuldigung. Die Expansion des Weltalls hat etwas mit der Gravitation zu tun. Das ist die wesentliche Kraft, die das Universum a. zusammenhält und durch die Vakuumenergie auch auseinander treibt. Die Struktur eines Atoms hat etwas mit der elektromagnetischen Wechselwirkung zu tun und mit den Kernkräften. Dass der Kern, dass der Atomkern nicht auseinanderfliegt, wenn er aus nur mehr als einem Proton besteht zum Beispiel. Das hat etwas mit der starken Kernkraft zu tun, die viel, viel stärker ist als die Gravitation. Deswegen fliegen keine Atomkerne auseinander, nur weil das Universum expandiert. Der Atomkern wird zusammengehalten durch die starke Kernkraft. Die Atome werden zusammengehalten durch eine elektromagnetische Wechselwirkung. Die Elektronen werden vom Proton in der Mitte angezogen. Das hält die Atome zusammen. Und diese Wechselwirkungen sind viel stärker als die Gravitation, als die Schwerkraft. Deswegen merkt man heute von der Expansion des Universums auch nur was in Abständen. Die sind JWD, das sind 24 Millionen Lichtjahre. Erst ab da merken sie überhaupt, oh, ich bin in einem expandierenden Universum. Vorher ist die Welt völlig normal, hätte ich fast gesagt. Andromeda kommt auf uns zu. Und wie wollen denn die Herrschaften, die vom müden Licht erklären, dass Andromeda sich zu uns blau verschiebt? Das, was man mit der Theorie des müden Lichts angeblich an philosophischer Gelassenheit gewinnt, das verliert man auf der Seite der physikalischen Erklärung. Wir verlieren mit einer Theorie des müden Lichts praktisch alle Erfolge, die die Urknalltheorie hat. Ich sage es nochmal, wir können erklären, warum gibt es das Universum. Wir können erklären, woher die Metalle kommen. Wir sehen die Entwicklung der Galaxien. Ja, wir können sogar so weit gehen, dass wir genau wissen, warum unser Universum zum größten Teil aus Wasserstoff, zum zweitgrößten Teil aus Helium besteht und der Rest ist in Sternen erbrütet worden. All das lässt sich im Rahmen der Urknalltheorie hervorragend erklären. Es gibt auch keinen Widerspruch zur Urknalltheorie, auch wenn Ihnen die ein oder andere Gazette immer mal wieder weismachen will, da gäbe es irgendwelche Widersprüche. Wir stehen heute, was die Urknalltheorie betrifft, auf ganz festem Grund. Jetzt kann man natürlich sagen, Gott, der Lesch, das ist auch so ein Naturwissenschaftler, so ein arroganter Fatzke, der lässt natürlich an sein Dogma keinen ran. Also, wie soll ich es sagen, quasi wie so ein Inquisitor. Da kann ich Ihnen nur sagen, fangen Sie an, betreiben Sie selber Physik, sammeln Sie die Daten, sammeln Sie möglicherweise selbst die Daten, beteiligen Sie sich an einem der größten Abenteuer, die die Menschheit jemals angefangen hat und wir sind noch weit davon entfernt, damit es beendet zu haben. Die Naturwissenschaften leben davon, dass sie sich selber dauernd testen. Und je häufiger wir einen positiven Test haben, umso fester wird eine Theorie. Und eine solche Theorie wie die Urknalltheorie lässt sich nicht durch müdes Licht aus dem Rennen werden. Ich bin es müde. Aber es gibt ja diesen netten Satz, ein ganz wichtiger Gegenbeweis gegen den Urknall ist natürlich, das Universum expandiert, aber ich finde keinen Parkplatz. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um ein Thema, das Sie ganz persönlich betrifft. Vor allen Dingen, wenn Sie sich mit Plänen beschäftigen, ein Haus zu kaufen. Und zwar ein Haus auf Mallorca. Ich kann Ihnen nur eins sagen, kaufen Sie kein Haus auf Mallorca. Damit werden Sie langfristig kein Glück haben. Jetzt werden Sie vielleicht denken, jetzt ist er verrückt geworden. Jetzt betreibt er hier schon Immobilienhandel, oder was? Nein, 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 nein. Die Frage, soll ich mir ein Haus auf Mallorca kaufen, ist eine Frage, die uns in die Tiefen der Geophysik führt. In die Tiefen unseres Planeten. Und letztlich sogar auf die Frage, wie unser Planet überhaupt funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie als alte Alpha Centauri Zuschauer natürlich daran interessiert sind, langfristig zu planen. Und nicht zu diesen Quartals, was hätte ich gesagt, Quartalsäufern, Quatsch, zu diesen Quartalsspezialisten gehören, die eben mal auf der Börse spekulieren und dann schon nach einem Vierteljahr wieder draußen sind. Nein, 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 nein. Wir reden hier über langfristige Vorgänge. Gucken Sie sich Ihre Fingernägel an. Ja, mit der Geschwindigkeit, mit der Ihre Fingernägel wachsen, bewegen sich die Kontinente. Diese Erkenntnis, diese Erkenntnis führt dazu, dass wenn man langfristig plant, man sich natürlich nicht Häuser erwirbt auf Gebieten, die irgendwann in 20 Millionen Jahren nicht mehr da sein werden. Na ja, also fangen wir mal ganz langsam. Es geht um Plattentektonik. Es geht darum, wie bewegen sich Kontinente und warum vor allen Dingen. Warum? Und wir werden am Ende der Sendung wieder darauf kommen, dass offenbar unser Mond eine viel, viel wichtige Rolle spielt für unsere Erde, als wir jemals gedacht haben. Also fangen wir mal an. 1915, Alfred Wegener, ein deutscher Geophysiker, brachte folgende Idee zu Papier. Er war der Meinung, dass die Kontinente offenbar vor einigen hundert Millionen Jahren zu einem großen Superkontinent zusammengewachsen waren. Dieser Superkontinent Pangea, die sogenannte Allerde, dann zerbrach und die einzelnen Platten über dem Planeten Erde praktisch wie Schiffe auf dem Meer hin und her, vor allen Dingen aber weg voneinander schwimmen. 1915, das war so die Zeit, wo die Geologie so ihre erste wichtige Phase hatte, Fossilienfunde an allen Ecken und Enden. Also vor allen Dingen Fossilienfunde auf verschiedenen Kontinenten, die sich aber sehr ähnlich waren. Diese Fossilien waren sehr ähnlich, als ob da früher mal was dazwischen gewesen wäre, eine Verbindung da gewesen wäre. Vor allen Dingen, lassen Sie mal die Weltkarte vor Ihrem geistigen Auge so abrollen. Südamerika und Afrika, die passen ja ineinander wie die Faust aufs Auge. Das war so der erste Hinweis. Aber es gab auch viele andere, viele, viele andere Funde auf der Welt, die eigentlich sich prima durch Wegeners Modell erklären ließen, dass es früher mal ein Kontinent gegeben hat und dass diese Kontinentteile dann langsam, aber sicher auseinander driften. Na ja, die Geologen haben gesagt, hier, ist doch Quatsch. Was soll denn das für eine Kraft sein, die ganze Kontinente bewegt? Wie soll denn das funktionieren? Da haben wir doch überhaupt... Also, es letztlich geriet die Idee von Wegener völlig in Vergessenheit und niemand hat sie auch nur so richtig ernst genommen, wie das so ist. Es gibt wissenschaftliche Schriften, die verschwinden einfach in den Bibliotheken und das war's. Nun aber, in den 50er und 60er Jahren machten die Amerikaner Folgendes. Die Amerikaner fingen an, sich für den Meeresboden zu interessieren. Das heißt mit anderen Worten, sie fingen an, mit U-Booten den Meeresboten ziemlich genau zu vermessen. Vor allen Dingen den Atlantischen Ozean. Der hat es ihnen angetan und was da zu Tage trat, möchte man fast sagen, denn da unten ist es ja ziemlich dunkel, in ein paar tausend Meter Tiefe, was da zu Tage trat, das war eine Revolution der Geowissenschaften. Denn es zeigte sich Folgendes. Im Atlantischen Ozean gibt es ein riesengroßes Gebirge, einen sogenannten ozeanischen Gürtel, der zieht sich also letztlich sogar um die ganze Erde herum, weil er ist nicht nur im Atlantischen Ozean, sondern er zieht sich durch den Indischen Ozean und durch den Pazifischen Ozean und aus der Mitte, aus diesem Gebiet in der Mitte des Ozeans kommt Material raus. Der Erdboden, nicht der Erdboden, der Meeresboden driftet auseinander, weil er praktisch aussprudelt, aus dem Inneren der Erde sprudelt Material heraus. Ja, die Altersbestimmung des Meeresbodens waren vorher schon, hat man schon gedacht, oh oh, denn der Meeresboden ist höchstens 200 Millionen Jahre alt. Wer es Kontinentalgesteine gibt, die 3,4, 3,5, 3,6, 3,8 Milliarden Jahre alt sind. Also die Kontinente sind offenbar viel älter als der Meeresboden. Schon das war schwer zu verstehen und als die das dann da beobachtet haben und Gesteinsproben nach oben brachten, da fand man was ganz Tolles, nämlich links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken, da gab es Gesteine, deren Magnetfeldrichtung, nämlich jedes Mal, wenn das Gestein aus dem Inneren der Erde rauskommt, dann friert es sozusagen, sein Magnetfeld wieder, friert es ein, deren Magnetfeldrichtung abwechselnd, mal so, mal so, mal so, also die Magnetfeldrichtung der Erde hatte sich systematisch umgedreht. Also, links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken sah man, wie das Material nach außen läuft, das Alter sich immer größer wird, aber höchstens 200 Millionen Jahre und das Magnetfeld hatte seine Richtung x-mal geändert. Damit war klar, es muss eine Energiequelle geben, die das Zeug aus der Erde rausbringt und das schon seit mindestens 200 Millionen Jahren und offenbar dafür zuständig ist, dass der Meeresboden sich ausbreitet und jetzt ist natürlich klar, Wegner, 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 1915, die Platten der Kontinente voneinander wegschiebt. Oh, damit war endlich ein Standardmodell geschaffen, eine Standardvorstellung für die Geophysik, für die Geophysik, für die Geologie, für alle Geowissenschaften war dieses sogenannte Sea-Floor-Spreading, dass also der Meeresboden sich ausdehnt, das war für die eine Entdeckung wie die Hintergrundstrahlung, wie die kosmische Expansion für die Astronomen. Endlich hatte man mal einen theoretischen Rahmen, in dem sich all diese Oberflächenveränderungen verstehen ließen. Woher kommen die Anden, die großen Gebirge in Südamerika, wie entstanden die Rocky Mountains, woher kommt der Himalaya? Nur ganz einfach. Indien, jawohl, Indien rammt seit 50 Millionen, naja, rammt, aber Indien schiebt seit 50 Millionen Jahren, schiebt sich die indische Platte in die euroasertische Platte und hebt dabei den Himalaya hoch. Immer noch, Indien hebt immer noch an. Und das tibetanische Hochland. Tja, oder hier, Südamerika, ja, Südamerika, knallt, manchmal gehen mir die Worte übel. Also, Südamerika bewegte sich dann auf Nordamerika los. Übrigens interessant, Nordamerika ist seit einigen Millionen Jahren dabei, sich von Europa zu entfernen. Also, das hat jetzt politisch nichts zu sagen, sondern, das ist eine reine geologische Aussage, Nordamerika entfernt sich von Europa. Immer noch, immer noch. Südamerika kommt von unten nach, auf Nordamerika los. Damals die Geschichte Panama-Panama, so entstand also dieser mittelamerikanische Teil, der zum Beispiel dem Meer den Weg versperrte. Vorher gab es eine große äquatoriale Strömung, jetzt hatte sich Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik hatten sich da hingelegt, kam das Wasser nicht mehr durch, musste das warme Wasser in Richtung Norden abströmen. Golfstrom, ne, dem verdanken wir letztlich unser immer noch angenehmes Klima. Ja, und jetzt kommen wir endlich mal zur Sache. Zur Sache heißt, Mallorca. Ja, es ist eben nicht nur so, dass Amerika sich von Europa entfernt, dass Südamerika sich mit Nordamerika verschmolz, oder sagen wir mal zusammenstieß, Indien dahin schiebt, ne, 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 ne. Afrika. Seit 30, 40 Millionen Jahren ist völlig klar, was passieren wird. Afrika kommt. So können wir machen, was wir wollen. Und zwar, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen, kommt Afrika. Es gab schon einige Vorboten, der Balkan zum Beispiel und Italien sind Teile der afrikanischen Platte, ja, und seitdem Afrika also richtig schiebt, heben sich die Alben mal mehr, mal weniger stark an. Praktisch ein großer Teil der großen europäischen Gebirge hat nur damit zu tun, dass Afrika also gnadenlos auf Europa zudonnert. und deswegen auch das Problem. Wenn Afrika jetzt so weiterschiebt und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es das nicht tun wird, denn wir wissen inzwischen, dass Südafrika um 300 Meter angehoben wurde, weil sich Nordafrika unter den europäischen Kontinent bohrt. Also, man muss sich vorstellen, das geht also nicht, nicht irgendwie nur einfach nach vorne, sondern auch noch drunter, ja, drunter. Was passiert? Die Straße von Gibraltar wird eines Tages geschlossen werden, also geologisch natürlich, ja, dann ist natürlich mit dem Wasserzufluss durch den Atlantischen Ozean ist aus, das muss übrigens schon ein paar Mal passiert sein, denn wir sehen große Salzfelder in Südfrankreich. Also offenbar ist es schon ein paar Mal passiert, dass diese Meerenge von Gibraltar geschlossen wurde und dann ist das Wasser ausgetrocknet. Aber es wird jetzt noch schlimmer, denn dadurch, dass Afrika wirklich, es gibt keine Lösung, also es gibt keine Alternative, Afrika kommt und wird das, erstens das Mittelmeer zumachen, das Mittelmeer wird ausdrucken, zweitens wird es einfach über die Balearen, also auch über Mallorca, einfach drüber gehen. Also wenn Sie an einer langfristigen Investition interessiert sind, auf einer Zeitskala von 20, 25 Millionen Jahren, dann kann ich Ihnen nicht empfehlen, auf Mallorca Eigentum zu erwerben. Gibt es Alternativen? Das ist natürlich die Frage. Gibt es Alternativen? Die gibt es. Die gibt es. Was wird passieren? Computer sind in der Lage, aufgrund der vielen Beobachtungen der Funde, im wahrsten Sinne des Wortes, und der ganzen Messungen, wie sich die Kontinente bewegen, das macht man nämlich inzwischen vom Weltraum aus. Die Satelliten sind sehr wohl in der Lage, selbst kleinste Veränderungen der Kontinente zu messen. Das heißt, wir wissen jetzt, wie die Kontinente sich bewegen. Übrigens, da fällt mir ein, Sie merken schon, die großen Erdbebengebiete, die sind da, wo diese Platten aufeinander donnern. Das war auch ein wichtiger Erfolg, dieser Kontinentaltriff, dieser Wegnischen Theorie, dass man jetzt auf einmal verstand, nicht nur, wie Gebirge entstehen, sondern auch noch, wie diese Aktivitätszonen zustande kommen. Zum Beispiel, die großen Erdbebenzonen in Ostafrika haben da was damit zu tun, dass ein Teil von Ostafrika zur Zeit abbricht. Deswegen Vulkane und Erdbeben und so weiter. Und das passiert auf der Erde sehr schön, praktisch entlang dieser Aktivitätszonen, wo diese Platten aufeinander donnern. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau. Grundstückstipps. Wie wird es also laufen? Was sagen uns die Funde? Was sagen uns die Computermodelle? Na ja, kann ich Ihnen jetzt mal unter uns so verraten. Also, Afrika wird von unten, das ist ja klar, es sind ja unten, wird von unten nach Nordosten Europa verschieben. Das Merkwürdige ist übrigens, den Engländern wird kaum was passieren. Also, England driftet nur so mit. Also, England und Irland scheinen irgendwie nicht beeinflusst zu werden. Aber Afrika schiebt sich praktisch an Europa dran, schiebt es nach Nordosten. Und dabei wird ein sehr, sehr großes Gebirge in Mitteleuropa entstehen. Ja, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Also, Bayern wird verschwinden. Es wird praktisch von diesem Gebirge aufgefaltet werden. Frankreich, futsch, da rein, können Sie vergessen. Selbst die Franzosen werden erhebliche Probleme kriegen in dieser völlig neu gefalteten Landschaft. Diejenigen, die davon, also, die gewinnen werden, sind die Polen. Die Polen werden in 20 Millionen Jahren das Alpenvorland sein. Also, wie soll ich sagen, das München in 20 Millionen Jahren wird Warschau sein. Entsprechend werden die Grundstückspreise ansehen. Also, jetzt mal, das ist ja für Spaß, aber ehrlich, nicht? Also, das ist das, was uns erwartet. Es erwarten uns aber noch ganz andere Dinge. Nicht nur, dass Afrika hier auf Europa zuläuft und das Mittelmeer einfach gnadenlos wegschieben wird. Der Nahe Osten wird zusammengeschoben. Auch da werden Krisengebiete sozusagen aufeinandergeschoben werden. Machen Sie doch mal Urlaub auf Bali, denn Bali ist in 25 Millionen Jahren von den Australiern einfach einkassiert. Indonesien wird verschwinden. Ostafrika, hatte ich schon gesagt, wird abbrechen. Es werden völlig neue Strände entstehen. Kenia, Tansania, Somalia, Mosambik, die werden in den Indischen Ozean abdriften. Und dann muss man natürlich eines sagen, Nordamerika entfernt sich immer weiter von Europa. Was das bedeutet, lässt sich nur erahnen. Also, die Beringstraße wird praktisch zuwachsen. Während nämlich Europa, Afrika und Asien in Richtung Nordosten wandert, Amerika auf die andere Seite kommt, werden die da oben wieder zusammentun. Wir werden also irgendwann mal einen Highway haben zwischen Alaska und Sibirien. Direkt von Anchorage nach Wladivostok. Also, ohne nasse Füße zu kriegen. Das alles ist das, was uns in der Zukunft erwartet. Und zwar, da gibt es überhaupt keinen Ausweg. Da können wir also machen, was wir wollen. Das ist das, was unser Planet uns vorgibt in Zukunft. Und, ja, wie soll ich jetzt diese Sendung beenden? Eigentlich nur, gibt es nur einen Satz, ne? Hasta la vista. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es tut mir sehr leid, aber ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Ihnen doch in einer Sendung erzählt, Sie sollten sich kein Haus auf Mallorca kaufen, weil ja Afrika kommt, weil sich die Kontinente ja mit der Geschwindigkeit bewegen, mit der sich unsere Fingernägel, mit der unsere Fingernägel wachsen. Und ich habe in dieser Sendung vor lauter Begeisterung über die Plattentektonik, über die Verschiebungen in Europa und auf der Nordhalbkugel und wie nun demnächst Australien, also demnächst in 20 Millionen Jahren, Australien, Indonesien quasi verschlucken wird und, 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 bin ich also überhaupt nicht mehr dazu gekommen, Ihnen zu erzählen, warum das eigentlich so ist. Es tut mir sehr leid, aber mein Gott, wenn mich die Begeisterung mitnimmt, dann bin ich auch nicht mehr zu halten. Also wird jetzt nachgeliefert, in dieser Sendung werde ich es Ihnen erzählen, versprochen, Hochkreis. Also ich habe mir dann gedacht, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und nehmen noch einen wichtigen Punkt mit, nämlich die Erdwärme. Deswegen ist heute das Thema, warum ist die Erde warm? Denn das ist der Grund, die Wärme für die Plattentektonik. Warum ist die Erde warm? Naja, also das ist natürlich jetzt eine Frage, wie soll ich sagen, die kann man relativ schnell beantworten. Nee, das stimmt nicht. Was man nicht beantworten kann, so einfach ist, warum, sondern dass sie warm ist, ist klar. Die Erde ist warm, wissen alle. Jeder ordentliche Vulkan zeigt uns, dass offenbar im Innern der Erde durch deutlich höhere Temperaturen herrschen als bei uns. Typische Ergebnisse von Bohrungen zeigen uns, dass also die Erdwärme nach innen zunimmt. Das muss sie auch, denn sonst würde man überhaupt nicht verstehen, wieso die Vulkane so sind. Und das sind ungefähr, was habe ich gelesen, 30 Grad pro Kilometer. Also wenn man einen Kilometer tief bohrt, dann wird es um 30 Grad Celsius wärmer. Also schon kann man sich ausrechnen, wie es im Innern der Erde aussieht. Gibt es noch irgendwas anderes im Sonnensystem, was eine ähnliche Erscheinung zeigt, wie diese Wärme? Eines Planeten, also wie die Erdwärme? Nö. Der Mond ist quasi geologisch völlig tot. Der Mars hat man auch schon längere Zeit nichts mehr gesehen, denn ich will da Folgendes raus. Eigentlich ist es nicht so einfach zu verstehen, warum die Erde immer noch warm ist. Denn die Himmelskörper, wie Erde, Mond, Mars und so weiter, auch die Erde, die sind ja viereinhalb Milliarden Jahre alt. Und das ist lang, das kann ich Ihnen sagen. Also es ist wirklich lang. Viereinhalb Milliarden Jahre, das ist kein Pappenstiel mehr. Warum ist denn überhaupt noch Wärme übrig, nach viereinhalb Milliarden Jahren? Das ist die Frage. Und das gibt in unserem Sonnensystem genau genommen, soweit wir wissen, nur ein einziges Objekt, das noch Vulkanismus zeigt, aktiven Vulkanismus, und das ist Io. Io ist ein Mond vom Jupiter. Der wird allerdings durchgeknetet ständig, sodass die Wärmequelle für diesen kleinen Mond Io klar ist. Der wird also von dem Jupiter richtig durchgeknetet und dadurch wird das Gestein, dieses Io, offenbar verflüssigt und schießt regelmäßig in Form von riesengroßen Vulkanausbrüchen aus seiner Oberfläche raus. Da kann man praktisch zugucken, also wie ein Vulkan wächst und wie das Zeug ins Weltall hinausgeschossen wird. Aber wir wollen jetzt nicht über Io reden, wir wollen über die Erdwärme reden. Aber bevor ich über die Erdwärme rede, rede ich zunächst einmal über den Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, dass diese komischen Plattenbewegungen, Sie erinnern sich, Afrika knallt auf Europa, also mit der Geschwindigkeit hier von den Fingernägen, Indien drückt in den euroasertischen Kontinent hinein, schiebt Himalaya und so weiter. Also wie kommt das? Wieso bewegt sich da überhaupt was? Wieso entsteht am Ozeanbecken in einer solchen riesenlangen Zone von mehreren tausend Kilometern Länge ständig neuer Ozeanboden? Was passiert da? Also ich mache hier schon mal so ein paar Handbewegungen, wie das so schön im Englischen heißt, I wave my hands, damit Sie schon mal wissen, worauf es hinausläuft. Es läuft nämlich auf Konvektion hinaus. Konvektion. Sie wissen nicht, was Konvektion ist. Ja, dann fangen wir mal an. Küche. Herdplatte. Auf der Herdplatte steht ein Topf, sagen wir mal, mit einer ordentlichen, dicken Tomatensauce. Sie machen den Herd an. Was jetzt passiert als erstes ist, dass die Temperatur von der heißen Herdplatte durch den Topfboden in die Flüssigkeit, also in diese Tomatensauce hineingerät. Zunächst einmal passiert das alles durch Wärmeleitung. Das heißt, ein, wie soll ich sagen, ein Tomatensaucenteilchen teilt dem anderen Tomatensaucenteilchen mit, hier ist Wärme, ich muss, ich brauche Platz. Typisches Elbowing-Verhalten, also man drückt sich auseinander, drückt sich nach oben. Dabei bleibt aber die Flüssigkeit im Wesentlichen in Ruhe. Nur die Einzelteilchen geben hier und da Wärme ab. So. Ja, aber Sie haben ja weiter. Also die Wärme, Zufuhr geht weiter und weiter und dann setzt das ein, was man unter Konvektion versteht, dass nämlich die Flüssigkeit anfängt sich zu bewegen. Die Flüssigkeit fängt an, nach oben aufzusteigen. Sie ist nämlich leichter als die kältere Flüssigkeit, geht nach oben, kühlt sich ab und fällt wieder runter. Also, für die Konvektion sind zwei Dinge wichtig. Erstens, eine Wärmequelle und zweitens, Schwerkraft. In der Schwerelosigkeit gibt es nämlich keine Konvektion. Gut, also, jetzt haben wir schon mal so weit, ist das denn so weit klar? Also, nochmal, wenn es von unten aufgeheizt wird, ab einer bestimmten kritischen Temperatur, sozusagen einem kritischen Temperaturunterschied, dann hat die Flüssigkeit keine andere Möglichkeit mehr, sich aus der Krise zu befreien, als durch große Bewegung. Diese riesengroßen Walzen werden aufgebaut. Und sowas passiert auch im Erdinnern. Im Erdinnern ist es nämlich auch heiß. Wie gesagt, allerdings nicht gleichmäßig heiß, sondern im Innern der Erde ist es wesentlich heißer als außen. Der Erdkern hat eine Temperatur von vermutlich 6000 Grad, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Der innerste Erdkern übrigens ist fest. Eisennickelkern ist richtig fest. Der ist umgeben von einem flüssigen, äußeren Erdkern. Dann gibt es den unteren Erdmantel und dann kommt der obere Erdmantel und ganz oben, 700 Kilometer dick, die Erdkruste sozusagen. Und die Kruste ist eigentlich diejenige, die sich bewegt. Also wir müssen von, die Erde hat ja einen Radius von 6000 Kilometer, wir müssen also praktisch über 6000 Kilometer irgendwie die Wärme der Erde dazu kriegen, die Platten oben am Rand, also an der Kruste, zu bewegen. Wie geht das und woher kommt überhaupt die Erdwärme? Die dann dazu verantwortlich ist, dass diese Konvektion sich antreibt. Denn, Freunde, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja mal, also gut, alte Zeiten, der Dynamo. Die Erde hat ja ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld der Erde scheint sich nach dem, was wir aus den Gesteinen gelernt haben, ja immer wieder mal umgepolt zu haben. Also da, wo eben noch der magnetische Nordpol war, war später der magnetische Südpol so, als wenn man so einen Stabmagneten dreht. Nun hat sich die Erde natürlich nicht gedreht, sondern offenbar hat sich das Magnetfeld aufgebaut und abgebaut. Und ein solcher Dynamo, den man dazu braucht, praktisch wie die Maschine am Fahrrad, wo die Bewegungsenergie in magnetische Energie umgesetzt wird, für einen solchen Dynamo braucht man, ne, genau, Konvektionsbewegung. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie Ihren Kompass, den nächsten Mal wieder benutzen, um ein bisschen die Orientierung zu kriegen, in der heutigen Zeit ist mir oft orientierungslos und der Kompass zeigt Ihnen an, wo Norden ist und wo Süden ist, das ist der Beweis dafür, dass im Inneren Bewegungen von leitendem Material am Werk sein müssen, sonst gäbe es nämlich das Magnetfeld nicht, die Aurora auch nicht, das Nordlicht. Nämlich dieses Phänomen, dass da oben im hohen Norden und im tiefen Süden, also über den, über dem Nordpol und über dem Südpol Leuchterscheinungen da sind, das hat damit zu tun, dass Teile von dem Plasma, was aus dem Sonnenwind kommt, auf diese Magnetfeldlinien geladen werden, auf die Atmosphäre donnern und sie zum Leuchten bringen. Alles das sind Beweise dafür, was sich im tiefsten Erdinnern abspielt. Jetzt bin ich abgewichen, ich habe da versprochen, diesmal beim Thema zu bleiben, aber Sie merken schon, wie schwierig das ist. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, ja, bei der Erdwärme. Wo kommt die eigentlich her? Wo kommt die Erdwärme her? Ja, wo kommt die jetzt her? Wie soll ich Ihnen das sagen? Also, sie kommen vom Anfang. Die Erde begann ja, vor viereinhalb Milliarden Jahren, wie gesagt, damals, als, die wurde zusammengebacken, förmlich. Also, sogenannte Planetesimale, also Kleinstplaneten, knallten aufeinander, die hatten so eine Größe von 10 bis 100 Kilometer, donnerten aufeinander und schon bei diesem Donnern wird natürlich Bewegungsenergie frei und diese Bewegungsenergie, wenn so zwei Teilchen dann zusammengebacken sind, die setzt sich in innere Energie um, das Zeug wird mit anderen Worten heißer und heißer. Das dauerte eine ganze Weile, bis also die Erde so viel Masse zusammen hatte, dass sie immer größere Brocken aus ihrer Umgebung anzog. Der Planet wuchs und wuchs und wuchs. So. So, und jetzt wird es schwierig. Wie soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt erklären? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie haben es mit einer Kugel zu tun und in dieser Kugel sind verschiedene Elemente drin. Schwere Elemente, die in Sternen erbrütet wurden, vor allen Dingen auch solche, die nur aus Supernova-Explosionen stammen können, nämlich radioaktive Elemente. Also Uran zum Beispiel oder Thorium. Denn deren radioaktiver Zerfall in Blei, der ist mit dafür verantwortlich, dass unsere Erde heute noch so warm ist. Denn als die Erde sich bildete, da, wie soll man das nennen, dann, dann, das schwere Material, also Eisen und Nickel, ja, rutschte nach innen in den Kern. Es bildete sich dieser dichte Kern aus Eisen und Nickel und das ganze silikatartige Gestein, das blieb im Mantel und in diesem Mantel versteckt nun Uran, Thorium und so weiter. Also radioaktive Elemente, die dafür sorgten, dass das Mantelgestein flüssig blieb. Auf der anderen Seite, durch das Absetzen des dichten Materials ins Innere wurde auch Gravitationsenergie frei. Also es wurde nochmal geheizt. Also wir haben die Gravitationsenergie auf der einen Seite, weil das ganze Ding sich zusammenschrumpfte. Wir haben die Heizung durch die radioaktiven Elemente. Alles das führte dazu, dass die Erde im Innern heute noch warm geblieben ist. Immer noch. Ja, so weit, so gut. Jetzt wissen wir aber noch lange nicht, weshalb sich jetzt da oben an der Lithosphäre da oben sich irgendwas bewegt. Wieso geht denn die Wärme nicht einfach raus? Ich meine, ist da noch irgendetwas zu bedenken? Haben wir vielleicht oben eine andere Art von Wärme übertragen? Oder noch viel besser, haben wir denn einen riesengroßen Konvektionskreislauf in der Erde? Oder haben wir Räder, die praktisch ineinander greifen? Also von unten, stellen Sie sich mal vor, hier ist der Erdkern, wir haben dann also diese Konvektionszone über dem innersten Erdkern, denn wie gesagt, der innerste Erdkern ist ja fest. Also in dem Mantel haben wir einen großen Transporteur von Erdwärme von unten nach oben. Oben kühlt es sich ab, so. Aber jetzt ist es nicht so, dass diese Erdwärme, die da von unten kommt, auch die ist, die bei uns ankommt. Nee, nee. Sondern aufgrund der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit der verschiedenen Materialien, also die Erdkruste mit anderen Worten, leitet Wärme schlechter als das glutflüssige Zeug im Inneren, denn die Kruste ist ja fest. Das hatte ich natürlich eben vergessen zu sagen. Sie merken schon, das ist sehr diffizil. Als die Erde sich bildete, muss natürlich irgendwann mal diese Kruste sich abgekühlt haben, dass eine feste Kruste entstanden ist. Wie war das neulich, hat mir ein Kollege gesagt, dass vor 600, 700 Millionen Jahren die Erdoberfläche noch viel, viel wärmer war als heute. Also vielleicht 60, 70 Grad warm. Also richtig, nur das mal am Rande erwähnt. Aber die Erdkruste hatte sich dann doch relativ schnell abgekühlt, sodass sie fest wurde. Und dieses feste Material hat nun ein Problem mit der Wärme, die von unten kommt. Das heißt, es bilden sich, nochmal, diese großen, diese großen Konvektionswalzen von unten nach oben und dann in der nächsten Schicht bilden sich kleinere Konvektionswalzen, die nun das Material ebenfalls nach unten, nach oben mitnehmen. Das heißt, das ist wie so ein Räderwerk, zwei große Zahnräder, die ineinander greifen und oben kommt die Wärme nicht weg. Durch dieses feste Gestein kommt die Wärme nicht weg. Mit anderen Worten, sie kriegen einen Wärmestau. Und dieser Wärmestau ist nun dafür zuständig, dass Material, irgendwann ist dann die kritische Bedingung für die Konvektion, für eine neue Konvektion quasi erfüllt und das Zeug spritzt von unten raus und jagt durch die Kruste hoch. Genau so funktioniert das quasi am Ozeanboden. Das Zeug kommt nur deswegen da raus, weil es unten ständig nachgeheizt wird und mit Wärmeleitung ist da nichts zu machen. Überhaupt nichts. Also wir haben jetzt endlich mal ein Verständnis dafür, wie es dazu kommen konnte, dass sich seit mindestens, also mindestens zwei Milliarden Jahren immer mal wieder ein Superkontinent auf der Erde bildet, auseinanderfällt, wieder bildet, auseinanderfällt und wieder bildet. Ein unglaublich heißer Beginn hatte unser Planet. Also es wurde da, am Anfang gab es Einschläge, da wurde radioaktives Material von Supernovae eingebacken, die heute noch die Erde aufheizen und das Ganze funktioniert so ähnlich wie bei uns in der Küche, wenn wir Tomatensauce für ein ordentliches Nudelgericht aufstellen. Also das Zeug spritzt daraus, weil es nicht anders kann. Das ist eine Krise. Die Plattentektonik ist ein Zeichen für eine innere Krise eines Planeten. Nun hat sich dieser Planet ja Gott sei Dank in einen ganz wunderbaren blauen Diamanten entwickelt. Wie Sie sehen können, es ist ja ganz außerordentlich interessant zu hören, was Astronauten sagen, die heute um diesen wunderbaren blauen Diamanten herumfliegen. Der polnische Astronaut Miroslav Hermaschewski zum Beispiel, die Schwerelosigkeit setzte plötzlich ein. Ich schwebte, als sei ich im Innern einer Seifenblase wie ein Säugling im Schoß der Mutter. In meinem Raumschiff blieb ich immer ein Kind der Mutter Erde. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bin ich, bin ich unscharf? Immer noch? Wird's nicht deutlicher? Hans, mach doch mal ein bisschen mehr Schärfe rein. Tja, ich finde, wir kennen uns jetzt lange genug. Wir können auch mal über was ganz, 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 ganz Hartes aus der Physik sprechen. Über den heiligen Gral der Physik, über das Innerste, über das Größte, möglicherweise eine der größten Erkenntnisse, die jemals Menschen gemacht haben. Wenn man die Naturwissenschaften mit einer Schatztruhe vergleicht, dann gibt es natürlich wie in jeder Schatztruhe Goldmünzen, Perlenketten, Colliers, Diademe und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch Einzelstücke, einzelne Diamanten, einzelne Edelsteine von solcher Pracht und Größe und Schönheit, dass der Kenner, wenn er sie in der Hand hält und erkennt, dass es ihm schier die Sprache verschlägt. Das darf mir jetzt in der Sendung nicht passieren, dass mir die Sprache abhanden kommt, denn ich will sie mit etwas in Zusammenhang bringen und Ihnen etwas vorstellen, das wirklich zu einem, das ist der Edelstein, für mich persönlich, also unter uns, für mich persönlich, der Edelstein der theoretischen Physik vielleicht, der Naturzeitschaften überhaupt, es geht um die Heisenbergsche Unschärferelation. Tja, das Thema der heutigen Sendung ist, was ist die Unschärferelation? Und ich kann Ihnen eines sagen, Sie brauchen heute Ihre gesamte Konzentration, ich verlange alles von Ihnen, denn das Thema, so wertvoll und wichtig es für die Physik ist, gehört zu den merkwürdigsten und schwierigsten Dingen der Physik überhaupt. Schwieriger geht's kaum noch. Wenn Sie am Ende der Sendung noch einigermaßen bei Verstand sind, dann bin ich froh, denn viele Physikstudenten haben über diesem Thema fast den Verstand verloren. Ich gehörte auch fast dazu. Die Heisenbergsche Unschärferelation ist eigentlich ganz einfach. Sie sagt, dass das Produkt aus Ortsunschärfe und Impulsunschärfe, Delta x mal Delta p, um eine kleine mathematische Formel in meiner Sendung zu verwenden, entspricht ungefähr dem Planck'schen Wirkungsquantum. Das ist eine außerordentlich kleine Zahl. Sehr klein. Was hat das zu bedeuten? Wir machen es so. In dieser Sendung erzähle ich Ihnen, was die Unschärferelation ist und in einer anderen Sendung erzähle ich, was sie bedeutet. Denn bevor ich Ihnen sagen kann, was sie ist, müssen Sie erst mal verstehen, worum es überhaupt geht. Wir beginnen mit dem, nee, wir beginnen mit einem Satz von Richard Feynman, der gesagt hat, ich kann davon ausgehen, dass es keinen Menschen gibt, der die Quantenmechanik versteht. Denn die Quantenmechanik, das ist das eigentliche Gebiet, um das es geht. Die Quantenmechanik, ja, wie fing das eigentlich alles damit an, damals? Ja, das fing damit an, dass man einen Spaltversuch gemacht hat, und zwar einen Doppelspaltversuch. Also müssen Sie sich vorstellen, wir haben eine Blende und in dieser Blende sind zwei Löcher drin. Durch diese zwei Löcher schießen Sie von hinten zum Beispiel mit Gewehrkugeln. Was für eine Verteilung kriegen Sie auf einem dahinter liegenden Schirm? Ist klar, es gibt sehr viele Kugeln, die gehen durch das eine Loch und es gibt sehr viele Kugeln, die gehen durch das andere Loch. Und daraus können Sie eine Gesamtverteilung machen und es ist klar, die Kugeln sind entweder durch das eine Loch oder durch das andere gegangen. Geschenkt. Wasserwellen. Man nägt diese Blende in ein Wasserbecken, erzeugt Wasserwellen auf der einen Seite und schießt nun diese Wasserwellen oder treibt die Wasserwellen durch diesen Doppelspalt. Was sieht man da? Hinten? Nicht die Verteilung wie bei den Gewehrkugeln, sondern man sieht Interferenzen. Interferenzen sind Überlagerungen. Wasserwellen sind ja Wellen, wie der Name schon sagt. Das heißt, Wasserwellen können sich verstärken und können sich aber auch auslöschen. Also ein Wellental und ein Wellenberg gibt nichts. Wellental und Wellental gibt ein tieferes Wellental, Wellenberg und Wellenberg gibt einen höheren Wellenberg. Das nennt man Interferenz. Das heißt, die Verteilung der Wasserwellen hinten beim ankommenden Schirm sozusagen ist nicht die gleiche Verteilung wie bei Gewehrkugeln. Denn die Wellen, die können ja, ein Teil davon kann durch das eine Spalt gehen, ein anderer Teil kann durch den anderen Spalt gehen und wie die da hinten ankommen, hängt davon ab, ob jetzt zufälligerweise ein Wellenberg und Wellental, dann hat man negative, also destruktive Interferenz, dann ist es weg oder man hat konstruktive Interferenz. Das heißt, es bilden sich gewisse Minima und Maxima aus. So. Und jetzt halten Sie sich fest. Wieder Spalt, Doppelspalt und wir jagen Elektronen durch. Und Elektronen war längst bekannt, als man diesen Doppelspaltversuch machte, dass Elektronen Teilchen sind. Ist ja klar. In jedem Kupferdraht bewegen sich Elektronen hin, bewegen den Strom. Photoelektrischer Effekt, dafür hat übrigens Einstein den Nobelpreis bekommen, nicht für seine Relativitätstheorie. Photoelektrischer Effekt ist die Sache mit den Solarzellen. Licht, also Photonen knallt auf eine Oberfläche und was knallen, was hauen diese Lichtteilchen raus? Andere Teilchen, nämlich Elektronen. Sie können die Elektronen wirklich genau messen. Ankunft von einem Elektronen. Herzlichen Glückwunsch, also man kann es begrüßen. Man weiß, dass Elektronen Teilchen sind. Jetzt schießen wir also von hinten mit zwei Elektronenkanonen durch diese Spalte durch. Und was für eine Verteilung sehen wir hinten an dem Schirm? Ein Interferenzmuster. Wir sehen, ich wiederhole, wir schießen mit Teilchen auf diesen Doppelspalt und sehen auf dem Schirm hinten die Aufenthalts-, also die, wie soll ich sagen, die, die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens ist nicht die von Gewehrkugeln, obwohl doch Elektronen Teilchen sind, wie Gewehrkugeln quasi. Nein, wir sehen Interferenzmuster. Ja wie? Ja was? Sind die Elektronen jetzt auf einmal in Wellen? Haben die sich in Wellen verwandelt oder was? Ja, die sehen schon. Sehen sie noch da. Das ist jetzt schwierig. Wir schießen Elektronen durch diesen Spalt durch, durch diesen Doppelspalt und die kommen hinten bei dem Schirm an, als wären es Wellen. Ich kann genau sehen, wie die Elektronen aus dieser Elektronenkanone rauskommen. Ich kann den Elektronenschal so fein machen, dass förmlich nur ein Elektron durch den Spalt durchkommt. Und was sehe ich hinten? Interferenzmuster. Das ist der Welle Teilchen-Dualismus in der Quantenmechanik. Mein Lehrer in theoretischer Physik hat mal gesagt, Herrschaften, die Quantenmechanik kann man nicht verstehen, die muss man hinnehmen. Und als ich diese Sendung vorbereitet habe, da muss ich sagen, da ist es also wirklich, das hat sich in mir aufgebäumt, weil schon damals habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Mensch, da muss doch noch was dahinter liegen. So gibt es also heute viele Theos, aber ich will nicht abschweifen, wir bleiben jetzt dabei. Mensch, Harald, bleib mal. Also, wir haben ein Problem. Wir möchten verstehen, wie kann es sein, dass die Teilchen hier losgeschickt werden und sich hier wie eine Welle verhalten. Gibt es halbe Elektronen oder was? Haben die sich aufgespalten oder was? Naja, oder was? Wir machen ein Experiment, Gedankenexperiment, in dem wir nämlich jetzt genau gucken, welches Elektron durch welchen Spalt durchgegangen ist. Wie machen wir das? Wir können an jedem Spalt eine Einrichtung aufbauen, dass sobald das Elektron durch den Spalt durch ist, ein Lichtblitz erzeugt. Dann wissen wir ganz genau, Elektron Nummer 1 ist durch Spalt Nummer 1, Elektron Nummer 2 ist durch Spalt Nummer 2, Elektron Nummer 3 ist durch Spalt Nummer 2, Elektron Nummer 4 ist durch Spalt Nummer und so weiter. Wir können also jetzt genau festnageln, wo das Elektron durchgegangen ist. Erstens werden wir feststellen, oder was stellen wir fest? Hinten am Detektor kommen keine halben Elektronen an. Das ist schon mal was. Also die Elektronen bleiben Teilchen. Was haben wir jetzt für eine Intensitätsverteilung hinten am Schirm? Den von Gewehrkugeln. Tja, kein Interferenzmuster mehr. Wissen Sie, was sich da abspielt? Dieses Experiment behauptet, dass die Beobachtung eines Vorganges das Ergebnis verändert. Wenn Sie die Elektronen einfach durchlaufen lassen, ohne festzustellen, wo sie durchlaufen, kriegen Sie hinten ein Interferenzmuster. Wenn Sie nun genau festnageln, wo die Elektronen durchlaufen, dann hat sich irgendwas verändert und die Elektronen verhalten sich wie Kugeln. Hey, was ist da los? Die Messung des genauen Ortes führt dazu, dass meine Geschwindigkeit nicht mehr genau definiert ist. Das steckt in der Heisenbergschen Unschärfagulation drin. Also offenbar gibt es hier einen Zusammenhang, und das ist das allererste Mal in der Physik gewesen, dass man das festgestellt hat, dass der Beobachter durch seine Beobachtung die Beobachtung, die Beobachtung, ne, die Wirklichkeit, die er beobachten will, verändert. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ja, das ist so. Ein Elektron ist klein, sehr klein, also ein hundertmillionstel Zentimeter. Sehr klein. Wenn Sie jetzt ein Elektron beobachten wollen, also gucken wollen, wo fliegt das Elektron hin, dann brauchen Sie etwas, dessen Wellenlänge kleiner ist als die Größe des Elektrons. Das ist ein elementares gesetzte Optik. Sie können mit einer Riesenwelle, können Sie nicht genau sehen. Also wenn Sie genau sehen wollen, brauchen Sie ein Licht mit der Wellenlänge, die wenigstens natürlich viel, viel kleiner ist als die Größe des Objektes, das Sie sich angucken wollen. Jetzt ist aber eine kleine Wellenlänge verbunden mit einer ganz hohen Frequenz. Ein wichtiges Ergebnis der Quantenmechanik ist, dass die Frequenz einer Energie entspricht. Wenn ich also mit Licht ein Elektron anschaue, mit Licht von so hoher Frequenz, also so kleiner Wellenlänge, dass ich das Elektron beobachten kann, dann schieße ich mit sehr viel Energie auf das Elektron. Tja, das heißt, das Elektron, wenn das von dem Lichtstrahl getroffen wird, das ist gar nicht mehr da, wo es mal war. Das ist weggeschubst worden, weggeschossen worden förmlich. Ich meine, wenn ich eine Gewehrkugel angucke, das ist was anderes. Eine Gewehrkugel ist schwer, also riesig, massiv im Vergleich zum Elektron. Da kann ich mit Licht drauf gucken, da kann ich, da ändere ich nichts an dem Ort oder der Geschwindigkeit der Gewehrkugel. Beim Elektron ist das ganz anders. Wenn ich mit dem Elektron, wenn ich da nur hingucke, ist das Elektron schon woanders. Und dieser Zusammenhang, dass der Beobachter ganz massiv daran beteiligt ist, die Wirklichkeit, die er beobachten will, zu verändern, dadurch, dass er sie beobachtet, das steckt in der Heisenbergschen Unschärferelation drin. Das heißt mit anderen Worten. Also, ich kann gar nicht die Wirklichkeit so sehen, wie sie tatsächlich ist, sondern durch meine Beobachtung verändere ich die Welt, die ich beobachte. Heisenberg hat diese Erkenntnis 1926, 1927. Da war der auch erst sechs oder 27 Jahre alt. Ich glaube, wie ist die Anekdote? Er war auf Helgoland und zwar deswegen, weil er hatte wahnsinnige Allergien und er musste, musste mal raus, frische Luft schnappen. Und in Helgoland ist in dieser Gedanke gekommen und dieser, dass man Ort und Impuls nicht mehr genau messen kann, hat etwas damit zu tun, dass offenbar die Welt in ihrer kleinsten Struktur wellenartig ist. Ich kann nicht mehr genau angeben, wo etwas ist. Ich kann nur noch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten angeben. In der Quantenmechanik, in der Quantenwelt gibt es nichts mehr ohne weiteres, was ich wirklich festnageln kann. Es gibt immer diese Unschärfe, die Unschärfe entweder im Ort oder im Impuls. Es gibt diese Unschärfe auch für Energie und Zeit. Jedes Mal bleibt eine winzig kleine Unschärfe übrig. Das sind so 10 hoch minus 33 Joule Sekunden. Das ist nichts, deswegen macht sich das in der normalen Welt auch nicht bemerkbar. Aber das war eine umwerfende, eine fundamentale Erkenntnis, die ganz viele Probleme der Physik gelöst hat. Ich habe neulich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gelesen in einem seriösen Buch, da sagte jemand, dass ungefähr ein Drittel der Weltwirtschaft auf Phänomenen der Quantenmechanik beruht und damit letztlich auf der Heisenbergschen Unschärferelation. Wenn Sie einen Computer benutzen, wenn Sie digitales Fernsehen haben und und und, das sind alles Phänomene, die das benutzen, die ausnutzen, dass die Quantenmechanik so funktioniert, wie sie in der Heisenbergschen Unschärferelation drinsteckt. Das heißt aber auch, Herrschaften, das ist nämlich jetzt der Punkt, dass in der Quantenwelt Ursache und Wirkung nicht mehr so ohne weiteres voneinander zu unterscheiden sind. Wenn Sie nicht mehr wissen können, wo Sie sind, dann wissen Sie auch nicht, was mit Ihnen tatsächlich passiert in der nächsten Zeit. Heisenberg hat das mal so schön ausgedruckt, ehrlich gesagt, das Kausalitätsprinzip, dass man nämlich aus der Existenz von heute auf die Zukunft schließen kann. Das ist im Prinzip richtig, nur es ist unter der falschen Voraussetzung gemacht, dass man tatsächlich das heute benutzen kann. Ich kann eigentlich diese Sendung nur mit diesem wunderbaren Satz von Richard Feynman abschließen. Wer behauptet, die Quantenmechanik verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute gibt es eine sehr unterkühlte Sendung. Wir werden zu sehr, sehr niedrigen und tiefen Temperaturen gehen, um dabei festzustellen, dass bei den niedrigen Temperaturen die Welt nicht so ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen, nämlich festgefroren, sondern auch bei niedrigen Temperaturen können sich Dinge abspielen, die außerordentlich interessant sind und die letztlich sogar zur Entstehung von Leben im Kosmos führen können. Aber das wieder ganz am Ende. Die Frage, um die es heute geht, ist, wie entsteht Eis im Kosmos? Dass es Eis gibt, ist ja klar. In jeder ordentlichen Gefriertruhe ist Eis und da die Gefriertruhe im Kosmos steht, gibt es natürlich Eis im Kosmos. Aber was ich jetzt meine, das ist das Eis im Universum. Und dass es so ein Eis gibt, ich glaube, das ist völlig logisch. Dort draußen ist es ja kalt. Gut, ich weiß, es gibt natürlich Röntgenstrahlung, was zum Beispiel meint, ein Gas hat ein paar Millionen Grad. Klar. Es gibt Sterne, deren Oberflächen sind so heiß, da wird auch kein Eis entstehen. Aber es gibt auch ganz andere Plätze, in denen Eis tatsächlich zusammengebaut wird. Und das sind junge, kalte, dunkle Gaswolken. Das sind die Eiskammern des Universums. Und in diesen Eiskammern, da entstehen riesengroße Mengen an Eis. Damit man Eis, also richtig gefrorenes Wasser, im Universum tatsächlich finden kann, also mit einem Teleskop da rausgucken und versuchen, Wasserlinien zu finden, dafür muss man riesige Mengen an Eis haben. Ist klar. Weil das Teleskop findet ein Signal nur dann, wenn es stark ist. Wenn Sie ein paar tausend Lichter in der Entfernung eine Eiswolke haben, dann muss das viel Eis sein. Das können nicht nur so ein paar Kristalle sein, die da in der Luft rumschwirren, sondern das muss richtig viel sein. Ja, jetzt ist das natürlich mit dem Eis so eine Angelegenheit. Denn in diesen kalten Gaswolken entsteht nicht nur Eis, wie wir wissen, sondern es entstehen auch organische Moleküle. Also zum Beispiel Ameisensäure, Methanol, Ethanol, bis hin zur einfachsten Aminosäure. Das entsteht alles in diesen Gaswolken. In den Gaswolken entstehen aber auch Sterne. So. Sterne sind aber Strahlungsquellen. Und zwar vor allen Dingen heiße Sterne sind Strahlungsquellen von UV-Strahlung. Jetzt wissen wir ja alle von unseren eigenen Sonnenbränden, dass UV-Strahlung, hier auf der Erde ist es ja etwas gedämpft. Ich schweife ab. Ozonschicht, Sie erinnern sich, es gab ja früher mal eine Ozonschicht um den Planeten, die war ja vollständig. So konnte sich ja Leben entwickeln. Wir sind ja gerade dabei, dieses Experiment zu machen, Leben ohne Ozonschicht. Müssen wir noch ein bisschen warten, wobei ich stehen geblieben bin. Genau, ja. Also bei der UV-Strahlung. Die UV-Strahlung zerstört offenbar organisches Material. Wie kann es sein, dass in den Molekülwolken in der Gegenwart von Sternen, jungen Sternen, die UV-Strahlung abgeben, organische Moleküle entstehen können? Und zwar viele. Das ist natürlich ein Problem. Denn solche organischen Moleküle, wie sie da oben existieren, das ist ja nicht so wie bei uns. Bei uns gibt es jede Menge organisches Material. Also wenn hier bei mir die Haut verbrennt, Sonnenbrand, nicht? Dann gibt es ja darunter noch organisches Material. Also ich jetzt quasi. Da draußen sind die organischen Moleküle aber in großer Menge groß verteilt. Denn diese Gaswolken sind riesengroß, sind ein paar Lichtjahre groß. Wie können die da überleben? Und was hat das alles mit Eis zu tun? Letztlich. Muss man sich ja noch fragen. Tja, wo fange ich jetzt an? Wie machen wir das? Gut. Machen wir erstmal Folgendes. Die Temperatur von diesen Gaswolken ist sehr niedrig. Also da ist selbst die niedrigste Temperatur, die auf der Erde gemessen wird mit minus 90 Grad Celsius, ist da quasi noch hochsommerlich heiß. Eine Gaswolke ist kalt. Sau mäßig kalt. Die hat so Temperaturen bis minus 250, minus 260 Grad. Das Eis, was wir von der Erde kennen, jetzt kommen wir endlich mal aufs Eis, nicht? Das Eis, was wir auf der Erde kennen, ist also Eis, was wir höchstens kennen können in natürlicher Vorkommen bis minus 90 Grad Celsius. Aber da hat man noch keine Eisuntersuchung gemacht. Kurze Zwischenbilanz. Eis. Denn das war ja die Frage in der Sendung. Was ist eigentlich Eis? Das ist natürlich lächerlich, das wirklich zu fragen. Aber Eis ist Wasser. Gefrorenes Wasser. Und Eis ist ja, hat ja zweierlei, äh, nee, Wasser hat zweierlei Zustandsformen, nämlich die flüssige Form. Wir zum Beispiel sind in großen Teilen Wasser, flüssiges Wasser. Wenn wir gefrören, um diesen schönen Konjunktiv zu benutzen, dann würden wir explodieren. Denn Eis, also gefrorenes Wasser, nimmt mehr Volumen ein als flüssiges Wasser. Deswegen ist es eigentlich so widerlich gefährlich für organisches Material. Und dann kommen wir wieder zurück auf die organischen Moleküle. Auch für organische Moleküle müsste es eigentlich gefährlich sein. Also das Eis, das wir kennen, ne? Also dieses feste Eis. Jetzt fange ich schon an mit den Händen zu arbeiten, denn Wasser, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Wasser ist ein sogenannter elektrischer Dipol. Wasser besteht aus Wasserstoff, zwei Atomwasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Die beiden sind unter dem Winkel von 105 Grad sind die beiden Wasserstoffe Atome an dem Sauerstoffatom angeflanscht. Müssen Sie sich vorstellen, hier ist das Sauerstoffatom, hier die zwei Wasserstoffatome. Und die beiden Wasserstoffatome geben nun tendenziell ihr eines Elektron eher an das Sauerstoffatom ab. Also die Sauerstoffseite ist negativer als die beiden Wasserstoffseiten. Und schon haben wir den elektrischen Dipol, hier ein bisschen Plus, da ein bisschen Minus. Dadurch, dass alle Wassermoleküle so aufgebaut sind, bilden sich nun im Wasser, wir sind noch bei flüssigem Wasser, bilden sich Zweier-, Vierer- und Sechser-Aggregate. Also im flüssigen Wasser vor allen Dingen Zweier- und Vierer, sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen. Da bildet sich nämlich der negative Anteil des einen Moleküls, bindet sich an den positiven Anteil des anderen Moleküls. Und nur deswegen ist Wasser flüssig, nur am Rande bemerkt. So, jetzt frieren wir das Wasser ein, kommen also auf 0 Grad Celsius, dann bilden sich Sechser-Blocks. Also Wasser in gefrorenem Zustand, so wie wir es kennen, hat eine hexagonale Struktur. Eins, zwei, vier, fünf, sechs. Gut. Diese hexagonalen Strukturen, die kann man auch bei Kristallen zum Beispiel sehen, die drücken alle anderen Atome raus. Da ist kein Platz für anderes Material. So, aber jetzt sage ich Ihnen was, das Wasser im Weltall, das gefrorene Wasser, also das Eis im Weltall, ist ganz anders als das Eis, was wir kennen. Denn bei ganz niedrigen Temperaturen, ja, bei ganz niedrigen Temperaturen lösen sich diese Sechser-Verbände wieder auf und das Wasser, jetzt halten Sie sich fest, das Wasser fängt, nee, das Eis, ich muss ja immer von Eis, also das gefrorene Wasser, das Eis fängt bei niedrigen Temperaturen an zu fließen. Ja, also bei Temperaturen unterhalb von minus 200 Grad Celsius. Es fängt schon teilweise ein bisschen an, so, wir sprechen davon, dass das Eis amorf wird, das ist also wie Glas dann praktisch. Während das normale Eis bei den Temperaturen, die wir kennen, bis minus 70 Grad Celsius ungefähr, immer noch diese kristalline Struktur hat und damit organischen Molekülen überhaupt nicht erlaubt, in diesem Kristallverband zu bleiben, wird Eis bei ganz niedrigen Temperaturen eher wie Glas. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen ist dem flüssigen Wasser viel ähnlicher als dem kristallinen Eis, was wir kennen. Jetzt werden Sie natürlich sagen, woher wissen die denn sowas? Das können die doch gar nicht wissen. Ich meine, das Eis da draußen in diesen Gaswolken, das ist ja ewig weit weg, da ist man froh, dass man überhaupt mal eine Wasserlinie in diesen Molekülwolken findet. Wie können die denn wissen, wie sich Eis bei den niedrigen Temperaturen verhält? Hier, Herrschaften, gibt es die schöne Verbindung Laborphysik und Astrophysik. Gemäß unserem Credo, die Naturgesetze gelten überall im Universum auf die gleiche Art und Weise hat man schon früh angefangen, im Labor zu versuchen, gewisse Dinge, die im All da draußen vorkommen, zu simulieren, praktisch im Experiment darzustellen, damit man die experimentellen Ergebnisse auf große astrophysikalische Gebiete übertragen kann. Ja, ja, also angefangen hat das ursprünglich mit dem Experiment 1935, da war man zum ersten Mal in der Lage, Eis bei ganz niedrigen Temperaturen im Vakuum zu erzeugen, also unter ganz niedrigem Druck. Und schon damals war klar, es bildet sich so ein amorphes Eis. Da fing es aber noch nicht an zu fließen. Erst in den letzten Jahren haben Laborexperimente ergeben, dass das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen, und zwar unter Beschuss, jetzt kommt es, und dann sind wir nämlich auch sofort wieder in der Gaswolke, unter Beschuss von UV-Strahlung oder freien Elektronen, was energetisch ungefähr dasselbe ist, da fängt das Eis tatsächlich an zu fließen. Man hat im Labor festgestellt, dass das Eis durch Zugabe von Energie anfängt zu fließen. Und fließendes amorphes Eis bei den niedrigen Temperaturen ist natürlich der ideale Kandidat, um organisches Material einfach mitzunehmen und zu transportieren. Denn in dem amorphen Eis gibt es immer wieder Möglichkeiten, für organische Moleküle transportiert zu werden, überhaupt in dem Eis zu bleiben. So, und jetzt sind wir zu Hause, schon fast. Denn die Entstehung von kosmischem Eis bei sehr niedrigen Temperaturen mit diesem Fließverhalten von kosmischem Eis unter dem Einfluss von UV-Strahlung und freien Elektronen liefert uns ein vernünftiges Bild. Erstens für die Entstehung von organischen Molekülen in den Gaswolken, und zwar ob schon sie unter Dauerbeschuss stehen von diesen UV-strahlenden Sternen. Die UV-Strahlung der Sterne wird praktisch nur dazu benutzt, den Eisverband dazu zu kriegen, sich zu bewegen, dadurch organisches Material mitzunehmen und in der Lage zu sein, jetzt wird es nämlich ganz schwierig, größere organische Moleküle aufzubauen. Ist ja klar. Also, wir haben Stickstoffatome, Kohlenstoffatome, Sauerstoff ist im Eis sowieso drin, aber die werden praktisch, ja wie soll man sagen, speditiert. Das Eis ist quasi ein Spediteur. Also, damit organische Moleküle unter dem Eindruck oder unter dem Einfluss dieser UV-Strahlung überhaupt existieren können in den Gaswolken, muss man Ergebnisse aus der Laborphysik, um das überhaupt verstehen zu können, muss man Ergebnisse aus der Laborphysik nehmen und muss sie auf eine astrophysikalische Umgebung übersetzen. Ja, ja, aber das wird ja jetzt noch, wird ja sehr interessant. Schauen wir uns also mal an, nur noch mal zur Wiederholung, UV-Strahlung sollte eigentlich die organischen Moleküle zerstören. Jetzt wissen wir, wo sie eingetragen werden, nämlich im Eis. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen fängt an zu fließen. Diese Verbindungen werden aufgebrochen. Das kosmische Eis ist in gewisser Weise der, ja, der Garant dafür, dass organische Moleküle im Universum überhaupt überleben können. So. Jetzt sind wir noch nicht bei Leben, ne? Ich habe zwar eben schon mal das Wort Überleben benutzt, aber wir sind noch nicht bei Leben. Wie kriegen wir jetzt die organischen Moleküle dahin, wo sie vielleicht mal ans Leben kommen? Es ist ja eine uralte Geschichte. Die gute alte Frage, wie kommen eigentlich die organischen Moleküle, komplexe organische Moleküle auf der Erde zustande? Sind die auf der Erde entstanden? Sind die von außen eingetragen worden? Woher kommt überhaupt unser Wasser? Das wäre übrigens auch mal eine interessante Sendung. Schreibt das mal jemand auf. Das ist nämlich eine Geschichte für sich. Wir vermuten, ich kann es ja schon mal so am Rande bemerken, wir vermuten, dass alles damit zu tun hat, dass Kometen eingeschlagen sind. Denn in den Gaswolken, in diesen Gaswolken, in denen viel Staub existiert, da entstehen ja später die Sterne oder während der Staub entsteht, entstehen bereits Sterne. Das heißt, es gibt Staub, es gibt Material, es gibt organisches Material. In diesen Staubscheiben entstehen nicht nur die Planeten, sondern auch Kometen. Also mit anderen Worten, die Planeten entstehen daraus, dass viele dieser Planetoide sich zusammenbacken. Also mit anderen Worten, wo wir hinwollen, ist ja letztlich die Frage, woher kommt überhaupt das organische Material auf der Erde? Denn die Erde in ihrem Urzustand war ja heiß. War ja eine unglaublich heiße, aufgeschmolzene Gesteinskugel. Gnadenlos bombardierte ein Komet nach dem anderen diesen Planeten. Und die organischen Moleküle müssen sich sogar in einer Phase gebildet haben. Oder sind in einer Phase auf die Erde eingetragen worden, wo dieser aufgeschmolzene Planet sich schon ein bisschen abgekühlt haben musste. Wenn die Kometen also das Wasser und die organischen Moleküle auf die Erde gebracht haben, dann verdanken wir unsere Existenz, wie gesagt, ist ja nur eine Theorie, aber dann verdanken wir unsere Existenz letztlich der Tatsache, dass im Universum bei ganz niedrigen Temperaturen das gefrorene Wasser, also das Eis, sich anders verhält als das Eis, was wir normalerweise kennen. Denn wie gesagt, das Eis, was wir kennen, ist fest, kristallin und hart und lässt nichts rein. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen hingegen ist ein fließendes Eis und dem flüssigen Wasser viel ähnlicher als das, was wir normalerweise unter Eis verstehen. Das heißt also, eine ganz merkwürdige Koinzidenz der Eigenschaften dieses Wassermoleküls bei ganz niedrigen Temperaturen ist letztlich dafür verantwortlich, dass es auf unserem Planeten Lebewesen gibt, deren Großhirne angefangen haben, darüber nachzudenken, ob sie allein im Universum sind oder nicht. Insofern verdanken wir dem Eis eine ganze Menge. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also es gibt schon so Themen, da habe ich Angst. Da weiß ich auch nicht so genau, wie ich es eigentlich anfangen soll. Da fehlen mir die Worte, jetzt ganz ehrlich. Einer von Ihnen hat mir geschrieben, ich solle doch mal was über die Unendlichkeit erzählen. Als ob ich als endlicher Mensch, als endliches kleines Lebewesen, was über die Unendlichkeit wissen, wissen täte. Aber wie das so ist, morgens im Bad. Da kommen einem natürlich ganz andere Gedanken über die Unendlichkeit. Und zwar genau dann, wenn Sie einen Spiegelschrank haben. Machen Sie mal die eine Tür auf und die andere Tür auf. Dann spiegelt sich der Spiegel im Spiegel im Spiegel im Spiegel im Spiegel. Und schon haben Sie ein erstes Beispiel von Unendlichkeit im Universum. Aber letztlich wollen Sie das gar nicht wissen, wie es bei mir im Bad aussieht. Sie wollen was über Unendlichkeit wissen, als physikalisches Phänomen oder als naturwissenschaftliches Phänomen. Tja, dann bin ich dann nur mit Goethe. Wie fasse ich dich? Unendliche Natur. Da war ja der Faust. Er hat das ja ausgebrüllt förmlich und dann angefangen mit dem Teufel zu taktieren. Ich habe heute jede Menge Hilfsmittel dabei. Also hier ein Tuch. Nicht, dass ich jetzt denke, ich wollte das Handtuch schmeißen, aber wir brauchen das Tuch noch. Das wollen wir noch als Universum benutzen. Und Zitate. Ich habe Zitate gefunden. Hier, das erste ganz seriös. Anaxagoras. Denn weder gibt es beim Kleinen ein Kleinstes, sondern stets ein noch Kleineres, aber auch beim Großen gibt es immer ein Größeres. Klar. Gut. Dann gibt es einen ganz wunderbaren Satz von einem Physiker, der gesagt hat, das Unendliche ist weit. Vor allem gegen Ende. Also Sie merken schon, das wird eine Sendung werden. Das Thema der heutigen Sendung ist, was ist Unendlichkeit? Ich traue mich kaum, es hinzuschreiben. Was ist Unendlichkeit? Und das in einer Viertelstunde. Naja. Wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Sie haben ja gehört, die Unendlichkeit ist weit. Vor allem gegen gegen Ende. Probieren wir es mal. Ein Wanderer geht einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Also ein Wanderer könnte im Prinzip in Gedanken unendlich lange gehen, weil er hinter jedem Schritt ja noch einen Schritt gehen kann. Ist ja klar. Jetzt mal abgesehen von den Verlockungen von irgendwelchen Gastwirtschaften am Rand, könnte er einfach immer weiter und weiter und weiter gehen. Natürliche Zahlen, auch so ein Fall. Eine natürliche Zahl ist dadurch definiert, dass er einen Nachfolger hat. Das heißt, es gibt gar keine größte natürliche Zahl, denn die hätte ja noch einen Nachfolger. Pi, die Sache mit dem Kreisdurchmesser und Kreisumfang, ist auch eine Zahl, aber keine natürliche. Dafür eine irrationale. Eine Zahl, hinter deren Komma unendlich viele Zahlen stehen. Also Unendlichkeiten scheinen es in der Mathematik überall zu geben. Überall. Die Mathematiker benutzen ständig Unendlichkeiten. Gnadenlos. Und in der Natur gibt es auch Unendlichkeiten. Kann der Naturwissenschaftler was mit dem Begriff Unendlichkeit anfangen? Nicht wirklich. Denn Naturwissenschaften zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Dinge messen. Da gibt es auf der einen Seite die Theorien und auf der anderen Seite das Experiment im Prinzip, nicht immer, aber das Experiment, das im Prinzip diese Theorien überprüft. Und Überprüfungen durch das Experiment, da handelt es sich immer um einen endlichen Messvorgang. Also ein Voltmeter zum Beispiel kann nicht unendlich hohe Spannungen messen, nicht? Sondern es misst eben den Wert, den die Spannung hat. Oder die Temperatur, die kann auch nicht unendlich groß werden. Im Universum gibt es gar keine Unendlichkeiten von der physikalischen Seite. Es gibt nicht unendlich viel Energie, meint man. Es gibt auch nicht unendlich hohe Geschwindigkeiten, sondern die Lichtgeschwindigkeit ist eine Grenze. Es gibt auch keine unendlich hohen Massen, weil das würde unendlich hohen Energien entsprechen. Es gibt keine unendlich hohen Frequenzen und so weiter und so weiter. Gucken wir uns doch mal, machen wir es andersrum. Machen wir es so, wie alle ordentlichen Naturwissenschaftler das angefangen haben vor 150, 200 Jahren. Sie fangen an, nach den Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit zu suchen. Damit meine ich jetzt nicht die Verbindung zwischen Großhirn und Kleinhirn, also die individuelle Erkenntnisfähigkeit, sondern die prinzipielle Erkenntnisfähigkeit. Zerhacken wir Materie. Nehmen wir einfach mal so ein Stück Erde und fangen an, es zu zerlegen. Also wir folgen der Aufgabe der Atomphysik. Beim Atom, das Atomos, das war ja von Demokrit damals festgestellt worden, das soll das letzte unteilbare Teilchen sein. Die Atome sind die unteilbaren. Hatte man lange Zeit gedacht. Das heißt, man fing an, die Materie zu zerlegen in Atome und dann stellte man fest, die Atome sind gar nicht unteilbar. Da gibt es noch andere innerhalb der Atome, die man sehr gut erkennen kann. Elektronen zum Beispiel. Oder Atomkerne. Wenn man bei den Atomen bleibt, das kann man im normalen Leben feststellen, so ein Ölfilm kann im dünnsten Fall nur so dick sein wie eine Atomschicht. Das ist ein hundertstmillionstel Zentimeter. Also hundert Millionen Atome geben ein Zentimeter. Aber da ist man noch nicht bei der Unendlichkeit. Man ist da noch nicht angekommen, in der Materie irgendwo bei Unendlichkeiten anzukommen. Atomkerne. Kann man zerhacken. Die sind viel kleiner. Hunderttausendmal kleiner als ein Atom. Trotzdem findet man noch Teile in den Atomkernen. Da gibt es die Protonen und die Neutronen und die scheinen aufgebaut zu sein aus Quarks. Die sind noch kleiner. Da ist man auch noch nicht angekommen bei Null. Angekommen bei Null ist man bei einem Teilchen, das ist irgendwie komisch. Also das ist ein Teilchen, was auch uns ständig um uns rum ist. Möchte man fast sagen. Nämlich beim Elektron. Das Elektron ist ja das Teilchen, was zum Beispiel für den elektrischen Stromtransport verantwortlich ist und den Metallbändern und so weiter. Das Elektron ist so ein Teilchen, da muss man sagen, oh, 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 da kommt man der Unendlichkeit schon sehr nahe. Aber man kommt auch gleichzeitig der Erkenntnisgrenze sehr nahe. Denn ein Elektron ist jetzt für einen Physiker quasi nur ein Punkt. Mathematiker würde sofort sagen, ein Punkt ist unendlich. Klein. Ist klar. Für den Physiker ist ein Elektron in erster Näherung auch ein Punkt. Aber der Physiker weiß, und Sie wissen es jetzt auch gleich, dass man einen Punkt in der Physik gar nicht beobachten kann. Das geht gar nicht. Denn der Messprozess, der verursacht ja einiges. Zum Beispiel, dass man das Elektron nicht beliebig genau beobachten kann. Weder seinen Ort noch seine Geschwindigkeit. Es gibt immer eine Unschärfe. Jetzt geht es aber noch weiter. Die Unendlichkeit in der Physik, die scheint es nämlich irgendwie doch zu geben. Und das zeigt das Elektron besonders. Es scheint nämlich so eine Art von Urgrund zu geben. So einen hinterhältigen Urgrund. Die Physiker nennen das Vakuum. Und wenn man nun ein Teilchen hat, wie zum Beispiel ein Elektron, und versucht, dieses Teilchen sehr genau fest zu nageln, also fest zu messen, ganz genau zu messen, man bombardiert es mit Licht und mit Licht, man energetisiert es sozusagen, dann kann man merken, dass man gar nicht das nackte Elektron, also das Elektron an und für sich, um diese schöne deutsche Redewendung zu benutzen, misst, sondern man misst ein physikalisches Elektron. Denn das Elektron induziert Kraft seiner negativen Ladung eine sogenannte Vakuumpolarisation. Jetzt wird es wieder mystisch. Das Vakuum. Ich habe es im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ich muss ihn immer wieder bringen, weil der Gag ist so schön. Das Vakuum ist offenbar ein See aus Energie. Und Energie entspricht Masse. Man kann zum Beispiel aus Energie zwei Teilchen machen. Ein Teilchen und sein Antiteilchen und die beiden werden für eine ganz kurze Zeit auf ganz kurzen Längenskalen existieren können und dann sind sie wieder verschwunden. Wenn also ein Elektron im Labor unter sehr, sehr starken Bedingungen eingezwängt wird, dann entstehen um das Elektron herum virtuelle Teilchen, nämlich Elektronen- und Positronenpaare. Das Elektron ist aber negativ geladen. Das heißt, es zieht die Positronenpaare dieser sogenannten virtuellen Teilchen zu sich, polarisiert auf diese Art und Weise das Vakuum. Also, wenn ich ein Elektron beobachten will, dann beobachte ich nicht das nackte Elektron, sondern ich beobachte das physikalische Elektron, das in der Wechselwirkung mit dem Vakuum seine Umgebung sozusagen verändert. Wenn ich jetzt, theoretisch kann ich das ja machen, wenn ich theoretisch ein nacktes Elektron betrachten würde, dann hätte ich ein Problem. Und das Problem besteht darin, dass in einem Punkt eine Ladung konzentriert wäre und ich damit unendlich viel Energie in einem Punkt hätte. Was ja offenbar nicht der Fall ist, denn wenn ein Elektron sich so bewegt, mit Photonen zum Beispiel, also Lichtquantenwechsel wirkt und so weiter, da entstehen keine Unendlichkeiten. Das hat offenbar damit zu tun, dass das physikalische Elektron da überhaupt kein Problem hat mit Unendlichkeiten, denn um es herum ist die Welt ja endlich. Der Erste, der sich damit auseinandergesetzt hat, war ein Amerikaner mit Namen Richard Feynman. Das war der Erste, der sich Gedanken gemacht hat, wie komme ich um diese Unendlichkeit herum, wenn ich das Elektron als nacktes Elektron bezeichne. Er hat eine sogenannte Renommierungstheorie eingeführt und er hat dabei etwas getan, was seinen Kollegen Robert Oppenheimer zu dem Satz geführt hat, die Tatsache, dass eine Größe unendlich ist, bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie null ist. Denn Feynman hat gesagt, die Experimente sagen uns ja, es gibt die Unendlichkeiten nicht, also kann ich praktisch an einem bestimmten Punkt der Beschreibung meiner Wirklichkeit abschneiden. Diese Unendlichkeiten beim Elektron, die kann ich vergessen, die gibt es sowieso nicht. Naja, also so viel zum Thema Unendlichkeit beim Blick in die Materie. Tun wir genau das Umgekehrte, gehen wir raus. Jetzt wird es ganz schwer. Die Sache mit dem Vakuum, nicht? Die Sache mit dem Vakuum, wie soll ich sagen, die scheint ja eine immer größere Rolle in der Astrophysik zu spielen, denn wir wissen ja inzwischen längst, gerade in den letzten Jahren ist es ja so rausgekommen, das Universum ist brettflach. Ja, flach. Das Universum expandiert, sogar beschleunigt bei großen Entfernungen. Also was ist da los? Wie können wir uns ein flaches Universum vorstellen, wenn das nämlich mit dem Urknall begonnen hat? Dann muss es ja ein endlicher Körper sein, aber er muss flach sein. Wie kann das gehen? Und jetzt komme ich zu meinem Handtuch. Also, wie sieht so ein flaches Universum aus? Schauen Sie sich das mal an. Das ist in jeder Hinsicht sehr flach. Vor dem Universum, hinterm Universum. Jetzt wollen wir das mal zusammenrollen, dieses Universum und zu einem Ring verarbeiten. Ein solcher zweidimensionaler Torus ist ein endlicher Körper mit einer Krümmung, die ist null, auch wenn sie hier so aussieht. Und tatsächlich würde ein solcher vierdimensionaler Torus, dem wir uns nicht vorstellen können, die Eigenschaften des Universums in großen Teilen widerspiegeln. Noch perverser wird es allerdings, wenn man an eine zweite Möglichkeit denkt, die sich auch ergibt, wenn man so ein solches flaches Universum in sich zusammenrollt. Es könnte nämlich sein, dass das endliche Universum, dieses flache Universum, so ineinander gerollt ist, dass es sich widerspiegelt. Also, kann es sein, dass das Universum so gefaltet ist, dass Teile des Universums wieder sich widerspiegeln? Wir sind wieder bei dem Spiegel, 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 Unendlichkeit. Was heutzutage gemacht wird, ist, wir versuchen an verschiedenen Teilen im Universum zu messen, ob es Bilder gibt, die sich wiederholen. Gibt es Temperaturfluktuationen in der Hintergrundstrahlung, die praktisch identisch sind mit den Temperaturfluktuationen an einer anderen Stelle. Könnte es sein, dass das Universum als Ganzes eine ineinander gerollte vierdimensionale Zylinder ist? Sie sehen schon, also der Begriff der Unendlichkeit für den sehr, sehr merkwürdigen Bereichen, selbst in der Physik, und das hat damit zu tun, dass wir Beobachtungsergebnisse haben, also Messergebnisse. Ich habe es vorhin gesagt, diese Messergebnisse erlauben eigentlich keine Unendlichkeit, weil sie immer endliche Werte messen. Aber eine flache, eine ganz flache Welt, die völlig flach ist, hat die Krümmung Null. Die Null hängt mit der Unendlichkeit sehr, sehr gut zusammen. Wenn Sie eine Zahl durch Null teilen, kriegen Sie ein Endlich raus. Wir landen wieder in der Mathematik und wir, das ist klar, weil die Sprache, mit der wir Natur beschreiben, natürlich die mathematische ist. Also Endlich muss man sagen, Unendlichkeit ist ein saumäßig schwer zu erklärender Begriff. Wir kommen in der Physik der Unendlichkeit offenbar in Mikrokosmos durchaus nah. Wir merken, dass da draußen im Makrokosmos eine Unendlichkeit ebenfalls wirksam ist, denn das Vakuum, was hier uns das Elektron so verschmiert, scheint draußen am Rand des Universums auch eine Rolle zu spielen. Durch seine Energiedichte scheint es das Universum zur Expansion gebracht zu haben. Was ist dieses Vakuum? Ist das Vakuum unendlich? Das wissen wir nicht. Davon haben wir keinen Schimmer. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Unendlichkeiten immer und immer wieder auftauchen, selbst in einer endlichen Welt. Mit diesem Paradoxa müssen wir einfach leben, dass wir nicht immer ganz genau sozusagen die Grenzen von unserer Welt erkennen können, ohne, dass wir am Ende nicht doch wissen, wie die Welt in großen Teilen funktioniert. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Rasier, zum Badezimmerspiegel. Denken Sie dran, wenn Sie morgens vor dem Spiegel stehen, diejenigen, die über sich selbst lachen können, werden am ehesten ernst genommen. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die Dinge in der Quantenwelt sind unscharf. Die Dinge in der Quantenwelt sind eigentlich keine Dinge, sondern Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Und erst dann, wenn wir in unsere Welt zurückgehen und langsam die Brille unserer Vorstellungen aufsetzen, dann werden die Dinge scharf. Und die Quantenphänomene überlagern sich offenbar in einer Art und Weise, dass Sie mir nichts davon merken, dass die Welt eigentlich ein Urgrund ist, indem es schwingt und hin und her wabert und nichts wirklich gewiss ist. Herrschaften, wir hatten schon mal eine Sendung über die Unschärferelation. Da ging es darüber, was ist die Unschärferelation. Und während dieser Sendung ist mir klar geworden, dass das hinten und vorne nicht ausreicht, um Ihnen zu erklären, was es eigentlich bedeutet. Deswegen machen wir heute eine Sendung mit dem Titel, welche Bedeutung hat die Unschärferelation? Also was bedeutet es tatsächlich, dass die Welt unscharf ist? Welche Bedeutung hat diese merkwürdige Relation, dass Orte und Geschwindigkeiten nicht beliebig genau zu bestimmen sind? Das ist ein Punkt, der uns Physiker ja schon seit Ewigkeiten beschäftigt, nämlich seit den 20er Jahren, seitdem Heisenberg festgestellt hat, es gibt eine prinzipielle Grenze der Möglichkeiten. Die Unschärferelation, ich habe das ja schon mal gesagt, die Unschärferelation, das ist sowas wie der heilige Gral der Physik. In der Unschärferelation konzentriert sich unglaublich viel Wissen, zugleich aber auch Hilflosigkeit. Wie soll man Quantenphysik in normale Sprache gießen? Das ist das Problem. Unschärferelation heißt, wenn ich zu sehr auf ein System einwirke, und das muss ich, und genau dann, wenn ich immer kleinere und kleinere und kleinere und kleinere Längenskalen, also immer kleinere Volumina untersuchen will, dann brauche ich immer höher energetisches Licht, weil nur mit immer höherer Frequenz ich immer kleinere und kleinere Gebiete überhaupt räumlich auflösen kann. Wenn ich das aber mache, dann stört das Licht mein System und ich kann das System nicht mehr so sehen, wie es tatsächlich ist, sondern ich kriege es immer nur in dem, wie Heisenberg das einmal gesagt hat, in dem erpressten Zustand. Messungen sind Erpressungen an die Natur und wir wollen durch Messungen herausfinden, was sind die Urgründe der Natur. Also, das ist nicht einfach. Und wir fangen mal ganz, ganz gemütlich an. Wir machen es mal so. Nehmen wir mal an, wir haben hier so eine Schachtel, so ein kleines Kästchen und wollen jetzt mit einem Mikroskop immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in die Materie eindringen. Am Anfang wird man sehen, da gibt es diese Kanten und diese Kanten sind natürlich nicht so eben, wie die sich also unserem Auge darstellen, sondern je genauer wir das auflösen, umso mehr und mehr Fjorde wird man entdecken, also umso krumpliger sozusagen ist die tatsächliche Oberfläche und wir tauchen tiefer und tiefer ein und irgendwann verschwindet das Bild vor unseren Augen. Denn wir können tatsächlich, je tiefer wir schauen, die Schwankungen, von denen wir eigentlich gehofft haben, sie verschwinden, die werden immer stärker. Je tiefer wir in die Materie eindringen, umso schlimmer wird es, wie ein Hai, der sich immer bewegen muss, so werden die Elementarteilchen, wenn wir sie zwingen dazu, Teilchen zu sein, so werden die Teilchen sich hin und her bewegen und mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten bis hin zur Lichtgeschwindigkeit werden sie vor unserem Bild verwischen. Wir haben keine Möglichkeit, da irgendetwas dagegen zu nutzen. Jetzt werden sie natürlich sagen, naja, wenn das nur ein Messproblem ist, den Einfluss des Lichtes auf die Bewegung der Teilchen, den wird man doch herausrechnen können. Das wird doch kein Problem sein. Wenn es so wäre, wäre das Problem gelöst. Die Bedeutung der Heisenbergschen Unschärferelation besteht darin, dass die Quantenwelt einfach nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. In der Quantenwelt gibt es eben keine genau definierten Orte und Geschwindigkeiten. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Nehmen wir an, wir haben hier so ein Pendel. Sie haben ein Bild von einem Pendel vor sich. Das Pendel, hängt hier runter. Jetzt wissen Sie nicht, ob das Pendel ruht oder ob es nicht gerade dabei war, durchzuschwingen. Und Sie wissen nicht, wie es im nächsten Moment ist. Bleibt das Pendel hängen? Wenn Sie das nächste Bild sehen, dann wüssten Sie, aha, das Pendel ist in Ruhe oder Sie wüssten, das Pendel schwingt durch. Das heißt, Sie brauchen immer mindestens zwei Bilder, um einen Verlauf zu kennzeichnen. In der Quantenmechanik, in der Quantenwelt ist aber genau das das Problem. Wenn Sie ein Bild gemacht haben, dann können Sie nicht wissen, wie das System sich im nächsten Zustand verhält. Und zwar grundsätzlich nicht, weil es ist nicht vorhersehbar von vornherein, wie sich das Teilchen in dem Fall, und wir reden hier wirklich über ganz, 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 ganz kleine Längenskalen, wie sich das Teilchen verhält. Das ist das Problem. Schon die Vorstellung, die Elektronen zum Beispiel würden sich auf sogenannten Schalen um einen Atomkern herum bewegen, ist falsch. Ist einfach der Versuch, etwas, was wir uns nicht vorstellen können, in unsere Sprache zu gießen. Es gibt da ein riesiges Problem. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt bei vielen Zuschauern festgestellt, die mir E-Mails geschrieben haben, die gesagt haben, Mensch, ist denn das mit dem Atom nicht so wie beim Planetensystem? Die Planeten, die bewegen sich auf wohl definierten Bahnen um die Sonne herum, das sind makroskopische Körper, und wenn man dann daran denkt, bei dem Schalenmodell um die Atomkerne, ist unser Planetensystem nicht so etwas wie ein großes Atom? Nein, weil die Elektronen sich eben nicht auf Schalen bewegen, sondern sie haben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das heißt, man kann nie genau wissen, wo das Elektron wirklich ist. Beim Planeten wissen Sie das immer ganz genau. Wir können zum Beispiel die Planetenbewegung der letzten 100 Millionen Jahre zurückrechnen oder auch noch in die Zukunft der nächsten 100 Millionen Jahre. Aber beim Elektron wissen Sie nie genau, wo es ist. Sie wissen auch zum Beispiel, wenn Sie eine große Anzahl von radioaktiv zerfallenden Atomkern haben, nicht welcher Kern demnächst zerfällt. Die Quantenmechanik und damit die Unschärferelation lässt solche deterministischen Folgerungen für die Zukunft nicht zu. Und zwar grundsätzlich nicht. Das ist das große Problem und darin liegt die wirkliche Bedeutung der Heisenbergschen Unschärferelation. Machen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich hätte einen Tischtennisschläger hier in der Hand mit einem schönen Ball dazu und wir hätten, und ich würde anfangen hier, da der Ball springt auf diesen Tischtennisschläger und wir fangen an, einfach den Ball zwischen Tischtennisschläger und Tisch hin und her springen zu lassen. Je näher ich den Tischtennisschläger bringe, umso schneller und schneller wird der Ball werden zwischen den Ballen. Irgendwann fliegt er davon. Das ist das, was tatsächlich in der Natur passiert, wenn ich mit einem Experiment ein Quantensystem zusammenpresse. So geschieht es. Das heißt, ich kann überhaupt nicht mehr vorhersagen, ob wo der Ball weg springt. Ich habe gar keine Möglichkeiten, weil das System sich selbst erpresst. Also, ganz langsam. Nehmen wir mal den Beobachter ganz raus. Für einen winzigen Moment nehmen wir ihn mal ganz raus. Gehen wir in einen Teil des Universums, wo es noch keinen Beobachter gab. Gehen wir in Richtung Urknall. Wir lassen die Welt zusammenschrumpfen, das ist die Vorstellung, der Urknall als das Anfangsprodukt des sich expandierenden, ausdehnenden Universums. Wir bewegen uns langsam auf diesen Urknall los. Die Vorstellung, dass da ein Universum aus einem ganzen Punkt heraus entstehen musste, die ist eben falsch. Die ist falsch. Denn wenn sich ein System auf ein so kleines Volumen zusammen konzentriert, dass die Quanteneffekte eine Rolle spielen, dann ist nicht mehr klar, was ist Ursache und was ist Wirkung. Wer hat mit wem zuerst angefangen, etwas zu tun. Die Wellennatur, also die Natur der Welle, beziehungsweise die Wellennatur der Natur wird auf einmal offensichtlich. Es springt hin und her. Möglichkeiten, das war zuerst, das kommt danach, gab es nicht mehr im Urknall. Im Urknall sind die Dinge so eng zusammen, dass Raum und Zeit anfangen zu schwingen. Raum ist ja eine geometrische Feststellung. Ich messe mich im Raum. Wenn ich aber Messungen nicht mehr machen kann, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ist denn der nächste Punkt, weil der nächste Punkt schon hin und her schwingt. Wenn ich Zeiten nicht mehr messen kann, weil ich mich schlichtweg viel zu schnell oder viel zu langsam bewege, weil sich mein Zustand ständig verändert. Dann wird ein Punkt auf einmal zu einer Fläche. Es gibt gar nicht den Punkt, dass also der Urknall bis zu einem mathematischen Punkt, nämlich der sogenannten Singularität, sich zusammenführt. Ne, 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 ne. Die Bedeutung der Unschärferelation liegt darin, dass wir diese Singularität am Anfang verhindern. Die Quantenmechanik beschützt sich selbst durch die Unschärferelation. Eine große, vereinheitlichte Theorie von allen vier Wechselwirkungen, nämlich Elektromagnetismus, starker Wechselwirkung, schwacher Wechselwirkung und Gravitation, muss eine Quantentheorie sein. Nämlich eine Quantentheorie auch von Raum und Zeit. Und die Heisenbergsche Unschärferelation legt nun fest, dass da am Anfang etwas gewesen ist. Und jetzt, meine Herrschaften, kommt's. Jetzt reden wir mal über das Nichts. Reden wir über einen Zustand, in dem nichts, über ein System, in dem nichts drin ist. Aber wir schrumpfen dieses System systematisch auf ganz, 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 ganz kleine Dimensionen zusammen. Was passiert da? Immer mehr Energie wird auf immer kleineren Raum zusammengepresst. Es gibt eine Nullpunktsenergie wegen der Heisenbergschen Unschärferelation, weil Geschwindigkeiten und Energien damit nicht beliebig genau zu messen sind und auch nicht beliebig genau auf Null zu bringen sind. Gibt es immer Schwankungen. Und je mehr und enger und kleiner das Gebiet wird, umso stärker werden diese Schwankungen, diese Energieschwankungen und Energieschwankungen bedeuten Druck. Energieschwankungen bedeuten auch, wohl aufgemerkt, dass Teilchen spontan entstehen können. Denn Energie und Masse sind äquivalent. Das heißt, wenn ich in einem System, in dem eigentlich nichts ist, außer Strahlung zum Beispiel, dieses System abkühle und immer weniger und weniger Platz lasse für die Möglichkeiten, die das Nichts haben kann, dann entstehen spontan Teilchen- und Antiteilchenpaare. Das heißt, das Nichts ist nicht auf nichts beschränkt sozusagen. Es gibt keine Punkte, sondern es gibt Raumgebiete, die so stark schwingen, dass aus dem Nichts auf einmal spontan Materie und Antimaterie hervorkommt. Das ist die Bedeutung der Heisenbergschen Unschärferelation. Das ist also nicht nur ein Prozess oder eine Erkenntnis, die jetzt für uns bedeutet, wir können da nicht weiter und tiefer in die Natur eindringen, weil wir unfähig sind, genauer zu messen. Das ist nur sozusagen die experimentelle Seite der Heisenbergschen Unschärferelation. Die tatsächliche, die grundsätzliche physikalische Bedeutung dieser Relation liegt darin, dass die quantenmechanische Natur der Welt, die Quantenwelt, sich anders gar nicht helfen kann. Wir können grundsätzlich nicht genaueres über eine Natur erfahren, die in ihrem Urgrund aus Wellen besteht. Es ist eben nicht das, was wir uns gerne vorstellen würden. Was wir uns nämlich gerne vorstellen würden, das ist eine Welt, in der alles wohl definiert ist. Ich habe klare Kanten, klare Bewegungsvorschriften, ich weiß, wie sich gewisse Dinge hin und her bewegen. Ich kann klipp und klar sagen, wenn ich einen Ball trete, dann wird er in einer gewissen Zeit da und dort sein. Das alles ist für uns in unserer normalen Welt vorstellbar. Deswegen, wir haben gewisse Gehirnstrukturen, die genau das auch gut verstehen können. Sobald sich aber Phänomene ergeben, die mit unserem Anschauungsvermögen überhaupt nicht in Einklang zu bringen sind, dann kriegen wir nicht nur sprachliche Probleme, wie ich jetzt zum Beispiel, sondern wir kriegen auch gedankliche Probleme, weil das, was wir denken, auch immer in Sprache umgesetzt wird. Und wir können uns einfach nicht vorstellen, dass ein Teilchen und eine Welle das Gleiche sein sollen. Das kann nach unseren Vorstellungen nicht sein, weil wir sehr klare Bilder im Kopf haben darüber, was ein Teilchen ist, nämlich ein wohl definiertes Objekt, während eine Welle sich bewegen kann und sich ausbreiten kann, gleichzeitig überall sozusagen sein kann. Das ist das riesige Problem, wenn man mit solchen Quantenphänomenen beginnt. Aber ich hoffe, es ist eines klar geworden. Die Heisenbergsche Unschärferelation hat eine tiefe physikalische, um nicht zu sagen philosophische Bedeutung für den Erkenntnisprozess der Natur. Die Heisenbergsche Unschärferelation beschützt uns, beschützt die Quantenwelt davor, von uns sozusagen vergewaltigt zu werden, weil wir können die Teilchen nicht zwingen, dazu beides gleichzeitig so sein. Wenn wir ein Teilchen dazu zwingen, Teilchen zu sein, verliert es seinen Wellencharakter und umgekehrt. Ja, und auf diese Art und Weise müssen wir schlichtweg zur Kenntnis nehmen, dass die Quantenwelt etwas ist, was sich unserer Vorstellungskraft entzieht. Und am Ende einer solchen Sendung fällt mir immer Wittgenstein ein, bei so einer Sendung. Wittgenstein hat mal gesagt, worüber man nicht reden kann, darüber sollte man schweigen. Ich hoffe, Sie vergeben mir mein Nichtschweigen. Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Heute wird's japanisch. Aber fangen wir erstmal vorne an. Es gibt Phänomene am Himmel, da kann man nur hoffen darauf, dass man Ihnen mal ein bisschen näher kommt. Und manchmal, manchmal meint das Universum wirklich gut mit uns. Muss man wirklich sagen. Es ist zum Beispiel 1963. 1963 hat jemand etwas am Himmel entdeckt, da hat er sich gesagt, das kann noch gar nicht wahr sein. Ein stelares Objekt, scheinbar stellar, also ein Punktobjekt, das aber aufgrund seiner Spektrallinien und der Rotverschiebung dieser Spektrallinien, Sie erinnern sich, Rotverschiebung ist ja die Sache, dass etwas sehr weit von uns entfernt ist. Und deswegen, weil es so weit von uns entfernt ist und weil das Universum sich ausdehnt, sind die Linien, die Spektrallinien ins Rote verschoben. Das war die Sache mit dem Feuerwehrwagen. Kommt auf uns zu, dann wird das ins Blaue verschoben. Also es wird höher der Ton in Schallwellen, fliegt es von uns weg, wird es tiefer der Ton, bei den Emissionslinien heißt es, wird ins Rote verschoben. Und die Rotverschiebung dieses Objektes damals, 1963, deutete an, dass das Ding wahnsinnig weit weg sein muss. Also wirklich ungeheuerlich weit weg. Milliarden Lichtjahre. Wenn das aber dann immer noch so hell ist, dann war auch klar, dass der ja Unglaubliche sich abspielen muss. Und dann fand man heraus, weil die Strahlung dieses Objektes auch nicht konstant war, also so, sondern auch noch in der Zeit variierte. Und aus der Lichtkurve, nämlich der Veränderung der Strahlung, konnte man ausrechnen, wie groß das Objekt ist. Da hat man dann also was völlig Abstruses herausgefunden. Das ist ein Objekt, wie gesagt, Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das ist so groß wie das Sonnensystem, also ein paar Lichtstunden bis zu ein paar Lichttagen. Und aus einem solchen Gebiet kommt eine Billion, eine Billion, das sind also tausend Milliarden, tausend Milliarden Sonnenleuchtkräfte. Aus einem Gebiet, das so groß ist wie das Sonnensystem. Erst haben sie so gedacht, sie haben sich verrechnet. Aber dann tatsächlich, genauere Beobachtungen stellen fest, es ist tatsächlich ein unglaublich hell leuchtendes Gebiet von der Größe unseres Sonnensystems und daraus kommen eine Billion Sonnenleuchtkräfte. Und dieses Objekt nennt man Quasar. Ein quasi stelares Objekt. Und die Idee war ganz klar, was ist das? Woher kommt die Energie, die für sowas zuständig sein muss? Ja, bei einer Billion Sonnenleuchtkräften würde man erstmal naiv sagen, naja, da habe ich eine Billion Sonnen. Die setze ich also jetzt mal in so einer Scheibe zusammen. Zuck, 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 so schön da rein, fühle ich aus. Geht das? Geht nicht. Weil das wären so viele Sterne, dass die sich praktisch berühren würden. Und wenn Sterne sich berühren, würden sie ineinander zusammenfallen. Also schon damals war klar, das muss etwas völlig anderes sein. Das kann nicht durch Sterne zustande kommen, sondern muss eine ganz andere Art von Energieumsetzung da sein. Und das, was da passiert, das wissen wir heute, das ist die langsame, aber sichere, das sichere Auffressen vom Gas in einem schwarzen Loch. Aber nicht in irgendeinem kleinen, mickrigen schwarzen Loch, sondern in richtig großen, schwarzen Löchern von Millionen bis Milliarden Sonnenmassengröße. Und die schlucken pro Jahr eins bis zehn Sonnenmassen an Gas und die Energie, die dabei frei wird, denn Energie und Masse sind ja dasselbe, also wenn ich Masse sehr stark beschleunige, wird Energie dabei frei, das ist ein Quasar. Nun sind die aber Milliarden Lichtjahre weg. Das ist dumm. Weil daraus ergibt sich natürlich, wenn sowas so weit weg ist, auch wenn es so hell ist, dass man einfach keine gescheiten Einzelheiten untersuchen kann. Stimmten die Vorstellungen mit den schwarzen Löchern überhaupt? Seit 1994 aber, wie gesagt, manchmal ist das Universum sehr großzügig, wissen wir von Objekten in unserer Milchstraße, also in unserer Nähe, die etwas ganz Ähnliches tun, nur das ist die Bonsai-Version. Also die kleinere, die ganz kleine, niedliche, deswegen japanisch, die kleine Version und das sind Mikroquasare. Das Thema der heutigen Sendung nach diesem langen Vorwort, was ist ein Mikroquasar? Mikroquasare, das ist ein ganz heißes Thema in der Astronomie, denn ein Mikroquasar ist praktisch ein Labor in der Milchstraße, bei dem wir alles in allen Einzelheiten beobachten können, was wir bei den Quasaren in großer Entfernung nicht beobachten können. Also, der Quasar ist hell, Mikroquasar ist auch hell. Der Quasar tut etwas, was offenbar damit zusammenhängt, dass die Scheibe um das schwarze Loch herum sich dreht und dabei, Sie erinnern sich, wenn ich in meinen Fingern den elektrischen Strom habe, dann ist in meinem Daumen, wenn in meinen Fingern das Magnetfeld ist, dann ist in meinem Daumen der Strom. Wenn also hier Magnetfelder in so einer Scheibe gedreht werden, dann entsteht Strom. Quasare schießen Jets raus. Plasmaströmung, extragalaktische Jets, die sind Millionen von Lichtjahren groß. Solche, also, ein Mikroquasar macht das Ganze auf einer ganz kleinen Skala. Während wir hier Millionen Lichtjahre bei den Quasaren haben, macht ein Mikroquasar das Ganze auf ein paar Lichtjahre. Die Größe des Systems von einem Quasar waren mehrere Lichtstunden bis Lichttage. Ein Mikroquasar ist nur ein paar tausend Kilometer groß. Das heißt, die Kleinheit des Objektes erlaubt es uns, und natürlich nicht zuletzt die Nähe zum Objekt, die sind also alle nur ein paar tausend Lichtjahre entfernt, es gibt inzwischen vier oder fünf in unserer Milchstraße, erlaubt es uns, Details festzustellen, die sich um dieses Objekt herum abspielen müssen, dass dafür zuständig ist, dass diese Jets rauskommen und diese hohe Leuchtkraft erzeugt wird. Ich sage, 1963, die haben Leuchtkraftschwankungen. Diese Leuchtkraftschwankungen sind im Bereich von Tagen, manchmal auch auf Zeitskalen unterhalb von einem Tag. Aber diese Mikroquasar, die haben Zeitskalen von wenigen Sekunden. Nicht im Optischen, sondern im UV- und im Röntgenbereich. So hat man sie entdeckt als Objekte, die im Röntgenbereich wahnsinnige Variationen zeigen. Deswegen weiß man, wie klein das Gebiet ist. Na ja, also das ist ja schon ganz toll. Jetzt kann man sogar Folgendes sehen. Die Jets von den Quasaren, also diese Riesenteile, das sind nicht irgendwie so Jets, also irgendwie, wo das Gas da rausströmt wie das Wasser aus dem Wasserschlauch, so langsam, sondern die Bewegungen in den Jets bei den Quasaren sind relativistisch. Das ist mit Lichtgeschwindigkeit, bewegt sich Masse aus dem Zentrum, also mit fast Lichtgeschwindigkeit, muss ich ja sagen, bewegt sich Masse aus dem Zentrum raus und wird entlang dieser Achsen rausgeschossen. Das kann sogar so weit gehen, dass wenn der Jet genau in unsere Sichtlinie läuft, dass wir scheinbare Überlichtgeschwindigkeiten sehen. Scheinbare, Vorsicht, kein Widerspruch zur Relativitätstheorie. Scheinbar heißt nämlich, wir sehen hier eine Strahlungsquelle, nämlich ein Gasblock, der auf uns zuläuft, der aber selber mit fast Lichtgeschwindigkeit läuft. Das heißt, der holt seine eigene Strahlung quasi ein. Deswegen sehen wir scheinbare Überlichtgeschwindigkeit. Wenn man sie dann zurückrechnet, stellt man fest, die Geschwindigkeit des strahlenden Objektes sind 98% Lichtgeschwindigkeit. Und das Gleiche wie bei diesen großen Teilen sieht man bei den Mikroquasaren. Bei den Mikroquasaren ist eben alles kleiner, aber trotzdem scheint hier eine Maschine am Werk zu sein, die auf einen allgemeinen physikalischen Mechanismus hinweist, dass nämlich die Scheiben um ein schwarzes Loch herum immer dazu führen, dass solche Jets da rausgeschossen werden und zwar nicht mit mickrigen Geschwindigkeiten, sondern mit Lichtgeschwindigkeit. Donnerwetter. So, jetzt ist es so, bei den Quasaren sind die Scheiben ziemlich groß. Ist klar. Also wenn allein der Schwarzschildratius, also die Größe des schwarzen Loches, schon so groß ist wie der Abstand Erde-Sonne, dann sind natürlich auch die Scheiben riesengroß. Und diese Scheiben, diese riesengroßen Gasscheiben bei den Quasaren, die werden eben nur 40.000 Grad warm. Naja, das ist eine moderate Temperatur, da wird ein bisschen UV-Strahlung produziert, aber im Wesentlichen ist das Ganze im sichtbaren Licht zu beobachten. Bei einem Mikroquasa, und da haben wir es mit schwarzen Löchern zu tun, oh Gott, wir haben so sieben, acht Sonnenmassen, ja, das werde ich Ihnen gleich erzählen, warum wir das wissen, da sind die Scheiben viel kleiner, da reden wir in einem Bereich von mehreren tausend Kilometern. Die Scheiben kommen so nah an das Loch heran, dass sie sehr heiß werden und diese Hitze, die führt dazu, dass man A, UV-Strahlung, die Hülle und die Fülle sieht, B, Röntgenstrahlung, die Hülle und die Fülle, da werden Teilchen beschleunigt, in diesem ganzen Wirrwarr von elektromagnetischen Feldern werden Teilchen massiv beschleunigt und das führt dann dazu, dass die Lichtkurve sich unglaublich verändert, auf ganz kurzen Zeitskalen. Woher weiß jetzt der Astronom, dass sich in einem solchen Gebilde ein schwarzes Loch befinden muss? Nun, das nächste Mal verrät es dem Astronom die Leuchtkraft. Die Leuchtkraft ist so hoch, die kann man stellar gar nicht hinkriegen. Zweitens sieht der Astronom, dass es dabei offenbar zwei Objekte gibt. Nämlich das eine Objekt ist ein normaler Stern und das andere Objekt ist ein nicht normaler Stern. Der eine Stern, der steht noch im Saft, also da ist noch Kernfusion am Arbeiten, der wird aber offenbar umrundet von einem Objekt, das wir schlichtweg als Leiche bezeichnen würden, nämlich ein schwarzes Loch. Und dieses schwarze Loch zieht nun von diesem normalen Stern sozusagen die Hülle ab und aus diesem Gas, aus diesem Gasweg von der Hülle um das schwarze Loch herum bildet sich die Scheibe. Sehen Sie es, hier ist der Stern, dieser Stern verliert Hüllenmaterial. Das Hüllenmaterial wird praktisch wie auf einer ICE-Strecke zu dem schwarzen Loch transportiert und in einer relativ kleinen Scheibe zusammen, findet sich zusammen, dreht sich dort sehr schnell, wird beschleunigt, es entsteht der Jet und das ganze Ding wird wahnsinnig hell und gleichzeitig aber in allen Einzelheiten beobachtbar. Gott sei Dank haben wir ja heutzutage im gesamten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums Instrumente zur Verfügung. Das heißt, wenn jemand am Himmel was beobachtet, dann kann er praktisch andere Observatorien anrufen, hört mal, guckt mal dahin, ihr könnt auch im Sichtbaren, ihr könnt auch im Radiobereich beobachten und so kann man ein vollständiges Bild für die Physik eines solchen Mikroquasas aufbauen in einer Detailhaftigkeit, wie das für Quasare nur sehr sehr schwer möglich ist, weil die Quasare, wie gesagt, ja zwei Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Was lernen wir daraus? Nun, wir scheinen nach allem, was wir bis jetzt zusammengetragen haben an Daten, scheinen wir mit einem Recht zu haben. Es gibt schwarze Löcher, Punkt, in der Milchstraße. Habe ich Ihnen an anderer Stelle auch schon ein paar Mal erzählt, aber das ist jetzt eine Geschichte, da kann man mal genau sehen, das muss es sein. Es gibt schwarze Löcher und es gibt einen Mechanismus, der mit der Scheibe zusammenhängt, nämlich mit der Rotation der Scheibe, Sie erinnern sich, der zu Jets führt. Das scheint eine Sache zu sein, die ist universell, sozusagen. Und die Strahlungsprozesse. Wir haben die Strahlungsprozesse und können dann im Einzelnen wirklich alles Mögliche beobachten, wie sich die Umgebung um das schwarze Loch herum verändert, denn nur die Umgebung des schwarzen Loches ist es ja, die strahlt. Wenn das Material erstmal in das schwarze Loch gefallen ist, dann wissen wir natürlich überhaupt nichts mehr. Und jetzt kommt's. Jetzt ist das schwarze Loch mit sieben, acht Sonnenmassen, das kann man aus den Daten heraus destillieren, wie schwer das Loch sein muss, mit sieben, acht Sonnenmassen ist dieses schwarze Loch ein kleines schwarzes Loch. Nur nochmal zur Erinnerung, der Schwatscheldradius der Sonne mit einer Sonnenmasse wären drei Kilometer. Also ein schwarzes Loch von sieben oder acht Sonnenmassen hat ein Schwatscheldradius von ein paarundzwanzig Kilometer. Das ist irre, ne? Also ist nicht viel. Aber hier, Jets, über ein Lichtjahr immerhin. Und die entscheiden, jetzt wissen wir, es gibt schwarze Löcher, so weit, so gut. Aber es gibt zwei Sorten von schwarzen Löchern, nämlich diejenigen, die sich drehen und diejenigen, die sich nicht drehen. Diejenigen, die sich nicht drehen, können wir vergessen. Die sind für uns uninteressant, weil die bringen gar nicht genügend Power in ihre Umgebung. Diejenigen aber, die sich drehen, die verzerren die Raumzeit so, als wenn da ein Wirbel ist. Ein normales schwarzes Loch liegt da drin in der Raumzeit und macht es einfach nur, und krümmt die Raumzeit nur. Ein rotierendes schwarzes Loch macht aus dieser gekrümmten Raumzeit praktisch einen Wirbel, wie in ihrer Badewanne, wo das Material in den Abfluss hinein saust. Und dadurch, dass es das verdrillt, die Raumzeit, kann das Material von außen viel näher an das schwarze Loch heran, wird viel heißer, wird viel schneller und es kann viel mehr Energie umgesetzt werden. Also bis zu 40 Prozent der Ruhemasse von dem Material kann tatsächlich in Strahlung umgesetzt werden. So effizient ist das. Und das, dass also in den Mikroquasan rotierende schwarze Löcher sitzen, das kann man nach den neuesten Erkenntnissen aus den Spektren heraus destillieren. Was man da nämlich sieht, ist, dass die Linien, die Emissionslinien nicht symmetrisch sind, sondern dass es offenbar Rotationsbewegungen gibt um das schwarze Loch herum, die nur dadurch zu erklären sind, dass das Material so nah an das Loch, an den sogenannten Horizont, also diese Kante des schwarzen Loches, dahinter kann man ja nichts mehr erkennen, oder es gibt keine Informationen mehr, die dahinter rauskommen, so nah daran kommt, dass das Loch rotieren muss. Und zwar maximal rotieren muss. Es gibt eine maximale Rotationsgeschwindigkeit und die wird offenbar in den Mikroquasaren erreicht. Und das hängt alles unmittelbar miteinander zusammen. Die Rotation bringt die Jets, die Scheiben werden heiß, es gibt jede Menge Leuchtkraft dabei, Energie wird freigesetzt und das alles auf einer Längenskala von teilweise nur wenigen tausend Kilometern. Und wie gesagt, das Universum war so freundlich, uns einige dieser Laboratorien in unserer Milchstraße zur Verfügung zu stellen. Wir sehen relativistische Bewegungen, wir sehen die allgemeine Relativitätstheorie. Stimmt! Und wie war das so schön am Ende? Da habe ich mir einen wunderbaren Spruch mitgebracht, denn wir wissen das ja noch nicht so lange von den Mikroquasaren, aber ich habe ihn irgendwo gelesen, ich weiß nicht von wem er ist. Eine Entdeckung besteht darin, etwas zu sehen, was alle gesehen haben. Und sich dabei etwas zu denken, was noch niemand gedacht hat. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wenn Sie abends so in den Himmel schauen und sehen diese ganzen wunderbaren kleinen Pünktchen da am Himmel, abgesehen von denjenigen, die da relativ schnell wandern, haben Sie es mit Sternen zu tun, mit sogenannten Fixsternen, die also fix am Himmel stehen und ein scheinbares Bild der Ewigkeit abliefern. Das sieht ja so aus, als wenn da oben überhaupt nichts passiert. Also die Sterne sind entweder strahlende Kugeln, die strahlen also einfach, oder aber sie sind nicht da. Also wir hatten ja schon viele, viele Fragen zu Sternleichen, also wo man pathologisch eine Sternleiche auseinander nimmt. Weiße Zwerge, schwarze Löcher, Neutronensterne, alles schon da. Aber wie wird denn ein Stern zu sowas? Wie entwickelt sich ein Stern? Oder ist der einfach immer nur eine schöne Kugel wie die Sonne, die einfach in Ruhe da vor sich hin brutzelt? Oder wie wird ein Stern zu einem, zu einer Laiche? Also mit anderen Worten, wie vollzieht sich das Leben eines Sterns eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn der Astronom lebt wie alle Menschen, naja, sagen wir mal größenordnungsmäßig 100 Jahre. Sterne sind aber riesengroße Gaskugeln und die Veränderungen von solchen Sternen, die dauern eben ein bisschen. Also die meisten Veränderungen. Es gibt Veränderungen, die gehen schlagartig, aber das sind nur Explosionen davon, wo wir nicht reden, sondern, naja, wie wird denn nun so ein Stern zu sowas? Und eine dieser Entwicklungsstadium, das ist sozusagen die Entwicklung vom Stern im Arbeitsleben hinein in das Rentenalter. Also diese Entwicklung nennt man einen roten Riesen. Was ist ein roter Riese, ist heute das Thema. Also das ist jetzt nicht politisch gemeint oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Phase im Leben eines Sterns und diese Phase ist ein ganz wesentlicher Übergang für einen Stern, der ungefähr so viel Masse hat wie die Sonne, eher ein bisschen weniger, eher ein bisschen mehr, Entschuldigung. Einen wunderbaren roten Riesen können Sie im Himmel sehen und zwar zwischen Herbst und Winter, zwischen Herbst und Sagen wir mal, ja, Ende des Winters steht ein Sternbild am Himmel, das ist der Orion. Das erkennen Sie alle an den berühmten drei Gürtelsternen, die da nebeneinander stehen. Und oben links, wenn Sie also von hoch gucken, oben links, da ist einer, das ist ein roter Riese, Betalgeuze. Das ist ein Stern, der ist so gewaltig, das können Sie sich überhaupt nicht, das lässt sich überhaupt nicht vorstellen. Betalgeuze ist so aufgebläht, dass er fast an der Jupiterbahn heranreicht, so groß ist, 750 Millionen Kilometer groß, in seinen besten Zeiten. Das heißt, er pulsiert momentan immer so ein bisschen, so in sechs Jahren regelt er seine, seinen Durchmesser um 270 Millionen Kilometer. Die Sonne hingegen ist eine Million Kilometer groß, also das ist fast überhaupt nicht, also 1,4 Millionen, aber das, Sie sehen, ja, die Sonne ist ein Winzstern im Vergleich zu diesem roten Riesen. Dieser rote Riese, Betalgeuze ist bis zu 60.000 Mal heller als die Sonne, aber er ist auch kühler. Und dieser Stern, dieser rote Riese, Betalgeuze, der wird uns noch beschäftigen, und sagen wir mal, nicht uns Astronomen, sondern die Astronomen vielleicht erst in ein paar hunderttausend Jahren, weil wenn der mal explodieren sollte, und das wissen wir noch nicht genau, weil wir nicht genau wissen, wie viel Masse er nun tatsächlich hat, hat er zwölf Sonnenmassen oder hat er 17 Sonnenmassen? Wenn der 17 Sonnenmassen hat, also 17 Mal so schwer ist wie die Sonne, dann wird er als Tage zu sehen sein, und zwar so hell wie ein Halbmond, weil er ist relativ nah. Also relativ, Sie wissen ja, bei uns Astronomen ist das alles so eine Sache, 425 Lichtjahre ist die Entfernung, von der wir glauben, dass sie stimmt für Betalgeuze. Dieser Stern, Betalgeuze, dieser riesengroße Stern, ist der einzige, von dem wir eine Aufnahme haben, praktisch wie die Sonne, dass wir nämlich wirklich seine Oberfläche erkennen können. Alle anderen Sterne sind für uns nur Punkte. Die Frage ist, wie wird ein Stern zum roten Riesen? Und spielt das für unsere Entwicklung oder für die Entwicklung der Planeten um die Sonne, spielt das irgendeine Rolle? Mit anderen Worten, wird auch die Sonne zum roten Riesen. Ja, also wie wird jetzt ein Stern zum roten Riesen? Also, der Stern, der normale Stern, ist ein Gleichgewichtssystem. Das ist klar. Der Druck von innen durch die Kernfusion verursacht, wirkt gegen die Schwerkraft, die nach innen zieht. Und im Inneren eines solchen Sterns wird Wasserdorf zu Helium verschmolzen. Dabei wird energiefrei. Diese Energie ist die Quelle, von der wir leben. Wie ich immer sage, unsere Gedanken sind letztlich Kernenergie, also verschmolzene Atomkerne, die dabei, dass sie miteinander verschmelzen, wird energiefrei. Und diese Energie ist es, die ein Stern abstrahlt. Gut, so weit, so gut. Also, ein normaler Stern verbrennt Wasserstoff zu Helium. Übrigens dabei verbrennt die Sonne so viel Material, dass sie pro Sekunde, jetzt nur mal am Rande bemerkt, 14 Millionen Tonnen Wasserstoff oder 14 Millionen Tonnen verliert. Ja, also die Energie, die sie abstrahlt, entspricht 14 Millionen Tonnen pro Sekunde. Das merkt die Sonne nicht. Also das Ding ist ja viel zu schwer. Man hat also davon keine Ahnung. Dieser Prozess, also diese 14 Millionen Tonnen, die da pro Sekunde umgesetzt werden, also Masse in Energie, dieser Prozess verläuft so lange gut, solange im Innern noch Wasserstoff, also in der zentralen Maschine noch Wasserstoff da ist, der sich zu Helium verbrennt. Okay, sie sind noch da. Das ist der innere Teil des Sterns und alles ist gut. Die äußeren Gasmengen, die Lasten auf diesem Kern, aber der Kern drückt dagegen, weil er eine Energiefreisetzungsmaschine ist. Nochmal, da wird Gammastrahlung dabei frei, die Gammastrahlung wird durch Streuung an dem umgebenden Material immer energieschwächer und energieärmer. Deswegen hat die Sonne eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad, während in ihrem Innern 14 Millionen Grad herrschen. Die Gammastrahlung kann nicht durch, so weit so gut. Okay. Jetzt sagen wir mal, Samstagabend, der Stern hat keinen Wasserstoff in seinem Innern mehr. So die letzten Atome, Wasserstoff sind zu Helium verbrannt. Was nun? Das ist nicht schön für den Stern. Denn das, was jetzt passiert, ist etwas, was das ganze System völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Normalerweise, ist ja klar, geht der Energiefluss von innen nach außen. Also innen ist es heiß und die Energie wird nach außen transportiert, an die Oberfläche. Ja, jetzt hat der aber innen drin keine Energiequelle mehr. Das heißt, da kann überhaupt nichts mehr den Druck, den Schwerkraftdruck auf die innere Maschine halten. Kann überhaupt nichts mehr passieren. Was macht der Stern jetzt? Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Ganz langsam. Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Bei diesem Schrumpfen wird Gravitationsenergie frei, Bindungsenergie. Also wenn ein schweres System schrumpft, dann wird dabei energiefrei. Und diese Energie, jetzt halten Sie sich fest, diese Energie, die muss natürlich irgendwo hin. Wo muss sie hin? Nun, sie geht in die äußeren Schalen, die um den Kern herum liegen. Und die äußeren Schalen sind ja noch aus Wasserstoff. Ja, hier. Das heißt, wir haben um den Kern herum, der aus reinem Helium besteht, Wasserstoffschalen. Und in diese Wasserstoffschalen kommt nun die Bindungsenergie, die vom Schrumpfen dieses Kerns kommt. So. Das ist unglaublich. Während also im normalen Stern, im Innern, der Kern brennt, also Wasserstoff zu Helium verbrannt wird, ist bei einem Übergangstern, also dann, wenn der Stern merkt, Mensch, ich habe überhaupt keinen... Also der Stern merkt das natürlich nicht, aber er spürt es in gewisser Weise, dass im Innern die Energiequelle fehlt, erschrumpft, die äußeren Schalen werden aufgeheizt. Und was beginnt in den äußeren Schalen? Genau. Das Wasserstoffschalen brennen. Ja. Das Wasserstoffschalen brennen setzt früher ein, als das Helium brennen im Innern. Er hätte ja die Möglichkeit, wenn er ganz schnell sich innen zusammenzieht, dann würde er Helium zu Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter verbrennen. Das kann er aber noch nicht, weil er ist noch nicht dicht genug, er ist noch nicht heiß genug innen drin. Das heißt, um den Kern herum gibt es erstmal eine Schale, in der Wasserstoff zu Helium verbrannt wird. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Diese Schale hat natürlich ein Riesenproblem am Hals. Die Schale wird von unten geheizt, weil dieser Kern schrumpft, der schrumpft immer noch, und der wird gleich noch mehr schrumpfen. Achtung. Gleichzeitig erzeugt die Schale selber Energie durch die Verschmelzung von Wasserstoff in Helium und diese Energie muss irgendwo hin. Nach unten kann sie nicht, in den Kern, also muss sie raus. Also was fängt der Stern an? Er fängt an, sich aufzublähen. Das ist aber noch nicht alles. Sie sehen, wir haben diese Schale, die brennt und der Kern unten, der noch schrumpft. Das ist nicht, ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich bin bei Ihnen keine Angst. Also dieser Kern schrumpft aus Helium, darum eine Wasserstoffquelle, Wasserstoffschalen brennen um diesen Kern herum. Dadurch, dass der Wasserstoff ja in der Schale verschmolzen wird, entsteht jetzt nun weiter, na, was entsteht aus Wasserstoffbrennen? Helium. Das heißt, von außen fällt jetzt auf diesen Kern auch noch Helium drauf. Der Heliumkern wird also immer schwerer und schwerer und zieht sich zusammen, wird heißer, heizt noch mehr diese Schalenbrennen auf. Das Schalenbrennen wandert nach außen in dem Stern und der Stern bläht. Was will er denn sonst machen? Er bläht sich auf, ja, weil er unten eine Gravitationsenergiequelle hat, eine Bindungsenergiequelle und in diesem Schalenbrennen Energie freigesetzt wird. Das Helium regnet auf diesen Kern drauf und die Schale breitet sich aus, breitet sich aus, breitet sich aus. So, so ist das bei Beta-Kreuze passiert. Dieser Stern hat sich ausgebreitet bis fast auf die Jupiterbahn und natürlich kann man sich vorstellen, dass ein solches Gebilde, wo im Innern, ja, dieser Heliumkern ist, zu dem wir gleich noch kommen werden, um den herum dieses Schalenbrennen ist. Das Schalenbrennen ist natürlich nicht so stabil. Da gibt es also Austauschprobleme. Immer wieder kommt kühleres Material, wird in diese Schale hineingemischt. Dadurch fängt der Stern an zu pulsieren und kann seinen Radius um mehrere hundert Millionen Kilometer verändern. Das muss man sich mal überlegen. Der Stern ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Er muss also irgendwie zusehen, wie er mit diesen energetischen Krisen hier und da überhaupt klarkommt. Das ist das, was jetzt bei Beta-Kreuze passiert. Jetzt ist aber folgendes Problem. Dieser Stern könnte vielleicht, wenn er die richtige Masse hat, also wenn er viel Masse hat, dann könnte er zur Supernova werden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sein innerster Kern dann so schwer ist, dass das ganze Ding tatsächlich explodieren kann. Das heißt, in seinem Innern würde nicht nur das Heliumbrennen irgendwann anfangen, Helium verbrennt so Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, sondern das kann sogar noch darüber hinausgehen. Wenn der Kern richtig schwer ist, der Überrest richtig schwer ist, dann kann es bis zum Siliziumbrennen kommen und dann bleibt am Ende die Eisenkugel übrig und die Leiche kennen wir ja schon. Das ist der Pulsar, also der Neutronenstern, eine zehn Kilometer große Kugel, in der alles an anderthalb bis zwei Sonnenmassen zusammengefasst ist. Da sind wir aber schon wieder bei den Leichen. Wir wollen ja noch Dinge sich entwickeln lassen. Also nehmen wir an, Betalgeuze hat nicht so eine große Masse. Nehmen wir mal an, sie hat wie momentan errechnet eine Masse zwischen zwölf oder 17 Sonnenmassen. Nehmen wir also, wir sind an der unteren Kante, zwölf Sonnenmassen. Dann wird der Stern sich entwickeln, natürlich wird er sich weiterentwickeln, denn dieser riesengroße Riese ist ja deswegen rot, weil er sich ausgebreitet hat. Das heißt, das Gas hat Arbeit verrichtet, dadurch wird die Temperatur runtergehen. Ist klar, die Oberfläche wird riesig, dadurch ist seine Leuchtkraft so groß, also das, was er an Energie rausschmeißt, hat natürlich was damit zu tun, dass diese riesengroße leuchtende Oberfläche so stark angewachsen ist. Deswegen ist er so kalt einerseits, die Temperatur ist runtergegangen, 3000 Grad, andererseits ist seine Leuchtkraft nach oben gegangen. Und dieser innerste Teil jetzt, der also innerhalb dieser riesengroßen roten Hülle sitzt, der könnte, wenn der Stern zu klein ist, dann wird er zum weißen Zwerg. Ein weißer Zwerg ist ein Zustand, der viele, 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 also ganz viele, wahrscheinlich die überwiegende Mehrzahl aller Sterne in unserer Mischstraße erleidet. Das ist nämlich dann, wenn die Materie so zusammengepackt wird, weil am Ende eines Heliumbrennens, wenn Kohlenstoff da ist und Stickstoff und Sauerstoff ein bisschen, weil am Ende dann die Materie sich überhaupt nicht mehr helfen kann. Dieser neue Kern fällt wieder zusammen, aber er kann sich halt nicht mehr zu einer neuen Brennstufe entscheiden. Diese neue Brennstufe wird dadurch verhindert, dass die Elektronen in diesem Kernmaterial so eng gepackt sind, dass sie nicht mehr sozusagen mehr zusammengepresst werden können. Und dann ist es auch egal, wie heiß der Stern ist. Dieser Druck, der sogenannte Fermi-Druck der Elektronen hat was mit einer Quantenregel zu tun. Das ist die Sache mit den Pauli-Doppelzimmern, dass also ein Elektron und Elektron nur so eng zusammenkommen können, wenn sie unterschiedliche Eigendrehungen haben. Das sogenannte Spinn, das führt dazu, dass die Materie, selbst wenn sie noch so heiß ist oder noch so kalt ist, man könnte die Temperatur null haben, der Stern kann nicht mehr weiter zusammengepresst werden. Und auf diese Art und Weise wird aus einem roten Riesen, wenn der Stern nicht so schwer ist, ein weißer Zwerg. Das ist übrigens das Schicksal unserer Sonne, die wird sich ausbreiten bis zur Marsbahn ungefähr und wird dann als weißer Zwerg übrig bleiben. Tja, so ist das im Leben eines Sterns. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also dieser Stern muss eben auch irgendwann aufhören. Und da fällt mir noch eins um Thema Rot. Mark Twain hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Tier, das er röten kann oder sollte. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir haben tatsächlich 100 Sendungen gemacht. Wer hätte das gedacht? Und Sie gucken sich gerade die 100. Sendung an. Die Doppel-Null-Sendung. Wir haben jetzt endlich die Lizenz zum Weitermachen. Und das werden wir uns hinterher gönnen, denn wir sind nach 100 Sendungen müde des trockenen Stoffes und wollen uns heute mal ein Sahnetörtchen gönnen. In dieser Sendung geht es darum, um eine Frage, die schon so oft gestellt worden ist, dass ich mir gedacht habe, zur 100. Sendung, das ist das Thema schlechthin. Es geht um die Frage, kann die Physik die Welt erklären? Können Physiker wirklich die Welt erklären? Na, wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. Ich werde damit beginnen, Ihnen etwas vorzulesen, was ein Skeptiker vor über 200 Jahren aufgeschrieben hat und was einigermaßen erschütternd ist. Er schrieb damals, das Ganze der Welt ist ein Rätsel. Ein unerklärliches Mysterium. Zweifel, Ungewissheit, Enthaltung des Urteils sind das einzige Ergebnis, zu dem die schärfste und sorgsamste Untersuchung uns führen kann. Das war David Hume, einer der größten Skeptiker in der Philosophie. Nun, wir Physiker haben uns davon aber überhaupt nicht irgendwie beirren lassen. Die Naturwissenschaftler insgesamt haben sich davon nicht beirren lassen, sondern haben weitergebohrt und weitergemacht und tiefer geguckt, tiefer in die Materie, tiefer ins Weltall. Wir haben überall alles Mögliche inzwischen beschaut, beguckt, erforscht, untersucht, berechnet, simuliert, alles. Und, was dabei rausgekommen? Man möchte fast an Faust denken. In Goethes Faust gibt es diesen Satz, und weiß doch, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Inzwischen gibt es aber viele Naturwissenschaftler, die Bücher schreiben, und in diesen Büchern ist vom Plan Gottes die Rede. Dem Fingerabdruck der Schöpfung, ja, wir sind dem Plan Gottes auf der Spur. Gibt es sogar Herrschaften, die sich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie meinen, wenn wir das jetzt noch geschafft haben, die große vereinigte Theorie, dann wissen wir, wie er es gemacht hat. Also, natürlich immer eigentlich mit dem Hinweis, dass es ihn eigentlich gar nicht gibt. Also, er ist ja eigentlich gar nicht nötig, wie einer dieser sogenannten Sachbuchautoren das mal so schön gesagt hat. Also, wenn wir das alles berechnet haben, wenn wir also eine Formel haben für die ganze Welt, dann ist die Sache im Griff. Damit haben wir die Welt erklärt. Stimmt das? Kann das wirklich sein, dass die Physik die Welt erklären kann, so wie diese ganzen Bücher das vorgehen? Wenn wir tief ins Universum schauen und wir wissen, wie der Urknall funktioniert, wissen wir dann irgendetwas darüber, wie unsere direkte Umwelt funktioniert. Dieser wunderschöne Satz, das Universum expandiert, ja, komisch, aber ich finde immer selten einen Parkplatz. Da stimmt doch irgendwas offenbar nicht. Das ist natürlich jetzt nur für Spaß gemeint, aber das zeigt, dass diese Dinge scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Oder was? Oder wie? Oder wie kriegt man das zusammen? Wieso sind unsere Erfahrungen über die normale Welt so ganz anders als das, was Naturwissenschaftler da so erzählen? Die Welt, die wir erfahren, ist unvorhersehbar. Da gibt es Zwecke. Es gibt einen Zweck, offenbar. Leute, die irgendwas machen wollen. Systeme, biologische Systeme, die irgendwo hinwollen, aber in der Physik, da scheint sich alles irgendwie völlig zeitlos zu verhalten. Gut, fangen wir nochmal von vorne an. Was macht ein Naturwissenschaftler? Und naturgemäß auch eine Naturwissenschaftlerin? Also, wir sind ja politisch korrekt in dieser Sendung, öffentlich-rechtlich, klar. Was macht denn so jemand? So jemand macht doch eigentlich etwas, was man in der Germanistik als Textanalyse bezeichnen würde. Also, der will doch eigentlich nur wissen, wie sind denn die Regeln, die in diesem Text sind. Wie sind die grammatikalischen Regeln auch richtig benutzt? Nach welchen Regeln ist der Text aufgeschrieben? Naturwissenschaft ist die Untersuchung des Textes der Natur auf seine grammatikalischen Regeln. Also, sind die Verben richtig durchkonjugiert? Sind die Substantiva richtig dekliniert? Ist der grammatikalische Bestand, der benutzt wird, um Sätze aufzubauen, auch richtig? Das ist Naturwissenschaft. Die Untersuchung der Regeln, nach denen Natur funktioniert. Nach denen die Wirklichkeit funktioniert. Aber dabei macht natürlich das Verfahren der Naturwissenschaft eine riesengroße Idealisierung. Naturwissenschaftler idealisieren ihre Systeme. Naturwissenschaftler untersuchen Satzteile, teilweise Wortteile, teilweise Buchstaben, die nebeneinander stehen, um zu schauen, wie wirken die miteinander zusammen. Aber dabei, bei dieser Idealisierung, wird natürlich ein riesengroßer Komplex völlig außer Acht gelassen. Nämlich das, was der Text bedeutet. Sie können einen Goethe-Text auseinandernehmen in aller Einzelheiten. Sie können sogar die Druckerschwärze, mit denen die Buchstaben geschrieben sind, untersuchen. Aber Goethe wird sich Ihnen nicht erschließen dadurch. Die Interpretation des Textes braucht geradezu den weiten Blick, braucht den Blick auf den ganzen Text. Natürlich ist die Grammatik wichtig. Kleine Frage. Ohne Grammatik würde man überhaupt nicht wissen, worum geht es denn in dem Text da eigentlich? Was bedeuten die Worte? Aber wenn ich interpretieren will, dann muss ich vielleicht sogar nicht nur das lesen, was in den Zeilen steht, sondern ich muss, wenn ich den Text verstehen will, sogar das lesen und interpretieren, was zwischen den Zeilen steht, was also gar nicht de facto aufgeschrieben ist. Und diese Art der Textinterpretation, das kann Naturwissenschaft nicht leisten. Da gibt es ein Problem. Das kann Physik nicht erklären. Physik hat überhaupt keine Begriffe wie Zweck und Sinn. Das sind keine naturwissenschaftlichen Begriffe. Hat ein System einen Zweck, hat das Universum einen Sinn. Die Physik liefert Ihnen und mir grammatikalische Regeln, nach denen das Universum funktioniert. Aber ob es einen Zweck hat, das würde bedeuten, wir würden historisch denken, wir würden physikalische Systeme als wirkliche Entwicklungssysteme betrachten. Wir würden sagen, aha, es ist für das System zweckvoll, sich so zu entwickeln. Aber nein, Naturwissenschaften und namentlich die Physik, die hier sozusagen als das Beispiel der Naturwissenschaften schlechthin steht, Physik verlangt, dass die Systeme, die es untersucht, reproduzierbar sind, die Experimente wiederholbar sind und zwar an beliebigen Orten zu beliebigen Zeiten. Nur wir Menschen, wir sind keine physikalischen Systeme in dem Sinne, weil wir sind nicht wiederholbar. Uns kann man nicht von einem Ort zum anderen setzen, ohne dass wir uns verändern. Selbst wenn die Zeit vergeht, verändern wir uns. Das heißt, selbst unsere innere Zweckgerichtetheit, weil wir wollen ja was, so wie Lebewesen überhaupt irgendwas wollen, indem sie vor allen Dingen überleben wollen, das kann ein physikalischer Weltbegriff überhaupt nicht verinnerlichen, kann es überhaupt nicht enthalten. Damit ist die Frage für mich völlig klar. Physik kann die Welt nicht erklären. Physik kann erklären, wie die Welt funktioniert. Sie kann aber nicht erklären, wieso sie so funktioniert. Alle Versuche der modernen Physik, zum Beispiel durch die Vereinheitlichung der elementaren Kräfte, hinzukommen zu einer allgemeinen Weltformel, würde das Parkplatzproblem in München zum Beispiel nicht lösen. Wir können diese Art von Wechselwirkung, die es in unserer Welt gibt, diese unglaublich komplexe ineinander Verzahnung von zweckgerichteten Wesen, wie das Leben sich ja auf unserem Planeten darstellt. Können wir physikalisch nicht erklären. Wir können auch nicht mal verstehen, warum die Welt überhaupt angefangen hat. Mit welchen Naturregeln, also Naturgesetz und damit, mit welchen Regeln sie beginnt, können wir heute sehen. Wir können es ablesen am Universum. Aber wir wissen nicht, wieso die Regeln am Anfang so gewesen sind. Das ist eine unserer größten und schlimmsten Probleme, die wir in der Physik haben, dass wir offenbar immer über die Physik hinausgehen müssen, um die Physik selber begründen zu können. Die Welt ist aus sich heraus nicht begründbar. Das ist das Problem. Das sind die Fragen, die dahindeuten, was war vor dem Urknall, was ist außerhalb des Universums, welchen Sinn hat das Universum und so weiter. Sie sehen schon, dieses Plädoyer eines Physikers für eine größere Weltsicht als die Naturwissenschaften ist begründet nach persönlichen Erfahrungen. Alle von uns haben diese Erfahrung gemacht, dass es natürlich interessant sein kann, einzelne idealisierte Systeme wirklich genau anzuschauen, wunderbare experimentelle Anordnungen zu schaffen, um dabei einen total idealisierten Zustand zu verstehen. Aber die Welt sieht doch ganz anders aus. Nehmen wir doch mal ein wunderbares, also ein wunderschönes Beispiel. Der Italiener Galilei, der hat ja damals diese Fallgesetze, da fiel ja was runter, Pisa, Schieferturm und so weiter, da fiel ja was runter. Und der hat diese Fallexperimente gemacht und hat sich dann überlegt, ja wie wäre denn das eigentlich, wenn es keinen Luftwiderstand gäbe? Also es ist ein Irrsinn, ein System so zu idealisieren, dass er sogar etwas, was er haben muss, um selbst zu existieren, nämlich Luft, aus seiner Welt herausnimmt, um ein allgemeines Gesetz für fallende Körper zu finden. Eine unglaubliche Idealisierung. Also der erste Schritt in die wirklich moderne Physik. Sich vorzustellen, ich sehe hier zwar lauter Körper, die fallen nur deswegen, die fallen, weil die Erde ihre Schwerkraft hat, aber sie fallen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil der Luftwiderstand sie unterschiedlich abbremst. Der kriegte also die Idee, wenn der Luftwiderstand wegwerfen, müssten eigentlich beide Körper, egal wie schwer sie sind, mit der gleichen Geschwindigkeit runterfahren. Eine solche Idealisierung ist ungeheuerlich und ist eine intellektuelle Leistung aller erster Güte. Aber für unser normales Leben ist sie im Grunde genommen wertlos, weil in unserem Leben der Luftwiderstand natürlich eine Rolle spielt. Wir verbrauchen Energie deswegen und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist in der Tat sehr wohl so, dass die grammatikalischen Regeln, die wir dem Universum abgeschaut haben, alle möglichen Wechselwirkungen, die wir kennen, dass die eine ganz wichtige Rolle in unserem modernen Leben spielen, weil sie sich ja in Technologie umgesetzt haben. Wir haben alle möglichen wunderbaren Instrumente und so weiter. Aber wir haben damit nicht erklärt, wieso die Welt so ist, wie sie ist. Das können wir nicht. Die Erklärung der Welt ist eine viel weitere. Die Erklärung der Welt ist eine philosophische, möglicherweise sogar theologische. Möglicherweise wird es uns überhaupt niemals ausreichen. Das heißt möglicherweise, es wird uns niemals ausreichen, nur den Text der Natur auf seine grammatikalischen Regeln zu untersuchen. Wir brauchen viel mehr dazu, um für uns Menschen herauszukriegen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, der Sinn dieser Welt, wo will diese Welt hin und so weiter. Die Geschichtlichkeit von uns ist eigentlich das große Problem. Wir haben Erfahrungen in unserem Kopf, wir haben Erfahrungen in uns, die wir miteinander tragen und das lässt sich durch Naturwissenschaften alleine nicht wirklich einordnen. Bewertungen im Sinne einer einer Werte, von Werten. Das kann Naturwissenschaft nicht leisten. Naturwissenschaft bringt ihnen Quantitäten, bringt ihnen Zahlen entgegen. Fakten, aber keine Werte. Die Bewertung von solchen Fakten, von naturwissenschaftlichen Messungen, Experimenten verlangt von jedem von uns, dass er sich zurücknimmt von den Naturwissenschaften, namentlich auch die Naturwissenschaftler selber, die erkennen mussten und viele große Naturwissenschaftler haben das in den letzten 50 Jahren immer wieder formuliert und aufgeschrieben. Werner Heisenberg zum Beispiel, der gesagt hat, wir können von der Natur gar keine anderen Antworten kriegen, als die, die wir von der Natur haben wollen, weil sie uns von alleine gar keine Antworten gibt, weil sie gar keine Fragen stellt. Wir können nur solche Dinge erfragen aus der Natur, von denen wir schon wissen, dass sie da sind. Insofern ist das Fragepotenzial, was wir haben in der Natur, immer nur ein begrenztes und wir stehen uns eigentlich selbst gegenüber, wenn wir die Natur etwas befragen, weil wir nur die Fragen stellen können, die wir können. Andere Fragen können wir gar nicht stellen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist an der Stelle genau richtig. Wir können die Wirklichkeit so, wie sie tatsächlich ist, nicht kennen, weil wir große Mengen an Fragen gar nicht kennen. Wir wissen nicht, wie die Natur tatsächlich beschaffen ist und deswegen, wenn wir Natur interpretieren wollen, brauchen wir immer etwas, was über die Physik hinausdeutet. Wir kommen, wie das so schön heißt, mit dem physikalischen Denken kommen wir zwar auf den Mond, aber nicht in den Himmel. Und sowas wie diese Erdbeere zum Beispiel hier, das muss mir auch keiner erklären und naturwissenschaftlich auseinandernehmen. Das weiß ich auch so, dass die gut schmeckt.